Das Rätsel von John Katzenbach Gelesen von Simon Jäger Die Königin der Rätsel Ihre Mutter schlief unruhig im Zimmer nebenan. Sie war todkrank. Es war fast Mitternacht, und der Luftzug, den der Deckenventilator träge durch den Raum schickte, schien die Hitze vom Tage nur anders zu verteilen. Das altmodische Jalousienfenster stand ein Spaltbrett offen, um die Lakritzschwarze Nacht hereinzulassen. Todeswütig warf sich eine Motte gegen die Scheibe. Sie sah dem Insekt eine Weile zu und fragte sich, ob es nun vom Licht gelockt wurde, wie die Dichter und Romantiker glaubten, oder ob es das Licht in Wahrheit hasste und sich in einer hoffnungslosen Attacke auf die Quelle seines Ärgers stürzte. Sie spürte ein dünnes Rinnsal-Schweiß zwischen den Brüsten und wischte es sich mit dem T-Shirt weg, ohne auch nur für einen Moment den Zettel aus den Augen zu lassen, der vor ihr auf dem Schreibtisch lag. Es war billiges, weißes Papier. Die Worte waren in einfachen Druckbuchstaben geschrieben. Die erste Person besitzt das, was die zweite Person versteckt hat. Sie lehnte sich zurück und klopfte wie ein Trommler, der seinen Rhythmus sucht, mit dem Kugelschreiber auf den Tisch. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie Gedichte und Notizen mit der Post bekam. Kurze Texte unterschiedlichster Art, die verschlüsselte Botschaften enthielten. Meist handelte es sich dabei um unerhörte Liebesspüre oder auch den Versuch, eine Verabredung zu forcieren. Zuweilen waren die Schreiben obszön. Das eine oder andere war eine harte Nuss, absichtlich so kompliziert zu knacken, so obskur, dass sie nicht weiter wusste. Immerhin verdiente sie damit ihren Lebensunterhalt. Und so war es nur fair, wenn einer ihrer Leser den Spieß rumdrehte. Diese spezielle Nachricht allerdings bereitete ihr Kopfzerbrechen, weil sie nicht in ihrem Postfach bei der Zeitschrift eingegangen war. Ebenso wenig über ihr berufliches E-Mail-Konto. Dieser Brief war an diesem Tag in den verblichenen, rostigen Briefkasten am Ende ihrer Auffahrt eingesteckt worden, damit sie ihn abends fand, wenn sie von der Arbeit kamen. Und im Unterschied zu fast sämtlichen anderen Botschaften, die sie erhielt, fehlten Absender und Unterschrift. Das Kuvert war nicht gestempelt. Der Gedanke, dass jemand wusste, wo sie wohnte, behagte ihr nicht. Die meisten Menschen, die sich die Zeit mit den von ihr entworfenen kleinen Spielchen vertrieben, waren harmlos. Computerprogrammierer, Akademiker, Buchhalter, hier und da ein Polizist, ein Anwalt oder Arzt. Viele dieser Berufsgruppen erkannte sie inzwischen daran, wie sie beim Lösen der Rätsel vorgingen. Das war oft so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck. Inzwischen konnte sie sogar einschätzen, welchen ihrer Stammkunden welche Spiele am besten lagen. Manche waren versiert im Knacken von Kryptogrammen und Anagrammen, andere unschlagbar, wenn es darum ging, literarische Rätsel zu lösen, obskure Zitate zu erkennen oder auch wenig bekannte Autoren mit historischen Ereignissen zu verknüpfen. Diese Klientel löste ihre sonntäglichen Kreuzworträtsel mit Tinte. Natürlich gab es auch andere. Sie war stets auf der Hut vor Leuten, die ihre Paranoia in jeder versteckten Botschaft bestätigt sahen oder die in jedem Gedankenlabyrinth, das sie kreierte, Hass und Wut ausmachten. »Niemand ist wirklich harmlos«, sagte sie sich. »Heute nicht mehr.« An den Wochenenden fuhr sie mit ihrer halbautomatischen Pistole in einen Mangrovensumpf, nicht weit von dem etwas heruntergekommenen einstöckigen Dreizimmerhaus aus Schlackenstein, das sie schon den größten Teil ihres Lebens mit ihrer Mutter teilte, und wurde zur geübten Schützin. Beim Anblick der persönlich eingeworfenen Nachricht spürte sie, wie sich im Magen unangenehm zusammenzog. Sie öffnete die Schreibtischschublade und entnahm die kurzläufige Magnum Kaliber .357 der Schatulle, um sie neben ihrem Monitor auf den Tisch zu legen. Sie gehörte zu dem halben Dutzend Waffen, das sie besaß, darunter auch ein geladenes, vollautomatisches Sturmgewehr, das an der Rückwand ihres Kleiderschranks am Haken hing. »Es gefällt mir nicht«, erklärte sie laut, »dass du weißt, wer ich bin und wo ich wohne. Das verstößt gegen die Regeln.« Als sie einsehen musste, dass sie nicht vorsichtig genug gewesen war, verzog sie das Gesicht und nahm sich vor, herauszufinden, wo die undichte Stelle war, welche Sekretärin oder Redaktionsassistentin ihrer Anschrift verraten hatte, und alles zu tun, um sie zu stopfen. Die Geheimhaltung war ihr heilig. Das verlangte nicht nur ihr Beruf, sondern auch ihr Leben. Sie sah sich den Wortlaut der Nachricht an. Auch wenn sie mit einiger Sicherheit sagen konnte, dass sich kein Zahlencode dahinter verbarg, stellte sie rasch ein paar Rechnungen an, verknüpfte die Buchstaben mit ihrem Stellenwert im Alphabet, addierte und subtrahierte, ging Variationen durch, um zu sehen, ob die Notiz einen Sinn ergab. Das Ganze erwies sich als fruchtlos. Egal, was sie versuchte, es kam nur Kauderwelsch heraus. Sie fuhr den Computer hoch und schob eine Diskette mit berühmten Zitaten ein, ohne jedoch etwas auch nur annähernd Ähnliches zu finden. Sie brauchte ein Glas Wasser und stand auf, um in die kleine Küche zu gehen. Neben dem Spülstein trocknete ein sauberes Glas. Sie füllte es mit Eis und Leitungswasser, das einen salzigen Beigeschmack hatte. Sie rümpfte die Nase und sagte sich, dass dies zu den kleinen Unannehmlichkeiten gehörte, die man in Kauf nehmen musste, um in den Abberkies zu wohnen. Der größere Nachteil bestand darin, dass man isoliert und einsam lebte. Sie blieb im Türrahmen stehen, starrte auf das Blatt Papier am anderen Ende des Zimmers und fragte sich, wieso sie diesem kleinen Zettel erlaubte, ihr den Schlaf zu rauben. Sie hörte, wie ihre Mutter stöhnte und sich im Bett herumwälzte und wusste schon, bevor sie rief, »Sosen, bist du da?«, dass sie aufgewacht war. »Ja, komme schon«, antwortete sie. Sie eilte ins Schlafzimmer ihrer Mutter. Früher war es bunt gewesen. Ihre Mutter hatte gern gemalt und über die Jahre hinweg viele ihrer Bilder an den Wänden aufgehängt. Gemälde und exotische fließende Kleider sowie Tücher, die wahllos über der Staffelei und anderen Gegenständen ausgebreitet waren, das hatte dem Zimmer Farbe gegeben. Jetzt war alles Tabletts mit Medikamenten und einem Sauerstoffgerät gewichen, ein Schränke verbannt, um den Zeichen der Gebrechlichkeit zu weichen. Das Zimmer, fand Susan, roch nicht einmal mehr nach ihrer Mutter, sondern einfach nur antiseptisch, hygienisch rein, ein sauberer, weißgetünchter, desinfizierter Ort zum Sterben. »Schmerzen?«, fragte die Tochter. Es war immer dieselbe Frage, und sie kannte die Antwort und wusste, dass sie nicht der Wahrheit entsprach. Ihre Mutter setzte sich mühsam auf. »Nur ein bisschen. Nicht schlimm.« »Willst du eine Tablette?« »Nein, das wird schon. Ich habe gerade an deinen Bruder gedacht.« »Soll ich ihn für dich anrufen?« »Nein, dann macht er sich nur Sorgen. Er ist bestimmt viel zu eingespannt und braucht seine Ruhe.« »Das glaube ich nicht. Ich denke, er würde gern mit dir reden.« »Na ja, morgen vielleicht.« »Ich habe von ihm geträumt.« »Von dir auch, Schatz.« »Ich habe von meinen Kindern geträumt.« »Lassen wir ihn schlafen.« »Wieso bist du noch auf?« »Ich habe gearbeitet.« »Hast du die nächsten Rätsel entworfen?« »Was ist es diesmal?« »Zitate?« »Anagramme?« »Welche Stichworte willst du geben?« »Nein, keins von meinen eigenen.« »Ich habe über etwas gebrütet, das mir jemand geschickt hat.« »Du hast so viele Fans.« »Die lieben nicht mich, Mutter.« »Es sind die Rätsel.« »Das ist egal.« »Du solltest ruhig mehr Ruhm einstreichen.« »Du solltest dich nicht verstecken müssen.« »Es gibt jede Menge Gründe, ein Pseudonym zu benutzen, Mutter.« »Das weißt du doch am besten.« Die ältere Frau lehnte sich zurück. Sie war nicht wirklich alt, sondern nur von der Krankheit gezeichnet. Ihre Haut war erschlafft und bildete Falten an ihrem Hals. Ihr Haar breitete sich zerzaust über das Kissen aus. Es war immer noch kastanienbraun. Ihre Tochter half ihr dabei, es einmal pro Woche zu tönen. Ein Ritual, auf das sie sich beide freuten. Viel Eitelkeit war der älteren nicht geblieben. Das meiste war dem Krebs zum Opfer gefallen. Doch das Tönen ihrer Haare gab sie nicht auf. Und ihre Tochter war darüber froh. »Mir gefällt der Name, den du dir ausgesucht hast. Er ist sexy.« Die Tochter lachte. »Bedeutend mehr als ich.« »Mata Hari, die Spionen.« »Sicher, aber nicht die beste, wie du weißt. Man hat sie erwischt und erschossen.« Ihre Mutter gluckste und die Tochter lächelte bei dem Gedanken, dass die Krankheit sich vielleicht nicht ganz so schnell ausbreiten würde, wenn sie ihre Mutter nur öfter zum Lachen brachte. Die Ältere wendete den Blick nach oben, als entdeckte sie an der Zimmerdecke eine Erinnerung. »Ich kenne eine Geschichte«, erzählte sie lebhaft. »Ich habe sie in einem Buch gelesen, als ich noch ziemlich jung war. Mata Hari soll sich, kurz bevor der französische Offizier dem Exekutionskommando den Schießbefehl erteilt hat, die Bluse aufgerissen haben, um ihre Brüste zu entblößen, als wollte sie den Soldaten sagen, wagt es ja nicht, etwas so Schönes zu zerstören.« Die Mutter schloss für einen Moment die Augen, als koste es sie Kraft, sich diese Anekdote ins Gedächtnis zu rufen. Die Tochter setzte sich auf den Bettrand und nahm ihre Hand. »Aber sie haben trotzdem geschossen.« »Wie traurig.« »Männer, eben.« Die beiden Frauen grinsten einen Moment. »Es ist nur ein Name, Mutter, und für jemanden, der sich Rätsel für Zeitschriften ausdenkt, passt er ziemlich gut.« Die Mutter nickte. »Ich denke, ich nehme eine Tablette«, meinte sie. »Und morgen rufen wir deinen Bruder an. Er soll uns was über Mörder erzählen. »Vielleicht kann er uns sagen, weshalb die französischen Soldaten dem Schießbefehl gehorchten. Bestimmt hat er eine Theorie. Wäre doch nett.« Sie lachte trocken. »Ja, das wäre schön.« Die Tochter griff nach dem Tablett und öffnete ein Pillenfläschchen. »Vielleicht doch lieber zwei«, überlegte die Mutter. Die Tochter zögerte. Dann schüttete sie sich die beiden Tabletten in die Hand. Die Mutter öffnete den Mund und die Tochter legte ihr die Dragees auf die Zunge. Dann richtete sie ihre Mutter auf und hielt ihr den eigenen Becher Wasser an die Lippen. »Schmeckt grässlich«, seufzte die Mutter. »Weißt du, dass wir, als ich klein war, das Wasser aus den Bergquellen der Adirondacks trinken konnten? Du stehst mit den Füßen im Bach und musst dich nur bücken, um's mit den Händen aufzufangen. Das klarste, kühlste Wasser, das du dir denken kannst. Es war weich und schwer, als ob du etwas isst, wenn du es schluckst. Wunderbar rein und sehr kalt. »Ja, ich weiß, das hast du mir schon oft erzählt«, erwiderte die Tochter nachsichtig. »Das ist nicht mehr so. Nichts ist mehr so. Und jetzt versuche ein bisschen zu schlafen. Du brauchst deinen Schlaf. Hier ist alles so heiß. Es ist immer so heiß. Weißt du, manchmal kann ich nicht sagen, ob sich nur mein Körper so heiß anfühlt oder auch die Luft ringsum.« Sie legte eine Pause ein, bevor sie sagte, »Nur noch ein einziges Mal, weißt du? Nur noch einmal möchte ich dieses Wasser auf der Zunge spüren.« Die Tochter legte den Kopf ihrer Mutter langsam auf das Kissen und wartete, bis ihre Lieder schwer wurden und sich schlossen. Sie schaltete die Nachttischlampe aus und kehrte in ihr eigenes Zimmer zurück. Sie sah sich um und wünschte sich, irgendetwas zu entdecken, das nicht nur zweckmäßig und gewöhnlich war oder so herzlos wie die Pistole auf ihrem Computertisch. Irgendetwas, das verriet, wer sie war oder sein wollte. Doch sie fand nichts. Stattdessen starrte ihr das Blatt entgegen. Die erste Person besitzt das, was die zweite Person versteckt hat. Du bist einfach nur müde, dachte sie. Du hast hart gearbeitet und für diese Zeit, für diese fortgeschrittene Hurricane-Saison, ist es zu heiß. Viel zu heiß. Dabei wirbelten über den Atlantik immer noch mächtige Stürme, die von der Küste Afrikas ausgingen. Aus dem Ozean Kräfte saugten, um in der Karibik oder, schlimmer noch, in Florida zu landen. Sie grübelte. Vielleicht wird einer über uns hinwegfegen. Spätsaisonstürme. Türkische Stürme. Die alteingesessenen Bewohner der Keys behaupten, das wären die Schlimmsten. Aber eigentlich macht es keinen Unterschied. Sturm ist Sturm. Wieder starrte sie auf die Botschaft und redete sich trotzig ein. Eine anonyme Botschaft ist kein Grund zur Besorgnis, nicht einmal eine so kryptische wie diese. Eine Weile bemühte sie sich, ihre Lüge zu glauben. Dann setzte sie sich wieder an den Schreibtisch und griff nach einem Block Papier. Die erste Person... Das könnte Adam sein. Vielleicht ist es biblisch. Sie fing an, in größeren Zusammenhängen zu denken. Die erste Familie. Nun ja, das wäre der Präsident, allerdings wusste sie nicht, wie das funktionieren sollte. Dann kam ihr die berühmte Lobrede auf George Washington in den Sinn. Erster im Krieg. Erster im Frieden. Und sie arbeitete eine Weile in dieser Richtung weiter. Was sich aber schnell als frustrierend erwies. Sie hatte keinen George in ihrem Bekanntenkreis. Auch keinen Washington. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus und wünschte sich, die Klimaanlage würde funktionieren. Sie rief sich ins Gedächtnis, dass sie ihr Können in Sachen Rätseln vor allem ihrer Geduld verdankte. Und Erfolg haben würde, wenn sie nur einfach methodisch herangingen. Also tauchte sie die Finger ins Eiswasser, rieb sich die Nässe über Stirn und Hals und machte sich bewusst, dass kein Mensch ihr eine verschlüsselte Nachricht schickte, wenn er nicht wollte, dass sie die Botschaft auch entwirrte. Sonst würde er sie gar nicht erst schicken. Es kam immer wieder vor, dass einer der regelmäßigen Leser ihrer Rätsel ihr eine Nachricht schickte, wenn auch stets an ihr Pseudonym, ihre Büroadresse. Außerdem gaben diese ausnahmslos ihre eigene Adresse an, oft wiederum verschlüsselt, da es diesen Leuten meistens viel mehr darum ging, ihr zu zeigen, wie brillant sie waren, als um die Chance, sie persönlich zu treffen. Über die Jahre hatte es tatsächlich ein paar Fälle gegeben, bei denen sie hatte passen müssen. Doch solchen Niederlagen folgten jedes Mal Erfolge. Sie starrte wieder auf die Worte. Sie erinnerte sich an etwas, das sie einmal gelesen hatte. Ein Sprichwort, eine Art Weisheit, die von Familiengeneration zu Familiengeneration weitergegeben wurde. Wenn du wegrennst und du hörst Hufschläge hinter dir, dann gehe besser davon aus, dass es ein Pferd und kein Zebra ist. Kein Zebra. Mach's nicht kompliziert, scharfte sie sich ein. Such nach der einfachen Antwort. Also gut. Die erste Person. Die erste Person singular. Demnach ich. Die erste Person besitzt. Erste Person plus Besitz anzeigendes Verb. Ich habe. Sie beugte sich über ihren Block und nickte. Wer sagt's denn, murmelte sie leise. Was die zweite Person versteckt hat. Die zweite Person wäre dann du oder dir. Die zweite Person. Die zweite Person. Sie schrieb, ich habe dich. Sie nahm sich das Wort versteckt vor. Ein Moment lang dachte sie, es läge an der Hitze, dass sie sich schwindelig fühlte, und sie atmete einmal tief durch, während sie nach dem Glas Wasser griff. Das Gegenteil von Verstecken wäre finden. Sie betrachtete ihre Notiz und sagte laut, ich habe dich gefunden. Die Motta an der Scheibe ließ endlich von ihren verzweifelten Selbstmordversuchen ab und taumelte auf die Fensterbank, wo sie kurz vor ihrem Tod noch einmal zuckte. Sie war allein. Eine nie dagewesene plötzliche Woge der Angst brandete in die überhitzte Stille. Und sie schnappte nach Luft. Professor Tod Seine 13. Vorlesung in diesem Semester ging dem Ende entgegen, und er war nicht sicher, ob irgendjemand seinen Ausführungen folgte. Er blickte zu der Wand, in der sich früher einmal ein Fenster befunden hatte, doch heutzutage war es vernagelt und übertüncht. Er fragte sich für einen Moment, ob draußen ein klarer Himmel auf ihn wartete. Wohl eher nicht. Jenseits der grünen Wände des Hörsaals vermutete er eine grau verhangene Welt. Er wandte sich wieder seinem Kolleg zu. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, wie Menschenfleisch schmeckt? fragte er unvermittelt. Jeffrey Clayton, ein junger Mann, der sich betont unmodisch gab, sodass er anonym und farblos wirkte, dozierte über den eigentümlichen Hang eines bestimmten Typs von Serienkiller zum Kannibalismus, als er aus dem Augenwinkel heraus das stumme Alarmsignal unter seinem Pult rot aufblinken sah. Er unterdrückte den Anflug von Angst, der ihm in die Kehle stieg, und schaffte es, seine Ausführungen nur kurz zu unterbrechen, während er sich von der Mitte des kleinen Podests hinter sein Pult begab. Langsam glitt er auf seinen Stuhl. Und es ist kaum zu übersehen, er tat, als blätterte er in seinen Notizen, dass der Drang, das Opfer zu verschlingen, seine Vorläufer in primitiven Kulturen hat, wo der Glaube herrscht, dass man sich die Stärke oder Tapferkeit eines Feindes einverleibt, indem man zum Beispiel sein Herz isst, oder seine Intelligenz durch den Verzehr seines Hirns. Etwas auffällig Ähnliches findet man bei dem Mörder, der eine Obsession für die Eigenschaft seines Opfers entwickelt. Er sehnt sich danach, mit der Zielperson eins zu werden. Während er sprach, glitt seine Hand behutsam unter den Tisch. Misstrauisch ließ er den Blick über die Reihen der etwa hundert Studenten schweifen, die im schwacher leuchteten Hörsaal vor ihm unruhig auf ihren Stühlen saßen. So wie ein Kapitän allein auf hoher See den dunklen Ozean nach einer vertrauten Boje absucht, starrte er in die verschatteten Gesichter. Doch er entdeckte nichts als den üblichen Nebelschleier. Langeweile, Geistesabwesenheit, den einen oder anderen Anflug von Interesse. Er suchte nach Hass, nach Wut. »Wo bist du?« fragte er stumm. »Wer von euch will mich töten?« Nach dem »Warum« fragte er nicht. Das »Wieso« und »Warum« war nach so vielen Toten nicht mehr wichtig und trat hinter der Häufigkeit und Alltäglichkeit zurück. Das rote Licht unter seinem Pult blinkte weiter. Mit dem Zeigefinger drückte er ein halbes Dutzend Mal die Notsignaltaste. Sie würde bei der Campuspolizei einen Alarm auslösen, die dann automatisch ein Sondereinsatzkommando schickte. Allerdings nur, wenn das System funktionstüchtig war, was er durchaus bezweifelte. In der Herrentoilette hatte am Morgen keine der Toiletten funktioniert und er hielt es für unwahrscheinlich, dass die Universität eine komplizierte elektronische Verbindung instand halten konnte, wenn schon die sanitären Anlagen sie überforderten. Er redete sich gut zu. »Du schaffst das schon. Wäre ja nicht das erste Mal.« Er ließ weiter den Blick über den Hörsaal schweifen. Er wusste, dass der eingebaute Metalldetektor, der den Hintereingang zum Hörsaal erfasste, zu Funktionsstörungen neigte. Andererseits vergaß er nicht, dass in diesem Semester ein Kollege dieselbe Warnung missachtet hatte und von zwei Schüssen in die Brust getroffen worden war. Der Mann hatte etwas von den schriftlichen Hausaufgaben für den kommenden Tag gemurmelt, während er auf dem Flur verblutete und ein geistesgestörter Studienabsolvent dem starbenden Lehrer Obszönitäten ins Gesicht brüllte. Eine Fünf in einer Zwischenprüfung war offensichtlich der Grund für den Gewaltausbruch gewesen. Eine Erklärung, die nicht mehr oder weniger plausibel erschien als irgendeine sonst. Clayton gab, um eine solche Konfrontation zu vermeiden, grundsätzlich keine Noten, die schlechter waren als drei. Zu sterben, weil man einen Studenten im zweiten Jahr hatte durchfallen lassen, das war es nicht wert. Studenten, die er eindeutig am Rand einer mörderischen Psychose diagnostizierte, bekamen bei ihm automatisch eine Drei-Plus oder Zwei-Minus für ihre Arbeiten, ob sie nun welche einreichten oder nicht. Dem Sekretariat des Psychologischen Instituts war bekannt, dass jeder Student, dem Professor Clayton eine von diesen Noten gab, als Bedrohung einzustufen war. Und so meldeten sie grundsätzlich jeden solcher Fälle dem Campus-Wachdienst. Im letzten Semester kam er auf drei, alle in seinem Einführungskurs über Verhaltensstörungen. Die Studenten hatten den Kurs in Mordspaß umgetauft, was vielleicht nicht ganz die Stimmung traf, aber doch einigermaßen das Thema. Mit dem Opfer eins zu werden, ist letztlich Ziel und Zweck des Mörders. Dabei ist eine seltsame Mischung aus Hass und Begierde im Spiel. Oft wünschen sie sich, was sie hassen, und hassen, was sie sich wünschen. Außerdem geht es um Neugier und Faszination, eine explosive Mischung aus widerstreitenden Gefühlen. Dies wiederum führt zu Perversion und zu Mord als Ventil. »Machst du das gerade durch?« fragte er die unsichtbare Quelle der Bedrohung. Unter dem Tisch packte er mit der Hand den Griff der halbautomatischen Pistole, die er dort in einer Vorrichtung untergebracht hatte. Er legte den Zeigefinger an den Abzug und löste zugleich mit dem Daumen die Sicherung. Für einen Moment wurde er wütend. Der Antrag auf Haushaltsmittel zur Anschaffung von kugelsicheren Westen war beim Senat nicht durchgegangen. Und der Rektor, der sich auf Kürzungen berief, hatte es eben erst abgelehnt, Gelder zu bewilligen, um in Hörsälen und Übungsräumen die Überwachungskameras zu modernisieren. Allerdings sollte in diesem Herbst das Football-Team neue Trikots bekommen. Und der Trainer der Basketballmannschaft durfte sich schon wieder zu einer Gehaltserhöhung beglückwünschen. Nur der Lehrkörper wurde wie immer ignoriert. Das Pult bestand aus Panzerstahl. Und das Dezernat für Bau- und Haustechnik hatte ihm versichert, es sei allem gewachsen, außer durchschlagskräftiger Teflon ummantelter Munition. Natürlich wusste er so gut wie jedes andere Fakultätsmitglied, dass solche Kugeln in jedem ex-beliebigen Sportgeschäft in Gehweite der Universität zu bekommen waren. Auch Sprengladungen und Dumm-Dum-Geschosse, solange man bereit war, die gepfefferten Preise im Umfeld des Campus zu bezahlen. Geoffrey Clayton war noch ein gutes Stück von der Lebensmitte, dem Schmerbauch, den wässrigen, desillusionierten Augen und dem nervösen, ängstlichen Tonfall entfernt. Alles Dinge, die seine älteren Kollegen kennzeichneten. Seine Erwartungen an das Leben, von Anfang an höchst bescheiden, welkten erst seit kurzem dahin wie eine Pflanze, die man in eine dunkle Ecke gestellt hat. Mit drahtigen Muskeln in Armen und Beinen war er immer noch flink wie ein Wiesel, und seine wachen Augen, das rechte Auge litt gelegentlich unter einem nervösen Zucken, lagen hinter der altmodischen, randlosen Brille versteckt. Er hatte den Gang eines Athleten und die Körperhaltung eines Läufers, was er seit seinen Highschool-Tagen auch war. In der Fakultät schätzte man seinen suffisanten Humor. Ein Gegengift, behauptete er, gegen sein unermüdliches Studium der Kausalzusammenhänge von Gewalt. Ducke ich mich nach links, dachte er, habe ich die richtige Schussstellung und bin durch das Pult abgeschirmt. Zwar wäre der Winkel falsch, um das Feuer zu erwidern, aber unmöglich wäre es nicht. Er zwang sich zu einer stetigen, sonoren Vortragsweise. In der Anthropologie gibt es eine Theorie, die besagt, dass diverse primitive Kulturen nicht nur vermehrt Menschen hervorgebracht haben, die sich in der heutigen Gesellschaft wahrscheinlich zu Serienmördern entwickelt hätten, sondern, dass man diese Männer sogar verehrt und ihnen eine herausragende Stellung eingeräumt habe. Er ließ den Blick fortgesetzt über die Zuhörer wandern. In der vierten Reihe saß rechts eine junge Frau, die sich nervös auf ihrem Platz wand. Ihre Hände zuckten auf dem Schoß. Amphetaminentzug? spekulierte er. Kokainabhängige Psychose? Seine Augen schweiften weiter und blieben an einem hochgewachsenen jungen Mann genau in der Mitte hängen, der trotz des schummrigen Lichts, das die gelben Neonlampen an der Decke über den Hörsaal warfen, eine Sonnenbrille trug. Der Junge saß mit angespannten Muskeln reglos da, als hätte ihn die Paranoia wie mit Stricken an den Stuhl gefesselt. Er hatte die Hände vor sich auf dem Tisch geballt, aber leer, wie Jeffrey Clayton augenblicklich sah. Leere Hände. Finde die Hände, die eine Waffe verstecken. Er hörte seinem eigenen Vortrag zu, als käme seine Stimme von einem Geist, der über seinem Körper schwebte. Es ist durchaus anzunehmen, dass etwa der Aztekenpriester, der die Aufgabe hatte, seinem Menschenopfer das Herz lebendig herauszureißen, na ja, dass er seinen Beruf genoss. Gesellschaftlich akzeptierter und geachteter Serienmord. Höchstwahrscheinlich ging der Mann jeden Morgen glücklich und zufrieden zur Arbeit, gab seiner Frau ein Küsschen auf die Wange, zauste den Kleinen die Haare, nahm seine Aktentasche, klemmte sich für die U-Bahnfahrt das Wall Street Journal unter den Arm und freute sich auf einen anregenden Tag am Opferaltar. Er erntete Verhaltenes kichern, das er dazu nutzte, einen Ladestreifen in die Pistole einzulegen, ohne dass das metallische Klicken zu hören war. In der Ferne läutete eine Glocke das Ende der Vorlesungsstunde ein. Die rund hundert Studenten im Hörsaal wurden unruhig und fingen an, ihre Jacken und Rucksäcke einzusammeln. Das ist der gefährlichste Moment, dachte er. Ans Auditorium gewandt, sagte er laut, nächste Woche schreiben wir eine Klausur. Bis dahin sollten Sie alle die Protokolle von Charles Mansons Gefängnisverhören gelesen haben. Sie finden Kopien im Handapparat in der Bibliothek. Sie kommen auf jeden Fall in der Klausur vor. Die Studenten standen auf und er hatte unter dem Tisch die Pistole fest im Griff. Ein paar der jungen Leute wollten zu ihm nach vorne kommen, doch er winkte sie mit der freien Hand zurück. Die Sprechstundenzeiten hängen draußen aus. Jetzt habe ich keine Zeit. Er sah, wie ein Mädchen zögerte. Neben ihr stand ein junger Mann. Die Arme eines Gewichthebers, das Gesicht von Akne entstellt, wahrscheinlich durch Steroidmissbrauch. Der Professor fragte sich, ob dieselbe stumpfe Schere, mit der der Student die chirurgischen Eingriffe an seinem Sweatshirt vorgenommen hatte, auch für seine Frisur verantwortlich war. Normalerweise hätte er danach gefragt. Die beiden kamen nach vorne. Benutzen Sie den hinteren Ausgang, wies Clayton sie laut an. Wieder wedelte er mit der Hand. Das Paar zögerte. Dann machen Sie einen Termin mit der Universitätssekretärin. Ich sehe Sie in meinem Büro. Es dauert nicht lang, versuchte sie ihn zu beschwatzen. Nein, erwiderte er. Tut mir leid. Er sah an ihr vorbei, dann wieder abwechselnd zu ihr und dem Jungen. Jederzeit darauf gefasst, dass sich jemand durch das Gewühl der Studenten drängen könnte. Eine Waffe in der Hand. Ach, kommen Sie, Prof, geben Sie ja doch eine Minute, quengelte der Freund. Das aufdringliche Beharren passte ebenso gut zu ihm wie das Grinsen, das Dank des Eisenpiercings in der Oberlippe schief geriet. Sie möchte jetzt mit Ihnen reden. Ich bin beschäftigt, antwortete Clayton. Der Junge kam näher. Ich glaube nicht, dass Sie so scheißbeschäftigt sind, dass... Doch seine Freundin legte ihm eine Hand auf den Arm. Mehr war nicht nötig, um ihn im Zaum zu halten. Ich kann auch mal wiederkommen, lenkte sie ein. Sie schenkte Clayton ein kokettes Lächeln und entblößte dabei verfärbte Zähne. Schon in Ordnung. Ich brauche eine gute Note und ich kann gerne in Ihr Büro kommen. Sie verstummte und strich sich mit der Hand durchs Haar, das auf der einen Seite ihrer Schädeldecke kurz geschoren war, während es ihr auf der anderen in üppigen Locken auf die Schulter fiel. Unter vier Augen, fügte sie hinzu. Der junge Mann wirbelte herum und fragte sie mit dem Rücken zum Professor, »Was soll denn das heißen?« »Nichts«, gab sie immer noch lächelnd zurück. »Ich mach einen Termin.« Dieses letzte Wort betonte sie verheißungsvoll, wobei sie Clayton anstrahlte und dabei vielsagend die Brauen hochzog. Dann schnappte sie sich ihren Rucksack und machte kehrt. Der Gewichtheber knurrte nur kurz in seine Richtung, dann folgte er eilig der jungen Frau. Clayton hörte verebend ein Drängen. »Was zum Teufel sollte der Scheiß?« Während das Paar die Treppe zum hinteren Teil des Hörsaats hochstieg, bevor es dort im Dunkeln verschwand. »Mehr Licht«, dachte er. »In den hinteren Reihen gehen ständig die Glühbirnen kaputt, ohne ersetzt zu werden. Dabei sollte jeder Winkel ausgeleuchtet sein.« Er spähte in den Schatten in der Nähe des Ausgangs und fragte sich, ob sich dort jemand versteckt hatte. Er ließ den Blick über die nunmehr leeren Stuhlreihen schweifen und versuchte auszumachen, ob dort jemand im Hinterhalt lag. Der stumme Alarm blinkte immer noch rot. Er hätte gern gewusst, wo das SWAT-Team blieb, bevor ihm klar wurde, dass es nicht kommen würde. Er hämmerte sich ein. »Ich bin allein« und merkte im nächsten Moment, dass das so nicht stimmte. Die Gestalt regelte sich lässig auf einem Stuhl ganz weit hinten am Rand der Dunkelheit und wartete. Er konnte die Augen nicht erkennen, doch er sah, dass der Mann, obwohl er sich klein zu machen schien, groß und kräftig war. Clayton hob die Pistole und richtete sie auf die Gestalt. »Ich bringe sie um«, drohte er in strengem, ausdruckslosem Ton. Zur Antwort kam ein Lachen aus dem Schatten. »Ich werde nicht zögern, sie zu töten!« Das Lachen veräppte und eine Stimme sagte, »Professor Clayton, Sie erstaunen mich. Begrüßen Sie Ihre Studenten immer mit der Waffe in der Hand?« »Wenn ich mich gezwungen sehe«, erwiderte Clayton. Die Gestalt erhob sich von ihrem Sitz und Clayton sah, dass die Stimme zu einem großen, nicht mehr ganz jungen Herrn in einem schlecht sitzenden Anzug mit Weste gehörte. Er hielt eine kleine Mappe in der Hand, die Clayton bemerkte, als der Mann in einer freundlichen Geste die Arme ausbreitete. »Ich bin kein Student.« »Offensichtlich. Auch wenn ich die Sache über das Einswerden mit dem Opfer genossen habe. Stimmt das, Professor? Können Sie das belegen? Ich wäre neugierig, die Studien zu sehen, die eine solche Behauptung untermauern. Oder war das aus dem Bauch heraus?« »Intuition«, erklärte Clayton. »Gepaart mit Erfahrung. Es gibt keine außergekräftigen klinischen Studien. Hat es noch nie gegeben, und ich bezweifle, dass es je welche geben wird.« Der Mann lächelte. »Zweifellos haben Sie Ross und seine bahnbrechende Arbeit über Chromosomendefekte gelesen. Und wie sieht es mit Finch und Alexander und der Michigan-Studie über das genetische Profil von zwanghaften Mördern aus?« »Sind mir vertraut,« erwiderte Clayton. »Natürlich, Sie waren Ross' Forschungsassistent, der erste, den er eingestellt hat, nachdem die Fördermittel bewilligt worden waren. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass die andere Studie eigentlich komplett von Ihnen stammt, unter deren Namen veröffentlicht, aber Ihre Arbeit, richtig? Bevor Sie Ihren Doktor gemacht haben. Sie sind gut informiert.« Der Mann kam langsam die Hörsaaltreppe herunter. Clayton zielte und hielt die Pistole mit beiden Händen. Er bemerkte, dass der Mann älter war als er selbst, wahrscheinlich Mitte bis Ende 50, mit graumiliertem Haar, das er sehr kurz geschnitten trug. Trotz seines wuchtigen Körpers wirkte er agil, fast leichtfüßig. Clayton taxierte ihn, so wie er es mit einem Sportkonkurrenten tun würde. Kein Langstreckenmann, aber ein ernstzunehmender Sprinter, der gefährlich beschleunigen konnte. »Langsamer, bitte«, sagte Clayton. »Und halten Sie Ihre Hände so, dass ich Sie sehen kann.« »Ich versichere Ihnen, Professor. Ich bin keine Bedrohung.« »Da habe ich meine Zweifel. Sie haben beim Betreten des Hörsaals den Metalldetektor ausgelöst.« »Ehrlich, Professor, ich bin nicht das Problem.« »Auch das wage ich zu bezweifeln«, erwiderte Jeffrey Clayton in scharfem Ton. »Es gibt alle möglichen Bedrohungen und alle möglichen Probleme in dieser Welt, und ich habe das Gefühl, Sie verkörpern ein Paar davon. Öffnen Sie Ihr Jackett, ohne hektische Bewegung, wenn ich bitten darf.« Der Mann war auf etwa fünf Meter herangekommen und blieb stehen. »Seit meinem Studium hat sich an der Uni einiges geändert«, meinte er. »Was Sie nicht sagen, zeigen Sie mir Ihre Waffe.« Der Mann enthüllte ein Schulterhalfter mit einer ähnlichen Pistole, wie sie Clayton in der Hand hielt. »Darf ich Ihnen meinen Ausweis zeigen?« fragte er. »Gleich. Es gibt sicher noch eine Ersatzwaffe, nicht wahr? Am Fußgelenk vielleicht? Oder hinten in Ihrem Gürtel?« »Wo ist sie?« Wieder lächelte der Mann. »Hinten im Gürtel.« Er hob langsam die Anzugjacke und drehte sich um, sodass eine zweite, kleinere Automatik in einem Halfter am unteren Rücken zum Vorschein kam. »Zufrieden?« wollte er wissen. »Wirklich, Professor. Ich bin in einer offiziellen Angelegenheit hier.« Offizielle Angelegenheit ist ein wunderbarer Euphemismus, der für alle möglichen gefährlichen Aktivitäten stehen kann. Und jetzt ziehen Sie langsam die Hosenbeine hoch. Der Mann seufzte. »Kommen Sie schon, Professor. Erlauben Sie mir, mich auszuweisen.« Clayton ruckte nur kurz mit dem Lauf seiner Pistole. Der Mann zuckte die Achseln und hob zuerst den Hosenaufschlag am linken Bein, dann am rechten Bein. Am rechten kam ein drittes Halfter ans Licht, in dem ein Wurfmesser stickte. »In meinem Fachgebiet kann man nicht vorsichtig genug sein. Und um welches handelt es sich? Nun, Professor, ich beschäftige mich mit demselben Thema wie Sie.« Er legte eine Pause ein, sodass ich noch einmal ein Grinsen über seine Züge schieben konnte, wie eine Wolke über den Mond. »Mit dem Tod.« Jeffrey Clayton deutete mit der Pistole auf einen Stuhl in der ersten Reihe. »Jetzt sehe ich mir gerne diesen Dienstausweis an«, sagte er. Der Besucher steckte vorsichtig die Hand in die Jackentasche und zog ein Kunstledermäppchen heraus, das er dem Professor entgegenhielt. »Werfen Sie es einfach hierhin, setzen Sie sich und verschränken Sie die Hände hinter dem Kopf.« Zum ersten Mal flackerte Verärgerung in den Augen des Mannes auf. Doch ebenso schnell gelang es ihm, seine Gefühle unter demselben gelassenen, spöttischen Lächeln zu verbergen. »Finden Sie das nicht ein wenig überzogen, Professor Clayton?« »Aber wenn es der Wahrheitsfindung dient.« Der Mann ließ sich auf dem gewünschten Platz in der vordersten Reihe nieder und Clayton beugte sich vor, um die Dienstmarke entgegenzunehmen, zielte dabei aber mit der Waffe weiter auf die Brust des Fremden. »Überzogen«, gab er zurück. »Verstehe. Ein Mann, der kein Student ist, dafür aber mindestens drei Waffen trägt, betritt meinen Hörsaal durch den Hintereingang, ohne einen Termin zu haben, ohne sich vorzustellen. Er scheint die eine oder andere Kleinigkeit über mich zu wissen, versichert mir augenblicklich, er sei keine Bedrohung und legt mir nahe, keine Vorsicht walten zu lassen. Haben Sie eigentlich die leiseste Ahnung, wie viele meiner Kollegen in diesem Semester angegriffen wurden? Wie viele Schusswechsel es gegeben hat, in die Studenten verwickelt waren? Und wissen Sie, dass wir der amerikanischen Bürgerrechtsunion eine einstweilige Verfügung verdanken, in deren Konsequenz wie die psychologische Unbedenklichkeitsprüfung bei der Immatrikulation neuer Studenten einstellen mussten, angeblich ein Eingriff in die Privatsphäre und so. Reizend, nicht wahr? Jetzt können wir die Verrückten nicht mehr aussieben, bevor sie bewaffnet bei uns auf der Matte stehen. Zum ersten Mal lächelte Clayton. Vorsicht, erklärte er, ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens. Der Mann im Anzug nickte. Da, wo ich arbeite, haben wir keine Probleme damit. Immer noch mit einem Lächeln antwortete der Professor, ich schätze, das ist gelogen. Sonst wären Sie nicht hier. Dr. Clayton klappte den Ausweis auf und sah einen goldgeprägten Adler über den Worten Abteilung Staatssicherheit. Der Adler, wie die Aufschrift, prangten über der unverwechselbaren, fast quadratischen Form des neuen westlichen Territoriums. Darunter stand deutlich in roten Ziffern eine 51. Auf der anderen Seite fand sich der Name des Mannes Robert Martin mit Unterschrift sowie seinem Dienstgrad Special Agent. Dies war das erste Mal, dass Clayton ein Dokument des geplanten 51. Bundesstaates zu sehen bekam. Er starrte eine Weile darauf, bevor er langsam sagte, Mr. Martin oder sollte ich Agent Martin sagen, falls das Ihr richtiger Name ist. Sie sind also bei der SS? Das Gesicht des Mannes verdüsterte sich. Wir ziehen State Security, Staatssicherheit vor. So viel Zeit muss sein. Die Abkürzung schätzen wir bekanntlich nicht, da sie hässliche, historische Assoziationen weckt. Ich persönlich sehe das nicht so eng, aber andere sind da, sagen wir, sensibler. Im Übrigen ist der Ausweis ebenso wie der Name echt. Falls Sie es wünschen, können wir ein Telefon suchen und ich gebe Ihnen eine Nummer, die Sie gerne anrufen können, um sich davon zu überzeugen, wenn Ihnen dann wohler ist. Ich wüsste nicht, wie ich mich mit irgendetwas, das den 51. Bundesstaat betrifft, wohlfühlen sollte. Wenn ich könnte, würde ich dagegen stimmen, dass er eingeführt wird. Glücklicherweise zählen Sie mit dieser Meinung zu einer klaren Minderheit. Und waren Sie überhaupt schon mal da, Professor? Haben Sie schon mal dieses Maß an Schutz und Sicherheit erlebt, das wir dort genießen? Nicht wenige sind der Überzeugung, dass er für das wahre Amerika steht. Ein Amerika, das in dieser modernen Welt verloren gegangen ist. Und nicht wenige glauben, dass sie alle verkappte Faschisten sind. Wieder grinste der Agent. Und dieses selbstzufriedene Lächeln verbande den Anflug von Ärger aus seinem Gesicht. Fällt Ihnen nichts Besseres als dieses abgegriffene Klischee ein? gab Agent Martin zurück. Clayton antwortete nicht gleich. Er warf dem Agenten die Dienstmarke wieder zu. Empfiel das von Brandwunden vernarbte Hautgewebe an der Hand des Mannes ins Auge und die überaus kräftigen Finger. Er schätzte, dass die Faust des Agenten für sich allein schon eine schlagkräftige Waffe war und fragte sich, ob er auch an anderen Körperteilen Narben trug. In dem schwachen Licht konnte er gerade noch eine rötliche Stelle an Martens Hals ausmachen und er wurde neugierig auf die Geschichte, die sie erzählte. Was auch immer passiert sein mochte, es hatte höchstwahrscheinlich eine beträchtliche Wut zurückgelassen, die im Kopf des Agenten Widerhalte. Das gehörte in der Psychologie der Verhaltensstörung zu den elementaren Lektionen. Clayton hatte über die Kausalität von Gewalt und körperlicher Deformation ausgiebig geforscht und deshalb nahm er sich vor, diesen Aspekt Martens im Auge zu behalten. Der Professor ließ ganz langsam die Waffe sinken, legte sie vor sich auf den Schreibtisch und schlug mit den Fingern auf dem Metall einen kurzen Trommelwirbel. Egal, worum Sie mich bitten wollen, ich werde es nicht tun, erklärte er nach kurzem Zögern. Egal, was Sie von mir wollen, ich habe es nicht und kann es nicht. Es interessiert mich nicht, weshalb Sie hergekommen sind. Agent Martin bückte sich und griff nach der Ledermappe, die er zu seinen Füßen abgestellt hatte. Er warf sie aufs Podium, wo sie mit einem Klatschen zu Boden fiel, das durch den ganzen Hörsaal halte. Sie rutschte mit einem ratschenden Geräusch bis zur Ecke von Claytons Pult. Werfen Sie nur einen Blick darauf, Professor. Clayton wollte sich danach bücken, hielt jedoch inne. Und wenn ich es nicht tue, Martin zuckte die Achseln, wobei jedoch dasselbe Grinsen einer Grinsekatze wie wenige Minuten zuvor seine Lippen umspielte. Oh, das werden Sie, Professor. Das werden Sie. Es würde Ihre Willenskraft übersteigen, mir diese Tatsache zurückzuschieben, ohne nachzusehen, was drin ist. Nein, das machen Sie nicht. Ihre Neugier ist längst geweckt und sei es auch nur ein akademisches Interesse. Sie sitzen mir gegenüber und fragen sich, was mich wohl dazu bewogen hat, die heile Welt, in der ich lebe, zu verlassen und hier rauszukommen, wo so ziemlich alles passieren kann. Nicht wahr? Es interessiert mich nicht die Bohne, wozu Sie gekommen sind und ich werde Ihnen nicht helfen. Der Agent schwieg und es sah nicht so aus, als dächte er über die Weigerung des Professors nach, sondern über eine andere Überzeugungsstrategie. Sie haben mal Literatur studiert, wenn ich recht informiert bin. Oh, Sie scheinen überaus gut informiert zu sein. Ja, Langstreckenläufer und obskure Bücher. Sehr romantisch. Aber auch ziemlich einsam, oder? Clayton startet den Agent schweigend an. Professor und Einsiedler in einer Person, nicht wahr? Was mich betrifft, so habe ich schon immer mehr für Sport übrig gehabt. Ich war in der Hockeymannschaft. Ich ziehe es vor, mein Gewaltpotenzial zu kanalisieren, es in geordnete, gesellschaftlich akzeptierte Bahnen zu lenken. Wie auch immer. Erinnern Sie sich an die Szene am Anfang des großen Romans von Monsieur Camus? La Peste? Delikater Moment im Glutofen der nordafrikanischen Stadt, als der Arzt, der für die Gesellschaft immer nur Gutes getan hat, sich auf einmal umschaut und sieht, dass Ratten aus dem Schatten taumeln, um in der sengenden Hitze und dem gleißenden Licht zu sterben. Und der Mann erkennt, nicht wahr, Professor, dass etwas Schreckliches bevorsteht. Denn es ist ein unerhörter Vorgang, dass eine Ratte zum Sterben aus der Gosse und Kloake und dem Dunkel herausgekrochen kommt. Erinnern Sie sich an diese Szene, Professor? Ja, erwiderte Clayton. Als Student hatte er in einem Seminar über apokalyptische Literatur Mitte des 20. Jahrhunderts für seine Argumentation in der Abschlussklausur genau dieses Bild verwendet. Er wusste augenblicklich, dass der Agent, der vor ihm saß, diese Arbeit gelesen hatte. Und ihn überkam dieselbe Panik wie in dem Moment, als er das rote Licht hatte aufleuchten sehen. Diese Situation ist irgendwie dieselbe, nicht wahr? Sie wissen, dass etwas Schreckliches zu Ihren Füßen liegen muss. Denn weshalb sonst sollte ich meine eigene, persönliche Sicherheit aufgeben, um zu Ihnen in den Hörsaal zu kommen, wo eines Tages nicht einmal mehr diese halbautomatische Pistole Ihnen angemessenen Schutz bieten kann. Sie klingen nicht wie ein Polizist, Agent Martin. Bin ich aber, Professor. Ein Polizist für unsere Zeit und unsere Verhältnisse. Er deutete mit einer vagen Geste auf das Alarmsystem des Hörsaals. In den Ecken unter der Decke waren altmodische Videokameras installiert. Die funktionieren nicht, oder? Sind offenbar mindestens zehn Jahre alt. Vielleicht auch älter. Beides richtig. Aber man lässt sie absichtlich da hängen, nicht wahr? Immerhin könnten sie bei jemandem einen Hauch von Bedenken auslösen. Richtig? Das ist vermutlich die Logik dahinter. Ich finde das interessant, meinte Martin. Wer zweifelt, zögert vielleicht. Das würde Ihnen die Zeit verschaffen, die Sie brauchen, um, ja, was? Zu fliehen, Ihre Waffe zu ziehen und sich zu verteidigen? Clayton spielte mehrere Reaktionen gedanklich durch, verwarf sie aber alle. Stattdessen starrte er auf die Mappe am Boden. Ich habe den Behörden schon bei mehreren Gelegenheiten geholfen. Es war immer eine ziemlich undankbare Sache. Der Agent unterdrückte ein leises Lachen. Für Sie vielleicht. Die Polizei Ihrerseits war Ihnen überaus dankbar. Sie werden wärmstens empfohlen. Sagen Sie, Professor, ist die Wunde an Ihrem Bein wieder gut verheilt? Clayton nickte. Das wissen Sie zweifellos selbst. Erwiderte er. Der Mann, der sie Ihnen beigebracht hat, was ist das ihm geworden? Ich vermute, die Antwort kennen Sie genauso gut wie ich. Ja, in der Tat. Er sitzt im Todestrakt in Texas, nicht wahr? Ja. Alle Berufserfahrung ausgeschöpft, richtig? Ich denke, ja. Dann sollte er jeden Moment die Todesspritze bekommen. Meinen Sie nicht? Nein, das meine ich nicht. Werden Sie eingeladen, Professor? Ich finde, bei der Soiree müssten Sie als Ehrengast zugegen sein. Ohne Ihre Arbeit hätte man ihn nicht geschnappt. Ist doch so, oder? Wie viele Menschen hat er doch gleich umgebracht? Waren es 16? Nein, 17. Prostituierte in Garfston. und einen Polizisten. Ah, richtig. 17. Sie hätten leicht der 18. sein können, wären Sie nicht so fix gewesen. Mit einem Messer, oder? Ja, er hat ein Messer benutzt. Viele verschiedene Messer. Zuerst ein großes italienisches Schnappmesser mit einer 15 cm langen Klinge. Dann hat er zu einem Jagdmesser gewechselt, mit einer gezackten Schneide, gefolgt von einem Skalpell, und zuletzt wählte er ein altmodisches Rasiermesser. Sie scheinen überaus gut informiert zu sein. Ja, Langstreckenläufer und obskure Bücher. Sehr romantisch. Aber auch ziemlich einsam, oder? Clayton starrte den Agent schweigend an. Professor und Einsiedler in einer Person, nicht wahr? Was mich betrifft, so habe ich schon immer mehr für Sport übrig gehabt. Ich war in der Hockeymannschaft. Ich ziehe es vor, mein Gewaltpotenzial zu kanalisieren, es in geordentlichen gesellschaftlich akzeptierte Bahnen zu lenken. Wie auch immer. Erinnern Sie sich an die Szene am Anfang des großen Romans von Monsieur Camus? La Peste? Delikater Moment im Glutofen der nordafrikanischen Stadt, als der Arzt, der für die Gesellschaft immer nur Gutes getan hat, sich auf einmal umschaut und sieht, dass Ratten aus dem Schatten taumeln, um in der sengenden Hitze und dem gleißenden Licht zu sterben. Und der Mann erkennt, nicht wahr, Professor, dass etwas Schreckliches bevorsteht. Denn es ist ein unerhörter Vorgang, dass eine Ratte zum Sterben aus der Gosse und Kloake und dem Dunkel herausgekrochen kommt. Erinnern Sie sich an diese Szene, Professor? Ja, erwiderte Clayton. Als Student hatte er in einem Seminar über apokalyptische Literatur Mitte des 20. Jahrhunderts für seine Argumentation in der Abschlussklausur genau dieses Bild verwendet. Er wusste augenblicklich, dass der Agent, der vor ihm saß, diese Arbeit gelesen hatte und ihn überkam dieselbe Panik wie in dem Moment, als er das rote Licht hatte aufleuchten sehen. Diese Situation ist irgendwie dieselbe, nicht wahr? Sie wissen, dass etwas Schreckliches zu Ihren Füßen liegen muss. Denn weshalb sonst sollte ich meine eigene, persönliche Sicherheit aufgeben, um zu Ihnen in den Hörsaal zu kommen, wo eines Tages nicht einmal mehr diese halbautomatische Pistole Ihnen angemessenen Schutz bieten kann? Sie klingen nicht wie ein Polizist, Agent Martin. Bin ich aber, Professor. Ein Polizist für unsere Zeit und unsere Verhältnisse. Er deutete mit einer vagen Geste auf das Alarmsystem des Hörsaals. In den Ecken unter der Decke waren altmodische Videokameras installiert. Die funktionieren nicht, oder? Sind offenbar mindestens zehn Jahre alt. Vielleicht auch älter. Beides richtig. Aber man lässt sie absichtlich da hängen, nicht wahr? Immerhin könnten sie bei jemandem einen Hauch von Bedenken auslösen. Richtig? Das ist vermutlich die Logik dahinter. Ich finde das interessant, meinte Martin. Wer zweifelt, zögert vielleicht. Das würde ihnen die Zeit verschaffen, die sie brauchen, um, ja, was? Zu fliehen, ihre Waffe zu ziehen und sich zu verteidigen? Clayton spielte mehrere Reaktionen gedanklich durch, verwarf sie aber alle. Stattdessen starrte er auf die Mappe am Boden. Ich habe den Behörden schon bei mehreren Gelegenheiten geholfen. Es war immer eine ziemlich undankbare Sache. Der Agent unterdrückte ein leises Lachen. Für sie vielleicht. Die Polizei ihrerseits war ihnen überaus dankbar. Sie werden wärmstens empfohlen. Sagen sie, Professor, ist die Wunde an ihrem Bein wieder gut verheilt? Clayton nickte. Das wissen sie zweifellos selbst, erwiderte er. Der Mann, der sie ihnen beigebracht hat, was ist das ihm geworden? Ich vermute, die Antwort kennen sie genauso gut wie ich. Ja, in der Tat. Er sitzt im Todestrakt in Texas, nicht wahr? Ja. Alle Berufserfahrung ausgeschöpft, richtig? Ich denke, ja. Dann sollte er jeden Moment die Todesspritze bekommen. Meinen sie nicht? Nein, das meine ich nicht. Werden sie eingeladen, Professor? Ich finde, bei der Soiree müssten sie als Ehrengast zugegen sein. Ohne ihre Arbeit hätte man ihn nicht geschnappt. ist 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 doch so, oder? Wie viele Menschen hat er doch gleich umgebracht? Waren es 16? Nein, 17. Prostituierte in Garfston und einen Polizisten. Ah, richtig. 17. Sie hätten leicht der 18. sein können, wären sie nicht so fix gewesen. Mit einem Messer, oder? Ja, er hat ein Messer benutzt. Viele verschiedene Messer. Zuerst ein großes italienisches Schnappmesser mit einer 15 cm langen Klinge. Dann hat er zu einem Jagdmesser gewechselt, mit einer gezackten Schneide, gefolgt von einem Skalpell und zuletzt wählte er ein altmodisches Rasiermesser. In ein, zwei Fällen hat er ein gewetztes Buttermesser verwendet und das alles hat der Polizei reichlich Kopfzerbrechen bereitet. Aber ich glaube der Agent nickte, als verstünde er etwas, das zwischen den Zeilen mitschwang. Ich kenne Ihre sämtlichen Fälle, Professor, sagte er kryptisch. Viele waren es ja nicht, wie? Und jedes Mal haben sie sich geziert. Das steht auch in ihrer Akte beim FBI. Professor Clayton stellt sein Fachwissen nur ungern zur Verfügung, egal wo das Problem liegt. Ich frage mich, was sie ab und an dazu bewegt, diese ach, so eleganten heiligen Hallen der ehrwürdigen Alma Marta zu verlassen, um in den Niederungen der realen Gesellschaft auszuhelfen. Wenn sie sich tatsächlich einmal hergeben, ist es dann das Geld? Nein, aus materiellen Dingen scheinen sie sich nicht viel zu machen. Ruhm? Offenbar nicht. Dem gehen sie offenbar aus dem Weg. Untypisch für ihren Berufsstand. Faszination? Vielleicht. Das leuchtet durchaus ein. Naja, und wenn sie sich einmal herabbequemen, dann scheinen sie einzigartig erfolgreich zu sein. Ich habe ein-, zweimal Glück gehabt. Das ist alles. Meistens ist es nichts weiter als eine Mischung aus Sachkenntnis und Spekulation. Das wissen sie. Der Agent holte tief Luft und senkte die Stimme. Sie stellen ihr Licht unter den Schiffel, Professor. Ich weiß alles über diese erfolgreichen Fälle und ich vermute, dass sie besser sind als das andere halbe Dutzend Akademiker und Spezialisten, auf die sich die Behörden manchmal stützen. Ich weiß von dem Mann in Texas und wie er ihnen in die Falle getappt ist und von der Frau in Georgia, die in dem Altenheim gearbeitet hat. Ich weiß von den beiden Teenagern in Minnesota mit ihrem kleinen Mordclub und dem kleinen Streuner unten in Springfield ein Steinwurf von hier. Miese kleine Stadt. Aber was der Kerl dort gemacht hat, wirklich, das hatten die nicht verdient. Fünfzig, oder? Zu so vielen Geständnissen haben sie ihn jedenfalls gebracht. Aber es waren mehr, oder, Professor? Ja, es waren mehr. Bei fünfzig haben wir aufgehört zu zählen. Kleine Jungs, nicht wahr? Fünfzig kleine verwahrloste Bänge, die in der Umgebung des Jugendzentrums herumlungerten, die auf der Straße lebten und dann starben. Wer interessierte sich schon für die? Sie haben Recht, stimmte Clayton ausdruckslos zu. Niemand hat sich für sie interessiert, weder vor ihrer Ermordung noch danach. Ich weiß über den Mann Bescheid, ehemaliger Sozialarbeiter, richtig? Wieso fragen Sie, wenn Sie alles wissen? Eigentlich interessiert sich niemand dafür, wieso jemand ein Verbrechen begeht, oder Professor? Das Einzige, was zählt, ist wer und wie. Seit man den Zusatzartikel zur Unentschuldbarkeit in die Verfassung aufgenommen hat, ja, da liegen Sie richtig. Aber als Polizist sollten Sie das alles ebenfalls wissen. Und Sie sind der Professor mit dem antiquierten Interesse an der emotionalen Befindlichkeit von Kriminellen. der veralteten, aber zuweilen auch notwendigen Psychologie des Verbrechens. Martin holte Tiefluft. Der profilierteste Profiler, sagte er. Sollte ich Sie nicht so nennen. Ich werde Ihnen nicht helfen, beharrte Clayton. Der Mann, der mir die Frage nach dem Warum beantworten kann. Stimmt's, Professor? Diesmal nicht. Der Agent lächelte wieder. Ich weiß von jeder Narbe, die diese Fälle Ihnen beigebracht haben. Das wage ich zu bezweifeln, entgegnete Clayton. Doch, bestimmt. Clayton wies mit dem Kinn auf die Mappe. Und das da? Das da ist was Besonderes, Professor. Jeffrey Clayton stieß ein kurzes sarkastisches Lachen aus, das durch den leeren Hörsaal halte. Was Besonderes! Jedes Mal, wenn jemand an mich herangetreten ist, und es ist immer wieder das Gleiche, wissen Sie, kam ein Mann in einem nicht eben teuren blauen oder braunen Anzug mit einer Leder Aktentasche und einem Verbrechen, das eine einmalige Expertise erforderte. Jedes Mal sagt ihr alle genau das Gleiche. Ob der Anzug nun vom FBI oder dem Stammt oder meinetwegen auch aus irgendeinem entlegenen Revier, etwas Besonderes ist es allemal. Soll ich Ihnen was sagen, Agent Martin von der SS? Sie sind nichts Besonderes, kein bisschen. Die Fälle sind einfach nur schrecklich, weiter nichts, sie sind hässlich und abscheulich, sie haben immer mit dem Tod in seiner ekelhaftesten, widerwärtigsten Form zu tun. Geschundene und zerstückelte Menschen, vielleicht auch in immer wieder neuen einfallsreichen Variationen ausgeweidet und zu Hackfleisch verarbeitet. Aber soll ich Ihnen sagen, was sie nicht sind? Etwas Besonderes. Nein, das sind sie nicht. Sie gleichen sich alle. Immer wieder dieselbe Geschichte, ein bisschen anders verpackt, besonders, nein, kein bisschen, eher gewöhnlich. Serienmord ist in unserer Gesellschaft so alltäglich wie eine schlichte Erkältung, so vertraut wie der tägliche Sonnenauf- und Untergang. Es ist eine Ablenkung, ein Zeitvertreib, eine Unterhaltung. Verdammt, wir sollten knappe Spielberichte im Sporthall der Tageszeitung einführen, direkt neben den Ranglisten. Kurz und gut, dieses Mal werde ich, egal wie ratlos und verwirrt sie sein mögen, egal wie sehr sie die Sache frustriert, einfach passen. Der Agent stellte beide Beine auf den Boden. Nein, entgegnete er ruhig. Nein, ich glaube nicht. Clayton beobachtete, wie Agent Martin sich langsam erhob. Zum ersten Mal sah er in die Augen des Mannes, die sich verengten und ihn mit einer schneidenden Härte, einer schmerzenden Intensität fixierten, wie ein Scharfschütze seine Zielperson in den Blick nimmt, in der Millionstel Sekunde bevor er abdrückt. Martens Stimme hat einen harten, klirrenden Ton angenommen und er betonte jede Silber einzeln. Behalten Sie die Aktentasche, überprüfen Sie den Inhalt. Sie finden die Nummer eines hiesigen Hotels, unter der Sie mich erreichen können. Ich erwarte Ihren Anruf heute Abend. Und wenn ich beim Nein bleibe, wenn ich nicht anrufe? Der Agent starrte ihn weiter an. Er holte tief Luft, bevor er sagte, Jeffrey Clayton, Professor für Psychologie des Abnormen, Universität Massachusetts, Berufung kurz nach der Jahrtausendwende, Lehrstuhl, drei Jahre später durch Mehrheitsbeschluss. Keine Frau, keine Kinder. Hin und wieder eine Freundin, die sich wünscht, sie würden sich endlich entscheiden und eine Familie gründen, aber sie denken gar nicht daran, was? Nicht, weil sie schwul wären, sondern aus einem anderen Grund. Stimmt's? Vielleicht kommen wir bei Gelegenheit darauf zu sprechen. Was noch? Ach so, ja, sie lieben Fahrradtouren in den Bergen und spielen manchmal in der Sporthalle bei einem Basketballmatch mit. Außerdem joggen sie jeden Tag ihre sieben, acht Meilen. Bescheidene Ausbeute an akademischen Schriften, sie sind Autor einer Reihe bemerkenswerter Studien zu gemeingefährlichem Verhalten, die relativ unbekannt geblieben sind. Dafür aber haben sie quer durchs Land bei Strafverfolgungsbehörden von sich reden gemacht, weil die nämlich ihre profunden Kenntnisse bedeuten, besser zu würdigen wissen als ihre Kollegen in der Hochschule. Gelegentliche Vorträge in der Abteilung für Verhaltensforschung beim FBI in Quantico, bevor die dicht gemacht haben. Die verfluchten Kürzungen. Gastdozent im John J. College für Strafrechtspflege in New York. Der Agent legte eine Atempause ein. Sie kennen demnach meinen Lebenslauf, unterbrach ihn Clayton. In- und auswendig, erwiderte der Agent schroff. Den hätten sie auch von der PR-Abteilung der Universität bekommen können. Agent Martin nickte. Eine Schwester, die in Isla Morada, Florida lebt. Hat nie geheiratet, oder? Genau wie sie. Ist es nicht eine verblüffende Übereinstimmung? Sie kümmert sich um ihre Mutter, pflegebedürftige Frau, und sie arbeitet da unten bei einer Zeitschrift, schreibt Rätsel. Einmal die Woche. Interessanter Job, muss ich sagen. Hat sie dasselbe Alkoholproblem wie sie, oder ist es bei ihr eine andere Abhängigkeit? Clayton saß kerzengerade. Ich habe kein Alkoholproblem, genauso wenig wie meine Schwester. Nicht? Gut, freut mich zu hören. Frage mich nur, wie dieses kleine Detail bei meinen Recherchen auftauchen konnte. Ich habe keine Ahnung. Nein, vermutlich nicht. Der Polizist lachte wieder. Ich weiß alles über sie, erklärte er. Und auch eine Menge über ihre Familie. Sie sind ein Mann, der einiges vorzuweisen hat. Ein Mann, der in Sachen Mord berühmt berüchtigt ist. Was wollen Sie damit sagen? Ich meine, Sie wurden erfolgreich zu einer Reihe von Fällen hinzugezogen, aber Sie zeigten kein Interesse daran, aus diesen Erfolgen Profit zu schlagen. Sie haben mit den Spitzenleuten auf diesem Gebiet zusammen gearbeitet, scheinen aber mit ihrer Anonymität ganz zufrieden zu sein. Das entgegnete Clayton schroff ist meine Sache. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Haben Sie gewusst, dass Ihre Studenten Sie hinter Ihrem Rücken Professor Tod nennen? Ja, das ist mir zu Ohren gekommen. Und Professor Tod? Wieso ziehen Sie es vor sich weit gehend im verborgenen hier an einer großen schlecht ausgestatteten teilweise altersschwachen staatlichen Uni abzurackern? Auch das ist meine Angelegenheit. Mir gefällt's hier. Aber jetzt ist es auch meiner Angelegenheit, Professor. Clayton sagte nichts. Er strich mit den Fingern über den Stahl der Pistole auf dem Schreibtisch vor ihm. Der Agent fuhr in unfreundlichem, fast heiserem Ton fort. Sie werden die Aktentasche nehmen, Professor. Sie werden nachsehen, was drin ist. Dann werden Sie mich anrufen und mir helfen, mein Problem zu lösen. sind Sie da so sicher? fragte Clayton in einem Ton, der trotziger als beabsichtigt ausfiel. Ja, erwiderte Agent Martin. Ja, ich bin mir sicher, denn, Professor, ich kenne nicht nur Ihren Lebenslauf, diesen ganzen Quatsch für das Who's Who und all das, was die PR-Seiten ihrer Uni füllt, sondern ich weiß noch etwas anderes, etwas Wichtigeres, etwas, das all diesen anderen Behörden, Universitäten, Zeitungen, Studenten, Kollegen und weiß Gott wer noch alles eben nicht wissen. Ich habe sozusagen selbst noch mal die Unibank gedrückt, Professor. Fachbereich töten. Und zufällig habe ich auch bei Ihnen studiert, habe dabei ein paar interessante Entdeckungen gemacht. Clayton konnte nur mit Mühe das Zittern in seiner Stimme verbergen. Was sollte das wohl sein? fragte er. Agent Martin lächelte. Sehen Sie, Professor, ich weiß, wer Sie wirklich sind. Clayton sagte nichts. Eine Eiseskälte durchfuhr seinen Körper. Der Agent ging in Flüsterton über. Hopewell, New Jersey, wo Sie die ersten neun Jahre Ihres Lebens verbracht haben, bis Sie eines Nachts im Oktober vor einem Vierteljahrhundert weggegangen und nie zurückgekehrt sind. Da hat alles angefangen. Richtig, Professor. Alles was? schoss Clayton zurück. Der Agent nickte bedächtig, wie ein Kind auf dem Spielplatz, das mit einem Geheimnis prahlt. Agent Martin schwieg und beobachtete, welche Wirkung seine Worte in Claytons Mimik auslösten, als rechnete er sowieso mit keiner Antwort auf seine Frage. Er ließ das Schweigen, das sich wie früher Morgennebel im Herbst über den leeren Raum zwischen ihnen legte, langsam sinken. Dann nickte er erneut. Ich freue mich auf Ihren Anruf heute Abend, Professor. Es gibt jede Menge Arbeit und wenig Zeit. Am besten fangen wir ganz schnell an. Wollen Sie mir mit irgendetwas drohen, Agent Martin? Falls ja, drücken Sie sich lieber etwas deutlicher aus, denn ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das soll. Clayton sprach hastig, viel zu hastig, um zu überzeugen, was ihm in dem Moment klar wurde, als ihm die Worte herausgeplatzt waren. Oh doch, erwiderte er gleichmütig. Oh doch, ich glaube, das wissen Sie genau. Er zögerte nur für Sekunden. Sie dachten, sie könnten sich verstecken, nicht wahr? Clayton sagte nichts. Sie dachten, sie könnten sich für immer verbergen. Der Agent deutete mit einer letzten Geste auf die Aktentasche, die neben dem Pult lag. Dann machte er verkehrt und stieg, ohne sich noch einmal umzusehen, forsch und energisch die Treppe hoch. Die Dunkelheit am hinteren Ende des Hörsaals schien ihn zu verschlucken. Als sich die Tür zu dem hell erleuchteten Korridor öffnete, trat noch einmal der breite Rücken des Polizisten in einer scharfen Silhouette hervor. Dann fiel die Tür mit einem dumpfen Schlag zu und der Professor war endlich allein auf dem Podium. Jeffrey Clayton saß wie an seinem Stuhl geschweißt reglos da. Dann sah er sich Moment lang hektisch in alle Richtungen um und schnappte nach Luft. Er konnte es nicht ertragen, dass der Hörsaal keine Fenster hatte. Es war, als wäre die Luft im Raum zu dünn geworden. Aus dem Augenwinkel heraus sah er die rote Alarmleuchte unbeachtet weiterblinken. Er legte die Hand an die Stirn und begriff. Alles aus. Mein Leben ist vorbei. Ein Problem, das sich Er lief langsam über den Campus und hatte keinen Blick für die Studenten Trauben, die sich auf den Pfaden drängten, während ihn frostige Gedanken und schwarze Panik aus fremdartigen Schichten seines Bewusstseins verstörten. Hinter dem kühlen Herbstnachmittag lauerte schon der Abend, und zwischen den nackten Zweigen der letzten Eichen, die über das Universitätsgelände verstreut waren, schlich sich bereits die und er zitterte. Er hob für einen Moment den Kopf und blickte nach Westen, wo der schmale Strich eines purpurroten Horizonts die fernen Hügel in Falten legte. Der Himmel selbst schien zu einem Dutzend verschiedener Schattierungen eines schwachen Graus zu verschwimmen, die alle mit Nachdruck erklärten, dass der Winter nahte. Wenn die glühenden Farben des Herbstes längst verblasst waren und der erste Schnee nicht mehr lange auf sich warten ließ, das war in seinen Augen die schlimmste Jahreszeit in New England. Wie ein lebensmüder alter Mann zog sich die Welt in ihr Schneckenhaus zurück. Die uralten brüchigen Knochen, die bei jedem Schritt knirschten, taugten nur noch, um sich von einem Tag zum nächsten zu schleppen, während sich bereits der erste Frost des Todes meldete. Etwa fünfzig Meter entfernt vor der Kennedy Hall, einem der vielen trostlosen Zementgebäude, denen die alten efeu bewachsenen Klinkerbauten gewichen waren, kam es zu einem Handgemenge und wütende Stimmen wehten mit der kalten Brise herüber. Geoffrey kauerte sich hinter Er horchte, konnte jedoch nicht herausfinden, worum sich die Auseinandersetzung drehte. Er hörte nur einen Schwall von Obszönitäten, die wie tote Blätter in einem Sturm hin und her gewedelt wurden. Er sah, wie zwei Campus Polizisten auf den Kampf zueilten. Sie trugen Schutzkleidung am ganzen Körper und ihre schweren stahlverstärkten Stiefel klangen auf den geteerten Wegen wie Hufe. Hinter den undurchsichtigen Schutzvisieren ihrer Helme konnte er ihre Augen nicht sehen. Aus einer anderen Richtung näherten sich zwei weitere Beamte. Im Laufschritt lösten sie die Bewegungsmelder der Straßenlaternen aus, in deren gelbem Licht ihre gezückten Waffen glitzerten. Die Campuspolizei patrouillierte grundsätzlich nur noch paarweise, seit im vergangenen Jahr Mitglieder einer Studentenverbindung einen Mann in ihre Gewalt gebracht hatten, der allein und undercover in einem Drogenfall gearbeitet hatte. Sie hatten ihn in einen Keller geschleppt, nackt ausgezogen und sich an seinem bewusstlosen Körper in erniedrigender Weise vergangen, um ihn schließlich in Brand zu stecken. Zu viel Alkohol, zu viele Drogen, ein wenig Kerosin und das völlige Fehlen eines Gewissens. Der Mann starb und das Haus der Studentenverbindung brannte nieder. Wer die Tat begangen hatte, kamen die drei verantwortlichen Studenten nie vor Gericht, da das meiste Beweismaterial in den Flammen aufgegangen war. Inzwischen war nur noch einer von ihnen am Leben. Einer war noch vor dem Abschlussexamen in einem der vielstöckigen Studentenwohnheime bei einem mysteriösen Vorfall zu Tode gekommen. Er war 21 Stockwerke tief einen Fahrstuhlschacht hinuntergestürzt. Der zweite hatte eine Nacht im Wagen in einem Preiselbeersumpf gelandet und ertrunken war. Wie Jeffrey erfahren hatte, war wohl ein zweites Fahrzeug im Spiel gewesen, das sich mit dem Sportcoupé eine rasante Verfolgungsjagd geliefert hatte. Die zuständige Dienststelle der Staatspolizei hatte dagegen offiziell erklärt, es habe sich um den Unfall eines einzigen Wagens gehandelt. Natürlich gehörte der Wachdienst auf dem Campus zur Staatspolizei. zurückgekehrt. Er verließ sein Zimmer nicht mehr und war dabei, langsam aber sicher den Verstand zu verlieren oder auch zu verhungern, während er sich im Wohnheim verschanzte. Inzwischen hatten sich die vier Polizisten in die Menge gedrängt. Einer schwang in großem Bogen einen Schlagstock aus Grafit. Links von ihm klirrte splitterndes Glas. Dann folgte ein kreischender Schmerzensschrei. Als Jeffrey hinter dem Baum hervortrat, hatte sich die Menge bereits zerstreut. Einige der Studenten liefen eilig davon. Die vier Polizisten standen breitbeinig über zwei jungen Männern, die in Handschellen zu Boden gedrückt wurden. Einer der Jugendlichen bäumte sich auf und spuckte auf die Cops, was ihm einen Tritt in den Brustkorb einbrachte. Der Junge schrie auf, sodass es von den Gebäuden rund um den Campus wieder hallte. Erst jetzt bemerkte der Professor eine Gruppe junger Frauen, die der Auseinandersetzung aus dem Fenster im zweiten Stock des Instituts für Rassenkonfliktforschung zugesehen hatten. Sie schienen den Vorfall amüsant zu finden, denn hinter der kugelsicheren Scheibe lachten sie und zeigten mit dem Finger auf das Geschehen. Sein Blick wanderte zum Erdgeschoss Es galt als zu schwierig und zu teuer, die Büros und Übungsräume im Parter in Schuss zu halten. Zu viele Einbrüche, zu viel Vandalismus. Folglich hatte man sämtliche ebenerdigen Räume den Graffiti und zerbrochenen Fensterscheiben überlassen. Auf den Treppen nach oben waren Sicherheitsschleusen eingerichtet, die dabei halfen, die meisten Waffen aus den Hörsälen und Übungsräumen fernzuhalten. In jüngster Zeit war allerdings das Problem aufgetaucht, dass einige Studenten in den verlassenen Erdgeschoss trakten, jeweils unter den Räumen, in denen eine Klausur anstand, Feuer legten. Jetzt in der Prüfungsphase experimentierte der Wachdienst damit, in den leerstehenden Bereichen abgerichtete Hunde loszulassen. Die Tiere jaulten viel, sodass sich die Studenten bei den Klausuren schwer konzentrieren konnten, während ansonsten die Rechnung aber aufzugehen schien. Die Ordnungshüter hatten die beiden Verhafteten aufgehoben und kam auf Jeffrey zu. Er sah, dass sich ihre Köpfe unablässig in alle Richtungen drehten, um die Dächer im Auge zu behalten. Scharfschützen, dachte er und horchte, ob Hubschrauber im Anflug waren, um zusätzlich Schutz zu bieten. Er hätte sich nicht gewundert, wenn Schüsse gefallen wären. Doch die blieben aus. Das überraschte ihn. Man schätzte, über die Hälfte der 25.000 Studenten an der Universität die meiste Zeit Waffen bei sich trugen. Und ein netter kleiner Schuss, wenn sich zufällig ein Campus Polizist als Zielscheibe bot, galt so wie ein Jahrhundert zuvor die Pepp Rally vor dem Sportereignis als Hälgereien, Vergewaltigungen und Messerstechereien gewöhnlich um die Verletzungen eines halben Dutzends Schießereien, die sich irgendwo zufällig ergaben. Alles in allem jedoch, das wusste Jeffrey, war die Statistik nicht alarmierend, sondern hielt sich im Normalbereich. Er musste daran denken, wie glücklich er sich schätzen konnte, dass die Universität in einer kleinen, vorwiegend ländlichen College-Stadt lag. An den großen städtischen Lehranstalten waren die Zahlen viel schlimmer. Dort war man seines Lebens nicht sicher. Er zeigte sich auf dem Gehweg und einer der Polizisten drehte sich in seine Richtung. Hey, Professor, wie geht's? Danke, mir geht's gut. Gibt's Probleme? Die beiden hier? Nee, Wirtschaftsstudenten. Meinen, die Welt gehörte jetzt schon ihnen. Eine Nacht hinter Gittern bringt sie wieder zur Vernunft. Ein paar Schläge auf den Hinterkopf sollen bekanntlich das Denkvermögen fördern. Der Freund und Helfer zog mit einem Ruck die Arme des Teenagers hoch und der Junge fluchte vor Schmerz. Kaum ein Campus Wachmann hatte die College Bank gedrückt. Die meisten entstammten dem neuen staatlichen Berufsschulsystem und hatten für die Studenten unter denen sie lebten nur Verachtung übrig. Gut, niemand verletzt? Diesmal nicht. Hey, Professor, sind Sie allein? Jeffrey nickte. Der Polizist zögerte. Er und sein Partner hatten einen der Kampfhähne im festen Griff zwischen sich, sodass sie ihn halb über den Gehweg schleiften. Der Wachmann schüttelte den Kopf. Sollten nicht allein rumlaufen, schon gar nicht gegen Abend, Professor. Wissen Sie doch, Sie sollten beim Begleitschutz anrufen und sich jemanden schicken lassen, der Sie zum Parkplatz bringt. Sind Sie bewaffnet? Jeffrey klopfte mit der flachen Hand auf seine halbautomatische Pistole, die in seinem Gürtel steckte. Okay, sagte der Polizist zögerlich. Aber lassen Sie sich gesagt sein, Professor. Sie haben an Ihrer Jacke Knöpfe und Reißverschluss zugemacht. Es wäre besser, Sie kämen schnell an Ihre Pistole ran, statt dass sie sich erst halb ausziehen müssen, bevor sie auch nur einen Schuss abfeuern können. Hol mich der Teufel, wenn ich der erste bekiffte Grünschnabel mit dem Sturmgewehr, der sauer auf sie es längst Schweizer Käse aus ihn gemacht hat, bevor sie die Waffe gezogen haben. Beide Beamten lachten und Jeffrey nickte lächelnd. Keine schöne Art, seinen Hut zu nehmen. Kleiner Snack für einen Psychopathen nehme ich an, ein bisschen Senf, ein bisschen Schweizer Käse. Ha, klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Die Cops lachten immer noch. Okay, Professor, passen Sie auf sich auf, haben nämlich keine Lust, sie in Leichensack zu packen, und wechseln Sie immer wieder die Rute. Hört mal, Jungs, erwiderte Jeffrey und öffnete die Arme weit. Für wie dämlich haltet ihr mich. Die Polizisten nickten, auch wenn er vermutete, dass sie jeden, der an der Uni lehrte, grundsätzlich für dämlich hielten. Mit einem weiteren Ruck an den Armen ihres Gefangenen setzten sie ihren Weg über das Gelände fort. Der Junge brüllte, sein Vater werde sie wegen Gewaltanwendung verklagen, doch seine Schreie und Beschwerden verhalten im frühen Abendwind. Jeffrey sah ihn hinterher, bis sie im Innenhof verschwanden. Ihr Weg war vom gelblichen Schein der Straßenlaternen ausgeleuchtet, die helle Kreise in die rasch einsetzende Dunkelheit schnitten. Er zögerte einen Moment, dann lief er zügig weiter. Er ignorierte ein Auto, das auf einem der ungesicherten Parkplätze von einer Brandbombe entzündet lichterloh brannte. Wenig später trat eine studentische Prostituierte aus dem Schatten und bot mit ihm Sex im Tausch gegen Seminarbescheinigungen an. Er wies sie ab und hastete weiter, während seine Gedanken um die Aktentasche und den Überbringer kreisten, der zu wissen schien, wer er war. Seine Eigentumswohnung lag einige Häuserblocks vom Campus entfernt, in einer eher ruhigen Nebenstraße, die ursprünglich zu Wohnungszwecken für die Universitätsangehörigen errichtet worden war. Sie bestand aus älteren Holzrahmenhäusern mit weißen Schindeln und hatte einen gewissen viktorianischen Flair dank der breiten, überdachten Hauseingänge und der Fensterscheiben mit Facettenschliff. Noch vor einem Jahrzehnt waren die Häuser wegen ihres nostalgischen Charmes und ihres jahrhunderte alten Erbes heiß begehrt gewesen. Doch wie fast alles Alte in der Kommune hatten praktische Erwägungen ihren Wert gemindert. Sie waren bei Einbrechern beliebt. Wegen ihrer zurückgesetzten Lage im Schatten von Bäumen und Büschen sowie wegen der veralteten Verkabelung, die sich für pyroelektrische Alarmanlagen nicht eignete, waren sie wenig sicher. Seine eigene Wohnung verfügte wenigstens über eine ältere Videoüberwachung. Aus Gewohnheit war dies das Erste, was er bei seiner Heimkehr überprüfte. Beim schnellen Zurückspulen des Videos überzeugte er sich davon, dass die einzigen Besucher an diesem Tag der hiesige Briefträger, wie immer in Begleitung seines Kampfhundes war, dem wenig später zwei junge Frauen mit Skimasken folgten. Offensichtlich auf der Suche nach schneller Beute hatten sie seinen Türknauf ausprobiert, sich dann allerdings von der Elektroschockanlage abschrecken lassen, die er persönlich eingebaut hatte. Nicht stark genug, um jemanden umzubringen, doch immerhin so kräftig, dass jeder, der die Hände um den Griff schüttelt. Er sah, wie eine der Frauen zu Boden ging und vor Wut und Schmerz aufheulte, was ihn mit einer Woge der Befriedigung erfüllte. Er hatte die Vorrichtung selbst erfunden und sie stützte sich auf die Kenntnis der menschlichen Natur. Jeder, der irgendwo einbrechen möchte, wird es unweigerlich zuerst mit der Tür versuchen, nur um sicherzugehen, dass tatsächlich abgeschlossen war. Seine war es natürlich nicht. Stattdessen stand sie unter 750 Volt Strom. Er bereitete den Videorekorder wieder zur Aufnahme vor. Er wusste, dass er am Ende eines langen Tages Hunger haben sollte, hatte er aber nicht. Er ließ langsam und laut die Luft aus seinen Lungen entweichen und ging in die kleine Küche, wo er eine Flasche finnischen Wodka im Tiefkühlfach fand. Er goss sich ein mit ihm bitter und kalt die Kehle hinunter ran. Dann betrat er sein Wohnzimmer und warf sich in einen Ledersessel. Er sah, dass auf dem Anruf Beantworter eine Nachricht auf ihn wartete und wusste ebenso gut, dass er sie ignorieren würde. Er streckte die Hand danach aus und hielt inne. Stattdessen nahm er noch einen Schluck aus seinem Glas und nicht nur das. Ich war neun und hatte Angst. Was weiß man mit neun Jahren? fragte er sich plötzlich. Wieder atmete er langsam aus. Dann kannte er die Antwort. Man weiß nichts und gleichzeitig alles. Jeffrey Clayton fühlte sich, als triebe ihm jemand eine Nadel in die Stirn. Nicht einmal der Alkohol konnte den pochenden Schmerz überdecken. Es war eine Nacht wie diese. Vielleicht nicht ganz so kalt und es lag Regen in der Luft. Er dachte, ich erinnere mich an den Regen, denn als wir gingen, spuckte er mir ins Gesicht, als hätte ich was Unrechtes getan. Der Regen schien all die wütenden Worte zu verschlucken und er stand nach so viel Gebrüll endlich stumm in der Tür und sah uns hinterher. Was sagte er noch gleich? Geoffrey entsann sich wieder. Ich brauche euch, dich und die Kinder und ihre Antwort. Nein, das tust du nicht. Du hast ja dich. Und er hatte erwidert, ihr seid alle ein Teil von mir. Dann hatte er die Hand seiner Mutter gefühlt, ihn ins Auto schob und auf den Rücksitz drückte. Er wusste noch, dass sie seine kleine Schwester auf dem Arm trug, die weinte. Sie hatten nicht genügend Zeit gehabt, mehr zu packen als ihren kleinen Rucksack, nur ein paar Kleider zum Wechseln. Sie hat uns in den Wagen geworfen, dachte er, und gesagt, blickt nicht zurück, seht ihn nicht an. Und dann fuhren wir los. Er hatte seine Mutter vor Augen. Das war die Nacht, in der sie alt geworden war, und die Erinnerung machte Wir sind von zu Hause weg gegangen, weiter nichts. Sie hatten einen Streit, einen von vielen, schlimmer als sonst, aber nur, weil es der letzte war. Ich habe mich in meinem Zimmer versteckt und versucht, nicht hinzuhören. Worüber haben sie sich gestritten? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nie gefragt, ich habe es nie erfahren, nur dass es diesmal das Ende war, und das wusste ich. Wir sind in den Wagen gestiegen und losgefahren. Wir haben ihn nie wieder gesehen, nicht ein einziges Mal. Er nahm noch einen langen Schluck. Na und? Eine traurige Geschichte, aber nicht ungewöhnlich. Eine zerrüttete Beziehung, Frau und Kinder gehen, bevor bleibender Schaden entsteht. Sie war tapfer. Sie angefangen, an einem Ort, wo er keinem von uns wehtun konnte. Gar nicht so ungewöhnlich, richtet natürlich psychischen Schaden an, das weiß ich durch meine eigenen Studien und dank meiner eigenen Therapie, aber irgendwann hat man es überwunden. Alles überwunden. Ich bin kein seelischer Krüppel. Er sah sich in seiner Wohnung um. In der Ecke stand ein Schreibtisch, auf dem sich egal gezwängt, zweckmäßiges Mobiliar, nichts, dem er nachtrauern würde oder das sich nicht leicht ersetzen ließe, falls es gestohlen würde. An einer Wand hing ein paar seiner Auszeichnungen und Diplome, hier und da Reproduktionen von Klassikern der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts, darunter Warholts Suppendosen und Hockneys Blumen. Sie brachten ein paar Farbtupfer ins Zimmer. Außerdem hatte er einige Kinoplakate aufgehängt, sie verbreiteten ein Gefühl von Action, das er mochte, da er sein eigenes Leben oft zu geruhsam fand und ganz gewiss zu trist, aber er wusste nicht recht, wie er das ändern sollte. Wie kommt es also, dass du in Panik gerätst, nur weil ein Fremder die Nacht erwähnt, in der du als Kind von zu Hause weg musstest? Er wiederholte noch einmal, ich habe nichts Unrechtes getan. Jetzt fiel es ihm wieder ein. Sie hatte gesagt, wir gehen und das haben wir gemacht. Dann kam ein neues Leben in sicherer Entfernung von Hopewell. Er lächelte. Wir sind nach Südflorida gegangen, genau wie die Flüchtlinge, die aus Kuba und Haiti dort stranden, aus einer ähnlichen Diktatur geflohen, ein guter Ort, um zu verschwinden. Wir kannten keinen Menschen, hatten keine Angehörigen, keine Freunde, keinerlei Beziehungen, kein Beruf, keine Schule, Es gab keinen einzigen der üblichen Gründe, um an einen bestimmten Ort zu ziehen. Keiner kannte uns und wir kannten keinen. Wieder fielen ihm die Worte seiner Mutter ein. Einmal, vielleicht einen Moment später, sagte sie, hier würde er sie niemals suchen. Sie war ein Kind aus dem Norden und hasste die Hitze, hasste den Sommer, besonders die drückende Schwüle der Südstaaten. Sie bekam davon Nesselausschlag und Asthmaanfälle, sodass sie schon bei der leisesten Anstrengung keuchte. Deshalb erzählte sie ihm und seiner kleinen Schwester, darauf, dass ich nach Süden gegangen bin, kommt er nie. Er wird glauben, ich wollte nach Kanada. Ich habe ständig von Kanada geredet. Und das musste als Erklärung genügen. Er dachte an Hopewell. Ein Städtchen auf dem Lande, inmitten von Bauernhöfen. Daran konnte er sich noch erinnern. Es grenzte an Princeton, das sich früher einmal einer ehrwürdigen Uni hatte rühmen können, bis um die Jahrtausendwende die Rassenunruhen in Newark außer Kontrolle geraten waren. Als hätte man 50 Meilen den Highway hinunter in Streichholz an die Lunte gehalten, sodass in der traditionsreichen Lehranstalt das Pulverfass explodierte und nach Brand und Plünderung wenig übrig blieb. Außerdem kannte man den Namen der Stadt als Schauplatz einer berühmten Entführung, Jahre bevor er geboren wurde. Aber wir sind weggegangen, rief er sich ins Gedächtnis. Und nie zurückgekehrt. Er lehrte das Glas Wodka in einem Zug. Mit einem Mal packte ihn eine trotzige Wut. Wir sind nie zurückgekehrt, wiederholte er drei, vier Mal. Also verpiss dich, Agent Martin! Ihm war nach einem zweiten Glas. Er fand es nicht gut, doch dann dachte er, wieso eigentlich nicht. Diesmal goss er sich allerdings nur ein halbes ein und zwang sich, es in kleinen Schlucken zu trinken. Er beugte sich nach unten, fand das Telefon auf dem Boden und wählte zügig die Nummer seiner Schwester in Florida. Das Telefon klingelte einmal und er legte auf. Er rief sie nicht gerne an, wenn es nichts zu besprechen gab, und ihm wurde bewusst, dass er vorerst nichts als Fragen hatte. Er lehnte sich zurück und stellte sich das kleine Haus vor, in dem sie einmal alle daheim gewesen waren. Es ist gerade Eppe, dachte er. Ich bin mir sicher. Das Wasser geht zurück und man kann von der Küste aus hundert, nein, zweihundert Meter weit laufen und nach dem Lärmen des Leopardenrochens horchen, der in einem der Kanäle ungestüm in die Höhe springt, um mit einem lauten Klatschen im azurblauen Wasser zu landen. Das wäre schön, noch einmal in den Upper Keys zu sein und im seichten Meer zu warten. Vielleicht ragte plötzlich irgendwo die Schwanzflosse einer Meeresche aus den Wellen, in der sich das letzte Tageslicht spiegelte, oder auch die Finne eines Heiß, der durchs flache Gewässer glitt, um leichte Beute zu machen. Susan kannte die besten Stellen, und sie bekamen immer etwas an die Angel. Als Kinder hatten Bruder und Schwester zusammen Stunden beim Fischen verbracht. Jetzt wurde ihm bewusst, ging sie alleine. Er schwelgte einen Moment in der Erinnerung an die sanfte, warme Dünung um die Beine, doch als er die Augen öffnete, sah er nichts weiter als die Aktentasche des Agenten, die er achtlos vor sich auf den Boden geworfen hatte. Er hob sie auf und wollte sie quer durchs Zimmer schleudern. Als er jedoch mit dem Arm ausholte, hielt er mitten in der Bewegung inne. Er überlegte, was du da in der Hand hältst, ist nur ein weiterer Albtraum. Wäre schließlich nicht der Erste, den du in dein Leben lässt. Was macht schon einer mehr oder weniger? Jeffrey Clayton lehnte sich wieder zurück, seufzte einmal tief und öffnete die billige Metallschnalle, mit der die Tasche verschlossen war. Er zog drei braune Umschläge heraus, warf rasch einen Blick in alle drei und sah, dass jeder mehr oder weniger dasselbe enthielt, und auch mehr oder weniger das, was er erwartet hatte. Tatortfotos, gekürzte Polizeiprotokolle sowie einen Autopsiebericht für jedes der drei Opfer. So fängt es immer an, dachte er. Ein Polizist mit ein paar Fotos, der glaubt, ich brauchte nur diese Bilder zu sehen und abracadabra, ich weiß, wer der Mörder ist. Er seufzte laut, öffnete jedes Dossier und breitete den Inhalt auf den Boden aus. Kaum kamen die Fotos ans Licht, wusste er, weshalb der Fall Agent Martin zu schaffen machte. Drei verschiedene tote Mädchen. Alle, nahm er an, zwischen 13 und 15, alle mit ähnlichen klaffenden Schnittwunden am nackten Körper. Alle post mortem in ähnliche Stellungen gebracht. Ein Rasiermesser war sein erster Gedanke. Ein Jagdmesser vielleicht. Jedes Mädchen lag mit dem Gesicht nach oben nackt auf der Erde, die Arme seitlich ausgestreckt. In dieser Stellung ließen sich Kinder gewöhnlich in Neuschnee fallen, um den Abdruck eines Engels zu formen. Er entsann sich, wie er selbst als Kind solche Figuren gezaubert hatte, bevor sie nach Süden zogen. Er schüttelte den Kopf. Eindeutig religiöse Symbolik, stellte er fest. Er warf einen weiteren flüchtigen Blick auf die Bilder und sah, dass jedem Opfer der rechte Zeigefinger abgetrennt worden war. Er hatte den Verdacht, dass ihm noch ein anderes Körperteil fehlte, oder auch eine strähne Haar. »Du verzichtest bestimmt nicht auf ein Souvenir«, sagte er laut zu dem Mörder, der in seinem Kopf unerbittlich Kontur annahm, so als säße er auf dem Sessel ihm gegenüber. Erst schemenhaft, dann beinahe mit Händen zu greifen. Er warf einen Blick auf die jeweilige Umgebung, in der die Leichen lagen. In einem Fall schien es ein Wald zu sein, und das junge Mädchen ruhte auf einer flachen, felsigen Fläche. Die zweite sah nach Morast aus, mit dicht verschlungenen Kletten und Rankenpflanzen. Nicht weit von einem Fluss, dachte Jeffrey. Im dritten Fall war es schwer zu sagen. Wieder schien es sich, um eine ländliche Gegend zu handeln, doch das Verbrechen hatte offensichtlich Anfang Winter stattgefunden. Rund um die Leiche lag hier und da frischer Schnee, der nur teilweise weggeschmolzen war. Auf der Suche nach Blut sah er sich diese Partien genauer an, fand jedoch kaum Spuren. »Du hast dir also erst in deinen Wagen gepackt, nachdem du sie getötetest.« Er schüttelte den Kopf. Das stellte natürlich ein Problem dar. Es war immer leichter, einen Leichenfundort auszuwerten, wenn er zugleich der Tatort war. Leichen, die weggeschafft worden waren, stellten die Ermittler grundsätzlich vor Probleme. In Gedanken versunken stand er auf und kehrte in die Küche zurück, wo er sich noch ein Glas Wodka eingoss. Wieder nahm er einen langen Zug und nickte, als er das angenehm leichte Gefühl im Kopf spürte. Mit einem Schlag war ihm bewusst, dass seine Kopfschmerzen verflogen waren, und er kehrte zu dem Beweismaterial auf dem Boden des kleinen Wohnzimmers zurück. Er führte weiter Selbstgespräche, in einer Art Singsang, so wie ein Kind, das allein in einem Zimmer spielt. Autopsie, Autopsie, Autopsie. Wette zwanzig Mäuse, dass die Mädels allesamt postmortem vergewaltigt wurden und dass du nicht ejakuliert hast, mein Freund. Habe ich recht? Er fand die drei Berichte und blätterte sie durch, bis er den vermerktes Pathologen hatte, nachdem er suchte. Ich gewinne, stellte er laut fest. Zwanzig Mäuse, zwei Zehner, zwanzig Piepen, Kinderspiel, Volltreffer, wie immer. Er nahm noch einen Drink. Falls du ejakuliert hast, dann, als du sie getötet hast, richtig? Denn da gehst du richtig ab. Das ist der Moment für dich. Der Lichtmoment. Eine gewaltige Explosion, die hinter deinen Augen aufbrandet, bis in die letzten Winkel deines Hörns. Deiner Seele? Eine Art Verzückung. Ganz und gar unglaublich, dass du von Ehrfurcht ergriffen bist, ha? Er nickte. Er sah sich im Zimmer um, deutete auf einen leeren Sessel und sprach, als hätte der Mörder gerade den Raum betreten. Willst du dich nicht setzen? Mach's dir bequem. Ein Gedanken formulierte er eine Personenbeschreibung. Nicht allzu jung, dachte er, irgendwie unauffällig. Weiß. Wirkt nicht bedrohlich. Vielleicht eher wie ein Schlappschwanz oder Trottel. Auf jeden Fall ein Eigenbrötler. Er musste lachen, als sich der Mörder, der ihm gegenüber saß, Stück für Stück zusammenfügte. Denn er beschrieb nicht nur einen typischen Serienmörder, sondern auch sich selbst. Er unterhielt sich weiter mit dem gespenstischen Besucher und seine Stimme nahm einen sarkastischen, etwas müden Tonfall an. Weißt du was, Kumpel? Ich kenne dich. Ich kenne dich sogar gut. Ich habe dich schon ein Dutzendmal, ach, was sage ich, hundertmal gesehen. Ich habe dich vor Gericht gesehen. Ich habe dich in deiner Gefängniszelle befragt. Ich habe eine ganze Latte an wissenschaftlichen Untersuchungen mit dir angestellt. Deine Größe, dein Gewicht, dein Appetit taxiert. Von Rorschach und Minnesota-Multiphasen bis zu IQ- und Blutdrucktests. Das ganze Programm. Ich habe dir Blut abgezapft und deine DNA analysiert. Verdammt, ich war sogar nach deiner Exekution bei deiner Autopsie dabei und habe Gewebeproben von deinem Hirn unter dem Mikroskop gehabt. Ich kenne dich wie meine Hosentasche. Du hältst dich für einmalig und allmächtig, aber... Tut mir leid, mein Junge. Das bist du nicht. Du hast dieselben gottverdammten Neigungen und Perversionen wie tausend andere von deinem Schlag. Es gibt tausend Fallstudien, die dich beschreiben. Du geisterst durch beliebte Unterhaltungs-Homane. In der einen oder anderen Form läufst du schon seit Jahrhunderten herum. Falls du dich wirklich für was Besonderes hältst und dir einbildest, du hättest dämonische Kräfte, dann liegst du verdammt daneben. Du bist ein Klischee. So banal wie ein Schnupfen im Winter. Das hörst du nicht gern, stimmt's? Da meldet sich diese wütende Stimme in dir und fängt an zu geifern und alle möglichen Forderungen auszuspucken. Hab ich recht? Am liebsten würdest du rausmarschieren und den Mond anheulen und dir vielleicht das nächste Mädchen greifen, nur um mir zu beweisen, dass ich mich irre. Aber soll ich dir was sagen, Junge? In Wahrheit ist das einzig Besondere an dir, dass sie dich bis jetzt noch nicht geschnappt haben und dass die Aussichten für dich nicht schlecht sind, noch eine Weile auf freiem Fuß zu bleiben. Und zwar nicht, weil du so wahnsinnig schlau bist, wie du bestimmt denkst, sondern weil niemand die verfluchte Zeit oder Lust hat, dich zu jagen, weil sie Besseres zu tun haben, als perverslingen hinterherzulaufen, auch wenn ich beim besten Willen nicht sagen kann, was sie unter was Besserem verstehen. Jedenfalls ist das meistens der Grund. Sie lassen dich in Ruhe, weil es niemanden besonders interessiert. Du bist einfach nicht die riesengroße Nummer, für die du dich hältst. Er seufzte, kramte in der Mappe nach der Nummer, die laut Agent Martin dort irgendwo notiert war, und fand sie tatsächlich auf einem Zettel. Er warf noch einmal einen kurzen Blick auf die Fotos und die Unterlagen, um ganz sicher zu gehen, dass er nicht irgendetwas Aufschlussreiches übersehen hatte, das ins Auge sprang. Er trank noch einen Schluck Wodka und ärgerte sich darüber, dass ihn bei den indirekten Drohungen des Polizisten eine böse Vorahnung und eine diffuse Angst gepackt hatten. Wer ich wirklich bin? Er seufzte seine Antwort. Ich bin, der ich bin. Ein Experte für schreckliche Todesarten. Mit der Hand, in der er das Glas hielt, winkte er in Richtung der drei Akten zu seinen Füßen müde ab. Vorhersehbar, sagte er laut. Ganz und gar vorhersehbar. Und vermutlich gleichzeitig ganz und gar unmöglich. Nichts weiter als noch so ein kranker, anonymer Killer. Das wollen Sie doch sicher nicht hören, oder, Herr Polizist? Er lächelte und griff nach dem Telefon. Agent Martin meldete sich beim zweiten Klingeln. Clayton? Ja? Gut. Sie haben keine Zeit vergeudet. Haben Sie in Ihrem Telefon eine Videoverbindung? Ja? Gut. Dann schalten Sie das verdammte Ding ein, damit ich Ihr Gesicht sehen kann. Jeffrey Clayton folgte der Aufforderung und knipste den Videomonitor an, stöpselte das Telefon ein und setzte sich gegenüber der Kamera in einen Sessel. So besser? Auf dem Bildschirm erschien augenblicklich in perfekter Bildscharfe der Agent. Er saß auf der Ecke eines Bettes in einem der Hotels im Zentrum der Stadt. Er hatte noch die Krawatte um, doch sein Jackett hing über einem Stuhl. Er trug außerdem seine Seitenwaffe. Also, was können Sie mir sagen? Ein bisschen. Wahrscheinlich Dinge, die Sie schon wissen. Ich habe erst einen ersten flüchtigen Blick auf die Fotos und Dokumente geworfen. Was sehen Sie, Professor? Augenscheinlich derselbe Mann. Ziemlich offensichtlich schwingt in der Symbolik, wie er die Leichen platziert hat, Religiöses mit. Was halten Sie von einem ehemaligen Priester? Einem früheren Messdiener vielleicht? Etwas in diese Richtung. Darin habe ich auch gedacht. Jeffrey kam noch eine Idee. Oder ein Kunsthistoriker oder sonst jemand, der mit sakraler Kunst zu tun hat. Wissen Sie, die Maler der Renaissance haben ihre Christusfiguren fast immer in genau dieser Pose dargestellt. Womöglich ein Maler, der Stimmen hört. Das wäre noch eine Möglichkeit. Interessant. Sehen Sie, Detective, sobald Sie den religiösen Ansatz hereinbringen, verfolgen Sie jeweils eine ganz spezifische Richtung. Oft ist man allerdings gut beraten, eher indirekt vorzugehen. Oder beides zusammenzudenken. Der ehemalige Messdiener, der als erwachsener Kunsthistoriker wurde. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Ja, das leuchtet ein. Ein Gedanke blitzt da auf und er platzt er heraus. Ein Lehrer? Vielleicht ist es ein Lehrer. Wieso? Priester stehen eher auf junge Männer und wir haben es mit Frauen zu tun. Vielleicht irgendetwas, das mir vertraut vorkommt. Weiß auch nicht. Ich flog mich gerade an. Interessant. Wiederholte der Detective nach einer kurzen Pause, in der er die neuen Gesichtspunkte sondierte. Ein Lehrer, sagen Sie. Ja, nur so ein Gedanke. Was Konkreteres kann ich erst sagen, wenn ich mehr gesehen habe. Fahren Sie fort. Viel mehr habe ich noch nicht. Das Fehlen von Indizien für sexuellen Verkehr trotz sexueller Aktivität bestärkt mich in der Annahme, dass Religion unser Ansatzpunkt ist. Religion bringt allerlei Schuldkomplexe mit sich und das ist vielleicht der Grund dafür, dass Ihr Mann es nicht zu Ende bringen kann. Es sei denn, er hätte es bereits zu einem früheren Zeitpunkt getan. Was ich durchaus vermute. Unser Mann? Nein, das glaube ich nicht. Der Agent schüttelte den Kopf. Was haben Sie noch gesehen? Er ist Souvenirjäger. Er hat bestimmt die Finger in einem Glas aufgehoben, immer in seiner Nähe, um seine Triumphe in der Erinnerung wieder aufleben zu lassen. Ja, das denke ich auch. Was hat er sonst noch abgeschnitten? Wie? Was noch, Agent Martin? Den Zeigefinger und was noch? Sie sind schlau. Hab mit der Frage gerechnet. Ich sag's Ihnen später. Jeffrey seufzte. Nicht nötig. Ich will's gar nicht wissen. Er zögerte, bevor er fortfuhr. Es waren Haare, nicht wahr? Eine Strähne vom Kopf und dann auch noch Schamhaar, stimmt's? Agent Martin verzog das Gesicht. Beides richtig. Aber er hat sie nicht verstimmelt, oder? Keine Schnittwunden an den Genitalien. Alles nur im Rumpf. Ja. Wieder richtig. Das ist ein ungewöhnliches Verhaltensmuster. Nicht völlig unbekannt, aber ein bisschen aus der Reihe. Eine seltsame Art, seine Wut rauszulassen. Das interessiert Sie? fragte der Agent. Nein, erwiderte Jeffrey Barsch. Das interessiert mich nicht. Jedenfalls ist hier großes Problem, dass jedes Opfer offenbar woanders getötet und anschließend zu der Stelle geschafft wurde, an der es irgendwann gefunden werden musste. Folglich müssen Sie das Transportmittel finden. In den Berichten habe ich nichts über Fasern oder sonstiges sichergestelltes Material gefunden, das Rückschlüsse auf das Fahrzeug zulassen würde, in dem die Mädchen transportiert wurden. Vielleicht hat der Karl sie in ein Gummituch gewickelt. Oder er hat sein Kofferraum mit einer Plastikplane ausgeschlagen. Drüben in Kalifornien gab es mal einen Mann, der das getan hat. Ich erinnere mich an den Fall. Ich glaube, Sie haben recht. Was noch? Ja, auf den ersten Blick erscheint der Typ wie viele andere Mörder. Auf den ersten Blick? Naja, Sie haben vermutlich einiges mehr an Informationen, die Sie für sich behalten haben. Mir ist aufgefallen, dass die Autopsieprotokolle und die Polizeiberichte ziemlich dürftig waren. Zum Beispiel legt das Fehlen der typischen Verteidigungswunden nahe, dass das Opfer bewusstlos war, als es missbraucht und ermordet wurde. Das ist ein zentrales Detail. Wie hat er sie bewusstlos gemacht? Ich finde keinen vermerkt, dass es ein Kopftrauma gab. Und auch andere Dinge. Ich meine, es fehlt eine Identifizierung der jungen Frauen, jeder Hinweis auf Ort und Zeit der Verbrechen und auf die anschließenden Ermittlungen. Nicht mal eine Liste mit befragten Tatverdächtigen. Nein, Sie haben recht, die habe ich Ihnen vorenthalten. Nun ja, das war es dann auch mehr oder weniger. Tut mir leid, wenn ich nicht viel weiterhelfen konnte. Sie haben sich den weiten Weg gemacht, um letztlich nur Dinge zu erfahren, die Sie bereits wussten. Sie stellen nicht die richtigen Fragen, Professor. Ich habe keine Fragen, Agent Martin. Ich sehe, Sie haben ein Problem, und zwar eins, das sich nicht von selbst löst. Aber das war es. Tut mir leid. Der Groschen ist noch nicht gefallen, Professor, oder? Welcher Groschen? Dann will ich Ihnen mal ein paar von den Informationen geben, die in Ihren Unterlagen fehlen. Der dritte Fall. Sehen Sie die Kennzeichnung auf der Mappe? Der rote Reiter? Das Mädchen, das Sie auf dem Felsen gefunden haben, ja. Also, die Leiche dieses Mädchens wurde vor etwa vier Wochen an einer Stelle innerhalb des westlichen Territoriums entdeckt. Verstehen Sie, was das heißt? Innerhalb des Territoriums? Dann lebte sie in unserem angehenden 51. Bundesstaat? Genau, erwiderte der Agent. Sein Tonfall war schneidend und wütend. Jeffrey lehnte sich zurück und ließ sich durch den Kopf gehen, was er gerade erfahren hatte. Ich dachte, das dürfte nie passieren. Ich dachte, der 51. Bundesstaat soll von Kriminalität frei sein. Ja, verdammt nochmal, fluchte der Agent bitter. Ist er eigentlich auch? So etwas passt dann nicht hin, fuhr Jeffrey fort. Ich meine, der ganze Sinn und Zweck der Sache besteht schließlich darin, dass solche Dinge dort nicht passieren. Sehe ich das richtig, Detective? Schon gar nicht Verbrechen wie diese hier. Wieder schien Martin, sich nur mit Mühe beherrschen zu können. Sie haben Recht, bestätigte er. Das ist in der Tat der einzige Gründungszweck. Das entscheidende Argument, weshalb er als eigenständiger Bundesstaat überhaupt in Erwägung gezogen wird. Ein Ort der Freiheit, wo man ein normales Leben ohne Angst führen kann, so wie in den guten alten Zeiten. Ein Ort, an dem man seine Freiheit aufgibt, um frei zu sein. Ich hätte es sicher anders formuliert, erwiderte Agent Martin. Aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus. Jeffrey nickte, als ihm allmählich das ganze Ausmaß des Dilemmas klar wurde, dem sich Agent Martin gegenübersah. Demnach haben sie ein doppeltes Problem. Ein kriminologisches und ein politisches. Jetzt hat's bei ihm Klick gemacht, Professor. Jeffrey empfand für den groben Klotz von einem Polizisten einen Hauch von Mitleid, das jedoch, wie er deutlich erkannte, wohl vor allem vom Wodka rührte. Nun ja, ich schätze, ich verstehe, wie dringlich die Sache für sie ist. Steht diese Kongressabstimmung nicht wenige Tage vor dem Wahltag an? Das sind nicht mal mehr drei Wochen. Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass diese Art von Verbrechen nicht im Handumdrehen aufzuklären sind. Das schafft man allenfalls mit einer guten Portion Glück, wenn sie vielleicht einen Zeugen finden und eine Personenbeschreibung bekommen oder was weiß ich. Normalerweise wären solche Fälle, wenn überhaupt, Detective, ich betone, wenn überhaupt, mehr oder weniger durch Zufall gelöst. Und zwar Monate später. Deshalb, er nahm noch einen Schluck Wodka und hielt inne. Deshalb was? fragte Martin in scharfem Ton. Deshalb möchte ich nicht in ihrer Haut stecken. Die Augen des Agenten verengten sich zu schmalen Schlitzen und starrten den Professor durch den Monitor unerbittlich an. Seine Stimme blieb ausdruckslos und ließ nicht die Spur von Nervosität erkennen. Tun Sie aber, Professor. Martin deutete durch den Monitor auf ihn. Weshalb? Das möchte ich Ihnen lieber persönlich erklären. Hören Sie, ich habe mir Ihre Akte angesehen, unterbrach ihn Jeffrey. Ich bin jetzt zu Hause, für heute Abend habe ich genug getan. Das ist keine Bitte. Überlegen Sie nur für einen Moment, welchen Ärger ich Ihnen machen könnte. Zum Beispiel beim Finanzamt, bei anderen Polizeidienststellen, bei Ihrer ach so heeren Universität. Lassen Sie einfach zwei Minuten Ihrer Fantasie freien Lauf. Ist das angekommen? Gut. Und jetzt nennen Sie mir einen sicheren Ort, an dem wir uns ungestört treffen können. Ich habe keine Ahnung, wer dieses Videogespräch vielleicht überwacht oder wer Ihre Leitung anzapfen mag. Vermutlich haben ein paar von Ihren findigeren Studenten bei Ihnen eine Wanze versteckt, in der Hoffnung, ein paar Insider-Informationen für Ihre Klausuren zu erfahren oder irgendetwas, womit Sie sie erpressen können. Aber ich will mich mit Ihnen treffen, und zwar jetzt. Ich sag's noch einmal, wir haben nicht viel Zeit. Jeffrey zog sich dunkle Kleidung an und huschte im Zentrum des College-Städtchens zwischen dem Neonlicht der Läden und Restaurants vorsichtig von Schatten zu Schatten. Vor Antonios Pizzeria stand die übliche Menschenschlange und wartete auf Einlass. Er sah, wie der Wachmann das Gewehr schwang, um unter den hungrigen Studenten für Ordnung zu sorgen. Eine andere Menschentraube kam gerade aus dem Kino in der Pleasant Street, in dem der neueste Streifen eines Genres lief, das die Jugendlichen G-Porn nannten. Eine Wortschöpfung, welche die beiden zentralen Themen der meisten Filmplots zusammenfasste. Gewalt und Pornografie. Er drückte sich flach an die Klinkerwand eines Videogeschäfts, als eine Kohorte wilder Halbwüchsiger ihn überholte. Die Jugendlichen marschierten in militärischem Gleichschritt und brachen ab und zu in einen monotonen Sprechgesang mit wechselnden Stimmen aus. Zwölf Kinder liefen in Formation hinter einem schlachsigen, pickelübersäten Anführer, der seine Umgebung mit einem bösartigen Blick signalisierte, dass mit dem Schlimmsten rechnen musste, wer es wagte, sie anzustarren. Sie trugen alle die gleichen Jacken mit dem Logo eines Profi-Basketballteams, dazu Strickmützen und Hightech-Sportschuhe. Der Jüngste, vermutlich erst neun oder zehn, bildete die Nachhut. Seine kurzen Beine, die sich verzweifelt abmühten, mit dem Anführer Schritt zu halten, wären für den Professor ein komischer Anblick gewesen, hätte er nicht gewusst, wie gefährlich die Gang sein konnte. In regelmäßigen Abständen drehte sich der Picklige um, lief rückwärts weiter und rief den anderen zu, »Wer sind wir?« Ohne zu zögern kam die Antwort in schrillem Chor. »Wir sind die Hauptstraßenhunde!« »Und was gehört uns?« »Uns gehört die Straße!« Dann klatschten sie alle dreimal in die Hände, sodass es wie Schusssalven durchs Geschäftszentrum dröhnte. Selbst die Studenten vor dem Italiener gingen den Kids aus dem Weg und teilten sich vor der marschierenden Gruppe wie eine Welle vor dem Bug. Der Wachmann der Pizzeria richtete sein Gewehr auf den Anführer, der dafür nur ein Lachen und eine obszöne Geste übrig hatte. Jeffrey sah, dass ein Streifenwagen der städtischen Polizei die Jungen aus sicherer Entfernung beschattete. Alle fürchten die Kinder, dachte er. Mehr als irgendjemanden sonst. Gegen Serienmörder, vergewaltiger Diebe und tollwürdige Tiere kann man einfache Maßnahmen ergreifen. Gegen Pocken, Grippe und Typhus kann man sich impfen lassen. Aber es ist schwer, sich vor den Massen vernachlässigter Kinder zu schützen, die für die Welt, der sie ausgeliefert sind, und nichts als Hass übrig haben. Er fragte sich, ob die Politiker, die das Abtreibungsrecht aufgehoben hatten, je die Kindergangs auf den Straßen zu sehen bekamen und sich einen Moment lang fragten, wie es dazu kam. Jeffrey hastete aus dem Schutz des Schattens und überquerte hinter der Streife den Fahrweg. Er sah, wie sich einer der Polizisten ruckartig umdrehte, als sähe er in seiner Gestalt, die hinter ihnen auftauchte, eine Bedrohung. Dann gaben sie ein wenig Gas und fuhren langsam davon. Er lavierte sich zwischen den Laternen hindurch in Richtung Stadtbücherei. Er überlegte. Was weiß ich über den 51. Bundesstaat? Nicht viel, räumte er ein, und das Wenige, was ihm bekannt war, bereitete ihm ein ungutes Gefühl, auch wenn er nicht präzise hätte sagen können, warum. Vor etwas mehr als zehn Jahren hatten ungefähr zwei Dutzend der größten Aktiengesellschaften der Vereinigten Staaten angefangen, in sechs, sieben westlichen Bundesstaaten große Flächen Land aus nationalstaatlichem Besitz aufzukaufen. Auch von den einzelnen Bundesstaaten hatten sie Grund erworben, oder, besser gesagt, deren Abtretung erwirkt. Die Idee war simpel und fußte letztlich auf einem Konzept, das die Disney Corporation in den 90er Jahren mitten in Florida entwickelt hatte. Noch einmal von vorne anfangen. Kleine und große Städte sowie ländliche Gemeinden mit allem, was dazu gehört, einschließlich Wohnungen und Schulen aus dem Nichts erschaffen und dabei zugleich die alten Ideale eines längst vergangenen Amerikas wieder aufleben lassen. Ursprünglich sollten diese firmeneigenen Welten den Menschen, die für die Unternehmen arbeiteten, einen sicheren Lebensraum bieten. Doch diese neue Variante besaß große Anziehungskraft. Mehr als einmal hatte Geoffrey Clayton sich die Fernsehwerbung für den 51. Bundesstaat angeschaut. Er wurde in den rosigsten Farben als ein sicherer Hort voller Wärme beschrieben, in dem noch die alten Werte galten. Vor fünf, sechs Jahren hatte man begonnen, das Gelände als gesondertes Gebiet zu kennzeichnen, das westliche Territorium. Ganz ähnlich wie bei Alaska und Hawaii, ein halbes Jahrhundert früher. Der erste Schritt zur Bildung eines neuen Bundesstaates. Neu und ganz anders. Es hatte ihn überrascht, dass so viele der angrenzenden Staaten Land abtraten. Allerdings waren Geld und ähnliche Anreize überzeugende Argumente und Grenzen waren nun einmal flexibel. Und so hatte sich die Landkarte der Vereinigten Staaten verändert. An manchen Straßen priesen Reklametafeln das Leben in dem neuen Gebilde, natürlich auch Websites im Internet mit etwas mehr Informationen. Per Computer konnte man schon einmal virtuell durch das Gemeinwesen reisen, einschließlich dreidimensionaler Fahrten durch Stadt und Natur. Selbstverständlich hatte das Projekt seinen Preis. Viele ärmere Familien wurden entwurzelt. Obgleich einige unverhofft zu Geld kamen, wenn sie feststellten, dass ihr Grundbesitz innerhalb der neu geschaffenen Grenzen lag, es hat auch ein paar Widerspenstige gegeben, wie zum Beispiel Bürgerwehren, Waldschrate und Naturapostel, doch selbst die hatte man irgendwann herumgekriegt, sei es durch amtliche Verordnungen oder durch Bestechung. Viele von diesen Leuten hatten sich nach Nord-Aidaho und Montana zurückgezogen, wo sie nun über genügend Platz und politischen Einfluss verfügten. Der 51. Bundesstaat dagegen war zu einem Zufluchtsort ganz anderer Art geworden. Man musste schon etwas springen lassen, zahlte hohe Steuern und satte Immobilienpreise. Viel bedenklicher waren jedoch die Gesetze im 51. Bundesstaat mit ihren tiefen Eingriffen in die Privatsphäre der Bewohner, der Kontrolle über Ein- und Ausreise sowie der Beschneidung bürgerlicher Rechte. Es ging nicht nur darum, dass der erste Zusatzartikel eingeschränkt wurde, freiwillig wohlgemerkt. Auch der vierte und der sechste erfuhren eine Neuauslegung. Nicht mein Ding, war Jeffreys Fazit. Dabei konnte er nicht mit Bestimmtheit sagen, woher diese Abneigung kam. Er zog sich die Jacke enger um die Schultern und eilte die Straße entlang. Du weißt herzlich wenig über diese neue Welt, dachte er. Dann wurde ihm klar, du bist soeben im Begriff einiges dazuzulernen. Für einen Augenblick fragte er sich, welcher Menschentyp wohl auf Ding, wie ihn das Territorium verlangte. Freiheit gegen Schutz. Was man tatsächlich im Gegenzug dazu bekam, war ein verlockendes Versprechen. Sicherheit. Garantierte Sicherheit. Absolute Sicherheit. Das Amerika eines Norman Rockwell. Das Amerika der 50er Jahre unter Eisenhower. Ein längst vergessenes Amerika. Und genau da lag Agent Martins Dilemma. Er klemmte sich die Ledermappe mit den drei Verbrechen fester unter den Armen und dachte, das ist ein altes Problem. Das älteste Problem. Was passiert, wenn es den Fuchs in den Hühnerstall treibt? Er schmunzelte. Dann ist die Hölle los. In der Vorhalle der Bücherei lebten mehrere Obdachlose. Sie erkannten ihn beim Eintreten und grüßten ihn laut. »Hey, Professor, auch mal wieder zu Besuch!« fragte eine Frau. An der Stelle, an der ihre Schneidezähne sein sollten, klaffte eine Lücke. Sie ließ ihrer Begrüßung schallendes Gelächter folgen. »Nein, muss nur ein bisschen forschen. Bald brauchst du nichts mehr zu forschen. Wenn du so weitermachst, bist du so tot, wie die Leute, über die du forschen tust. Dann weißt es genau, was, Professorchen?« Wieder lachte sie herzhaft und versetzte einem älteren Mann neben ihr einen Rippenstoß. Der schüttelte sich, dass seine lumpigen, dreckstarrenden Kleider raschelten wie welkes Laub. »Der Professor studiert keine Toten, alte Hexe«, erklärte der Mann. »Er beschäftigt sich mit den Leuten, die sie um die Ecke bringen. Habe recht? »Stimmt«?« bestätigte Geoffrey. »Ach so«, meinte die alte Frau und verzog das Gesicht zu einem breiten Grinsen. »Dann braucht er gar nicht selbst tot zu sein. Muss nur ein, zweimal irgendwen um die Ecke bringen. Studiert sie das, Professor, wie man einen um die Ecke bringt?« Geoffrey fand die Logik der alten Frau so schwach wie ihre Stimme. Statt einer Antwort fischte er einen Zwanzig-Dollar-Schein aus der Tasche. »Hier«, sagte er, die Er ließ ihr den Schein in den Schoß fallen. Sie schnappte mit ihrer Klauenhand danach. »Dafür kriegen wir nur eine kleine Pizza?« beschwerte sie sich in einer Aufwallung von Zorn. »Mit nur einem Belag. Ich mag Salami und eher lieber Pilze.« Sie knuffte ihren Nachbarn energisch. »Tut mir leid«, erwiderte Geoffrey. »Mär kann ich nicht für euch tun.« Die alte Frau brach schlagartig in eine Mischung aus schrillem Geschrei und Kichern aus. »Daneben keine Pilze!« gackerte sie. »Ich mag aber lieber Pilze!« jammerte der Mann mit Tränen in den Augen. Geoffrey drehte sich um und bahnte sich seinen Weg durch mehrere Schwingtüren aus Stahl zum Eingangskontrollpunkt der Bibliothek. Einer Trennwand aus Panzerglas. Die Bibliothekarin, die dahinter saß, winkte ihm lächelnd zu und er übergab ihr seine Waffe. Sie deutete auf ein Nebenzimmer und sagte, »Ihr Freund wartet schon da drinnen auf sie.« Ihre Stimme klang durch die metallene Sprechanlage fern und fremd. »Ihr gut bewaffneter Freund«, fügte sie mit einem Grinsen hinzu. »Hat ihm nicht gepasst, sein Arsenal abzuliefern?« »Er ist Polizist«, in der Bibliothek nur Bücher. Sie war älter als Clayton und erschätzte, dass sie ihre Freizeit irgendwo dort hinten zwischen den Wälzern verbrachte und romantische Geschichten über die guten alten Zeiten verschlang. Früher gab es mal mehr Bücher als Pistolen, stellte sie mehr für sich selbst fest. Sie sah auf. »Stimmt's, Professor?« »Es lange her«, erwiderte er. Die Frau schüttelte den Kopf. Trotzdem sind Ideen immer noch gefährlicher als Waffen. Dauert nur ein bisschen länger. Er lächelte und nickte. Die Frau wandte sich wieder ihren Überwachungsmonitoren zu, während sie gleichzeitig neue Titel in einen Computer eingab. Jeffrey durchschritt den Metalldetektor und trat in den Zeitschriftenraum der Bibliothek. Dort wartete der Agent allein, versunken in einem unbequemen tiefen Ledersessel. Er rappelte sich hoch, um Clayton zu begrüßen. Ich gebe nicht gern meine Waffen ab, selbst wenn wir von Bildung umgeben sind, murrte er und verzog süß-säuerlich das Gesicht. Das hat mir die Dame an der Tür schon erzählt. Die überzeugt mich nicht. Die hat eine Uzi im Schulter halfter. Da ist was dran, räumte Jeffrey ein. Dann schuppe das Lederköfferchen mit den drei Akten zu Agent Martin hinüber. Da haben sie ihre Dossiers. Wie gesagt, weiß ich nicht recht, wie ich ihnen helfen soll, solange ich nicht sämtliche Informationen zu jedem dieser Morde habe. Der Agent reagierte nicht darauf, sondern sagte, ich habe heute mit dem Dekan des Psychologischen Instituts gesprochen. Er habe ihnen die Namen der Professoren aufgeschrieben, die ihre Lehrverpflichtungen für sie übernehmen. Ich dachte, sie wollen vielleicht mit ihnen reden, bevor wir uns auf den Weg machen. Jeffrey fiel die Kinnlade herunter. Für einen Moment stotterte er, als er protestierte. Einen Scheißdreck werde ich tun. Ich gehe irgendwohin. Wer gibt Ihnen das Recht, sich mit irgendjemandem in Verbindung zu setzen oder irgendetwas für mich zu regeln. Ich habe ihnen klipp und klar gesagt, dass ich ihnen nicht helfen will. Das war auch so gemeint. Der Agent überhörte Jeffrey geflissentlich und sagte, ich war mir nicht sicher, was ich mit diesen Freunden machen sollte. Könnte mir denken, dass sie zuerst mit ihnen reden wollen. Irgendeine plausible Lüge auftischen, denn dass irgendjemand erfährt, woran sie Sie können mich mal, unterbrach ihn Jeffrey wütend. Ich bin raus aus der Sache. Agent Martin hatte nur ein müdes Lächeln für ihn übrig. Ich glaube zwar nicht, dass wir Freunde werden, meinte er, aber ich denke zumindest, dass sie ein paar meiner hervorstechenden Eigenschaften, wenn schon nicht bewundern, dann doch zumindest schätzen werden. Allerdings räume ich gern ein, dass sie dazu bis jetzt noch wenig Anlass hatten. Nein, ich glaube nicht, dass wir Freunde werden. Aber das muss ja auch nicht sein, Professor, oder? Darum geht's bei dem Ganzen nicht. Jeffrey schüttelte den Kopf. Nehmen Sie Ihre verdammten Akten. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Der Professor war drauf und dran, sich umzudrehen, da packte ihn der Agent am Arm. Martin war ein kräftiger Mann und sein eiserner Griff schien zu sagen, er sei zu weitaus mehr im Stande, als Jeffreys Muskeln zusammenzudrücken und der Schmerz, den er ihm jetzt zufügte, sei lediglich dem derzeitigen Stand der Dinge angemessen. Jeffrey versuchte, sich loszureißen, konnte es aber nicht. Agent Martin zog ihn näher an sich heran und zischte ihm ins Gesicht. Schluss mit den Diskussionen, Professor, wenn wir auf uns zu streiten. Sie werden ganz einfach tun, was ich ihnen sage, denn ich glaube, sie sind in diesem Scheißland der einzige Mensch, von dem ich kriegen kann, was ich brauche. Also werde ich sie nicht länger bitten, sondern ihnen sagen, wo es lang geht. Und jetzt hören sie mir erst mal gut zu. Haben sie verstanden, Professor? Die Drohung ätzte sich in Jeffreys Haut wie ein Sonnenbrand Meinung nach wissen muss. Der Agent trat zurück und deutete auf einen Lesetisch neben seinem Sessel. Jeffreys ging an ihm vorbei und zog sich an Stuhl heran. Er setzte sich und sagte kurz angebunden, schießen Sie los. Martin ließ sich ihm gegenüber auf einem Stuhl mit Holzlehne nieder, öffnete die Aktentasche und zog die drei Mappen heraus. Er warf Jeffreys einen finsteren Blick zu und schob dem Professor den ersten Schnellhefter hin. Das ist der laufende Fall, erklärte er in bitterem Ton. Sie geht abends nach dem Babysitten bei einer Nachbars Familie heim, zwei Wochen später entdeckt man ihre Leiche. Fahren Sie fort? Nein, lassen wir die erst mal beiseite. Sehen Sie dieses Mädchen? Er schob Jeffreys das zweite Dossier hin. Die schon mal gesehen, Professor? Jeffreys starrte auf die junge Frau. Woher soll ich die kennen? überlegte er. Nein, antwortete er. Vielleicht sagte ihn der Name etwas. Der Mann atmete schwer, als müsse er einen gewaltigen Ärger unter Kontrolle halten, der sich in seinem Innern zusammenbraute. Er nahm einen Stift und schrieb den Namen Martha Thomas auf die Mappe. Klingelt es jetzt bei Ihnen, Professor? Vor sieben Jahren. In Ihrem ersten Jahr hier an dieser ehrwürdigen höheren Bildungsanstalt. Fällt der Groschen? Jeffrey nickte. Es durchfuhr ihn eiskalt. Ja, selbstverständlich. Den Namen habe ich nicht vergessen. Sie war im ersten Semester in einer meiner Einführungsvorlesungen. Eine von 250. Wintersemester. Sie war nur eine Woche da, dann ist sie verschwunden. Sie hat nur eine einzige Vorlesung besucht. Ich weiß nicht mal, ob ich ihr je persönlich begegnet bin. Ein Gespräch oder so hat es jedenfalls nicht gegeben, das ist alles. Drei Wochen später wurde sie nicht weit von hier in einem Wald gefunden. Sie ging gerne wandern, soweit ich haben nicht ihre Hilfe angeboten, als eine ihrer eigenen Studenten ermordet wurde. Doch, die örtliche Polizei hat mein Angebot ausgeschlagen. Ich hatte eben noch nicht den Ruf, den ich heute genieße, habe nie auch nur die Unterlagen zum Fundort zu Gesicht bekommen. Ich wusste nicht, dass sie das Opfer eines Serienkillers war. Die Idioten vor Ort auch nicht, entgegnete Martin sarkastisch. Das Mädchen wurde ausgeweidet und wie eine Art religiöses Zeichen auf den Boden gelegt, einer der Finger abgetrennt und diese Dumpfbacken hatten nicht den leisesten Schimmer, womit sie es zu tun hatten. Heutzutage häufen sich die Morde. Ein Ermittler von der Mordkommission muss Prioritäten setzen, um zu entscheiden, welche Fälle er verfolgt und welche ihm lösbar erscheinen. Das weiß ich auch, Professor, deswegen waren sie trotzdem Idioten. Jeffrey lehnte sich zurück. Demnach wurde eine junge Frau, die für ganz kurze Zeit eine Studentin von mir war, vor sieben Jahren auf dieselbe Art ermordet wie die Opfer ihres derzeitigen Falls. Ich kann immer noch nicht sehen, dieser Fall ist alt, erklärte Martin langsam. Sehr alt und kalt. Schnee von gestern, Professor. Was wollen sie damit sagen? Das FBI hat alle diese Morde penibel erfasst. Vor Martin fort. In ihrer umfangreichen Falldatei, dem Violent Criminal Surprehension Program, kurz VICAP genannt. Man kann so die ungelösten Fälle miteinander abgleichen und interessante Querverweise sowie Verbindungen finden. Darunter auch die Körperstellung der Leichen und die Zeigefinger. So was rauszufiltern ist für eine Computerdrohne, die Fälle speichert ein Kinderspiel. Meinen Sie nicht? Meistens hat das FBI oder sonst wer herzlich wenig von all diesen Auswertungen, aber hier und da spuckt so ein Programm interessante Kombinationen aus. Das wissen sie natürlich alles, nicht wahr, Professor. Ich bin mit den Verfahrensweisen bei Serienmorden vertraut. Schließlich gibt es das schon seit ein paar Jahrzehnten. Agent Martin hatte sich erhoben und lief eine Weile im Zimmer auf und ab, bis er sich schließlich wieder in den großen Ledersessel warf und Jeffrey Clayton über den Tisch hinweg musterte. Auf diese Weise bin ich auf die Querverbindungen gestoßen. Dieser letzte Mord. Soll ich Ihnen sagen, wann der passiert ist? Vor über 25 Jahren. Verflucht doch mal. Ich meine in der Steinzeit, richtig, Professor? Drei Morde in einem Vierteljahrhundert sind ein ungewöhnliches Verhaltensmuster. Der Agent sackte schwer zurück und starrte einen Moment zur Decke, bevor er den Kopf senkte und Clayton fixierte. Das können sie verdammt noch mal laut sagen, bekräftigte er. Aber Professor, dieser letzte da, der ist nun wirklich interessant. Inwiefern? Hinsichtlich von Ort und Zeit und hinsichtlich eines der Tatverdächtigen, die damals von der Staatspolizei verhört wurden. Man hat den Mistkar nie festgenommen. Es war nur einer von einem halben Dutzend möglichen Tätern, die man in die Mangel genommen hat. Aber sein Name und das Befragungsprotokoll waren in der alten Akte. Hätte ebenso gut die Nadel im Heuhaufen suchen können, aber ich hab's gefunden. Was war daran so interessant? Hackte Geoffrey nach. Agent Martin wollte erneut aufstehen, überlegte es sich aber anders. Mit einem Ruck beugte er sich vor, sodass sein mächtiger Oberkörper über seine Knie ragte und zischte leise wie ein Verschwörer, jedoch in heftigem, mühsam beherrschtem Ton. Interessant? Ich will Ihnen sagen, was so interessant war, Professor, dass die Leiche dieser Jungfrau in Mercer County, New Mutter und ihre kleine Schwester für immer von zu Hause weg gegangen waren und dass der Mann, den die Polizei ein paar Tage, nachdem dieses Mädchen verschwunden war und nachdem sie und ihre Familie sich verzogen hatten, so erfolglos verhört hat, ihr gottverdammter Vater war. Geoffrey antwortete nicht. Ihm wurde heiß, als stünde der Raum, in dem er saß urplötzlich in Flammen. Seine Kehle fühlte sich trocken an. Ihm drehte sich der Kopf. Er hielt sich an der Tischkante fest, während ihm der Gedanke durch den Schädel halte. Du hast es gewusst, nicht wahr? Du hast es die ganze Zeit gewusst, all die Jahre. Du hast gewusst, dass eines Tages jemand zu dir kommen würde, um dir zu sagen, was du gerade erfahren hast. Er hatte das vor unablässig musterten. Also, meinte er ruhig, fangen wir an. Ich sagte ihnen ja, uns bleibt nicht viel Zeit. Wieso, brachte Geoffrey atemlos heraus. Weil vor weniger als 48 Stunden noch ein Mädchen im westlichen Territorium verschwunden ist. Während wir hier reden, sitzen in einem Büro, das Sicherheit und Behaglichkeit verströmt, verdammt noch mal ein Mann und eine Frau sowie ein kleiner Bruder versuchen, das Unfassbare zu verstehen. Eine Erklärung für etwas zu bekommen, das unerklärlich ist. Und zwar, nachdem man ihnen gesagt hat, dass ihnen genau das zugestoßen ist, was ihnen nie und nimmer hätte zustoßen sollen. Agent Martin verzog das Gesicht, als würde ihm bei dem bloßen Gedanken übel. Sie, Professor, Sie werden mir dabei helfen, Ihren Vater zu finden. Unsinnige Fragen Geoffrey Clayton dröhnte der Kopf und seine Wangen brannten, als hätte ihn jemand festgeschlagen. Das ist doch lächerlich, brach es aus ihm heraus. Sie sind doch verrückt. Ja, tatsächlich, fragte Agent Martin zurück. Sehe ich so aus? Klinge ich so? Geoffrey atmete einmal tief ein und ließ die Luft mit einem Zischen ganz langsam zwischen den zusammengebissenen Zähnen entweichen. Mein Vater, erklärte er so besonnen wie möglich, um über den Strudel widerstreitender Gefühle ein wenig Herr zu werden. Mein Vater ist seit über zwanzig Jahren tot. Er hat Selbstmord begangen. Aha. Sind Sie sich dessen sicher? Ja. Haben Sie seine Leiche gesehen? Nein. Waren Sie bei seiner Beerdigung? Nein. Haben Sie irgendeinen Polizeibericht oder die Bescheinigung eines Corona gelesen? Nein. Und woher nehmen Sie dann die Sicherheit? Geoffrey schüttelte den was man mir gesagt hat und was ich geglaubt habe, dass er gestorben ist, nicht weit von unserem damaligen Haus in New Jersey. Wie und wo genau weiß ich allerdings nicht mehr. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Das klingt ja alles mächtig überzeugend. Versetzte Martin ruhig und verdrehte mit einem müden Lächeln die Augen. Aus dem Grinsen des Polizisten sprach mehr Wut und Drohung als Sinn für Humor. Jeffrey machte den Mund auf, um noch etwas zu sagen, überlegte es sich aber anders. Nach ein paar Sekunden zog Martin die Stirn entfalten und sagte, verstehe, sie können sich nicht mehr erinnern, wo ihr Vater gestorben ist, oder auch wann, oder wie, ich meine, Selbstmord kann alles mögliche heißen. Hat er sich erschossen, erhängt, ist er vor einen Zug gesprungen oder von einer Brücke? Hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen? Oder vielleicht ein Video? Wie steht's mit einem Testament? Wissen sie alles nicht, was? Aber sie sind sich ganz sicher, dass er gestorben ist, und zwar nicht an seinem Wohnort, aber auch nicht allzu weit weg davon. Würden sie das als wissenschaftlich erwiesen bezeichnen? fragte er sarkastisch. Der Professor ließ die Frage eine Weile im Raum stehen, bevor er sie beantwortete. Was ich weiß, das weiß ich aus einem einzigen Gespräch mit meiner Mutter. Sie hat mir gesagt, man hätte sie unterrichtet, er habe sich umgebracht und über die Gründe wüsste sie nichts. Soweit ich mich entsinne, hat sie mir nicht gesagt, wie sie von seinem Tod erfahren hat, und ebenso wenig kann ich mich erinnern, sie danach gefragt zu haben. Wie dem auch sei, sie hatte keinen Grund, mich anzulügen und in die Irre zu führen. Wir haben nicht oft über meinen Vater gesprochen. Folglich sah ich auch keinen Grund, den genauen Umständen nachzugehen. Ich machte einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Das heißt, ich widmete mich meinem Studium, der Lehre, meiner Doktorarbeit. Er spielte in meinem Leben keine wichtige Rolle mehr, und zwar seit meiner frühen Kindheit. Ich kannte ihn nicht und ich wusste auch nicht viel von ihm. Er war nur aufgrund eines einzigen Geschlechtsakts mein Vater und nicht, weil ich zu ihm in irgendeiner Beziehung stand. Als er starb, hat mich das nicht im mindesten berührt. Es war, als führe ich von irgendeinem entfernten Ereignis, das auf mein Leben praktisch keinen Einfluss hatte. Etwas, das irgendwo in einem anderen Teil der Welt passierte. Er war eine Chiffre, eine leere Hülle. Er existierte praktisch nicht, eine vage Erinnerung. Ich trage nicht mal seinen Namen. Agent Martin lehnte sich in dem riesigen Sessel zurück, der ihn trotz seiner beträchtlichen Körpermasse zu verschlucken schien. Er stützte sich auf und setzte sich bequem zurecht. Verfluch noch wohnen. Was glatt noch Platz für eine Küche. Er sah Geoffrey an. Nichts von all dem, was Sie da gerade gesagt haben, trifft auch nur annähernd die Wahrheit. Habe ich recht, Professor? fragte er hemmsärmlich. Geoffrey starrte sein Gegenüber an und versuchte den Mann klarer zu sehen. So wie ein Landvermesser, der plötzlich den Werten nicht mehr traut, die seine Instrumente ermitteln und der deshalb mit bloßen Augen entlang einer gedachten Linie Doch jetzt schien es ratsam, seinen Eindruck zu überprüfen. Er bemerkte, dass die Brandnarben, die Hände und Hals des Detektiv entstellten, jedes Mal in gedämpftem Rot aufglühten, wenn der Mann seinen Ärger im Zaum halten musste, sodass sie seine Emotionen verrieten. Das heißt, fuhr Martin leise fort, eins vielleicht schon. Ich glaube Ihnen, dass Ihre Mutter Ihnen erzählt hat, er wäre gestorben und vermutlich hat sie auch gesagt, er hätte Selbstmord begangen. Der Teil stimmt, nehme ich an. Ich meine, dass sie es gesagt hat. Er hüstelte, als versuchte er höflich zu sein, auch wenn es eher spöttisch klang. Aber das war's dann auch schon, was? Jeffrey schüttelte den Kopf, worüber Martin wieder grinsen musste. Offenbar lächelte der Detective umso häufiger, je wütender er wurde. Passiert doch alle Tage, nicht wahr, Professor? Herr Todesexperte? Serienmörder überkommt nicht selten eine solche Abscheu gegen die Widerwärtigkeit ihrer Morde, dass sie ihre eigene erbärmliche diabolische Existenz nicht länger ertragen und aus dem Leben scheiden, so, dass sie der Gesellschaft die Mühe ersparen, sie aufzutreiben und vor Gericht zu bringen. Richtig, Professor? Das ist gar nicht mal ungewöhnlich, stimmt's? Es kommt vor, bestätigte Geoffrey Schroff, aber nicht oft. Die meisten Wiederholungstäter in unseren Studien kennen keine Reue, nicht die Spur. Das gilt natürlich nicht für alle, aber für die meisten. Demnach hätten sie einen anderen Grund, einen dieser vergleichsweise seltenen Selbstmorde zu begehen. Man kann eher sagen, sie haben sich mit dem Tod arrangiert. Sie können damit leben, mit ihrem eigenen und dem anderer Menschen. Der Agent nickte und schien mit der Wirkung, seine sarkastische Frage auslöste, recht zufrieden. Wie kommt es eigentlich, fragte Geoffrey bedächtig, dass sie mich hier aufgestöbert haben? Wie kommt es, dass sie mich mit dem Mann, der möglicherweise oder auch nicht vor über zwanzig Jahren ein Verbrechen begangen hat, in Verbindung bringen? Wie kommen sie darauf, dass mein Vater, der in Wahrheit tot ist, irgendwie auf die Erde zurückgekehrt ist, um ihr Tatverdächtiger bei diesem jüngsten Mord zu werden? Agent Martin lehnte den Kopf zurück. Ganz vernünftige Frage, meinte er. Ich bin auch ein vernünftiger Mann. Das wage ich zu bezweifeln, Professor. Ich halte sie für hochgradig unvernünftig, kolossal unvernünftig, aber witzig unvernünftig. Das haben wir übrigens gemeinsam. Nur so kommt man durchs Leben, nicht wahr? Indem man unvernünftig ist. Jeder Atemzug in dieser beschaulichen, kleinen, akademischen Welt ist unvernünftig, Professor. Denn wenn sie vernünftig wären, dann wären sie nicht das, was sie sind. Dann wären sie der Mann, von dem sie befürchten, dass er in ihnen steckt. Nicht anders als bei mir, wie gesagt. Trotzdem will ich gern versuchen, ein paar ihrer Fragen zu beantworten. Wieder dachte Jeffrey, er sollte reagieren. Er sollte voller Empörung alles weit von sich weisen, was der Detective behauptete. Er sollte aufstehen und den Raum verlassen. Er tat nichts dergleichen. Bitte, sagte er kalt. Martin drehte sich zur Seite und bückte sich nach seiner Aktentasche. Er kramte in einigen Papieren und holte schließlich einen Stapel Polizeiberichte heraus. Diese blätterte er kurz durch, bis er gefunden hatte, wonach er suchte. Dann zog er eine Lesebrille mit halbmondförmigen Hornrandgläsern aus der Innentasche seines Jacketts, setzte sie sich auf und warf nur einen letzten Blick auf den Professor, bevor er sich den Schriftstücken widmete. Macht macht mich alt, finden sie nicht und ein bisschen distinguiert. Der Detektor flachte leise, als wollte er die Widersprüche in seinem Erscheinungsbild unterstreichen. Das ist die Abschrift einer Befragung, die ein Kollege von der Staatspolizei New Jersey bei einem gewissen Mr. J.P. Mitchell durchgeführt hat. Sie kennen den Namen? Ja, natürlich. So heißt, so hieß mein verstorbener Vater. Agent Martin schmunzelte. Sicher, also, der Detektiv geht erstmal fürs Protokoll die üblichen Angaben durch, sagt, um welchen Fall es sich handelt, nenn Datum, Uhrzeit und Ort, alles hübsch nach Vorschrift, einschließlich der Belehrung über die Rechte. Er lässt sich Telefon und Versicherungsnummer, Adresse und alles Mögliche geben und ihr alter Herr scheint nichts zu verschweigen. Vielleicht hatte er dazu ja auch keinen Grund? Wieder grinste der Agent. Sicher, jetzt kommen wir zu der Stelle, an der der Detektiv in einigen Einzelheiten den Mord an dem Mädchen beschreibt und von ihrem lieben alten Dad nur einen Haufen Unschuldsbeteuerung zu hören bekommt. Richtig, Ende der Geschichte. Hm, nicht ganz. Martin blätterte die Papiere noch einmal durch und zog schließlich drei Blätter aus der Mitte der Akte, die er Jeffrey hinschob. Der Professor warf einen Blick auf die Seitenzahlen, kurz unter hundert. Er rechnete überschlägig nach, zwei Seiten pro Minute und stellte fest, dass zu diesem Zeitpunkt die Vernehmung seines Vaters schon fast eine Stunde gedauert haben musste. Er überflog den Text. Es handelte sich dabei offensichtlich um die Abschrift eines Stenografen. Den reinen Fragen und Antworten war nichts hinzugefügt. Keine Beschreibung der beiden Männer, die sich unterhielten, keine Angaben zu Tonfall und Habitus oder den nervlichen Zustand des Befragten. Er hätte gern gewusst, ob der Beamte gesessen oder gestanden hatte. Lief er vielleicht umher und umkreiste seinen Verdächtigen wie ein Raubvogel die Beute. Stand meinem Vater der Schweiß auf der Stirn oder leckte er sich vor jeder Antwort die Lippen? Schlug der Detektiv mit der Hand auf den Tisch? Beugte er sich bedrohlich über meinen Vater oder war er eiskalt konzentriert und platzierte seine Fragen präzise wie Nadelstiche? Und mein Vater? Lehnte er sich mit einem leichten Grinsen zurück Geoffrey hatte einen kleinen Raum vor Augen, vermutlich mit einer einzigen Lampe an der Decke. Ein kleiner, kahler Raum mit nackten Wänden, moderner Schalldämmung und einer Wolke aus Zigarettenrauch über einem zweckdienlichen quadratischen Tisch, zwei einfache Stahlrohrstühle, keine Handschellen, da der Mann nicht vorläufig festgenommen war, ein Tonband auf dem Tisch, das geräuschlos Worte sammelte, Tonrollen, die sich gleichmäßig drehten, als warteten sie auf das Geständnis, zu dem es nie kam. Was noch? Ein Spiegel an der Wand, der in Wahrheit ein Beobachtungsfenster war und den er als solches erkannt und ignoriert haben musste. Geoffrey hielt abrupt in seinen Gedanken inne. Woher willst du das wissen? Woher willst du wissen, wie dein Vater an diesem Abend aussah, sich benahm oder wie er klang? Er bemerkte das leichte Zittern in der Hand, als er die Abschrift zu lesen begann. Als erstes fiel ihm auf, dass der Beamte nicht namentlich genannt war. F Mr. Mitchell, Sie sagen, in der Nacht, als Emily Andrews verschwand, waren Sie Frau hat mich verlassen. F Wieso und wo ist sie hingegangen? A Das weiß ich nicht. Und was das Wieso betrifft, so kann diese Frage wohl nur meine Frau beantworten. Das wiederum könnte schwierig werden. Ich vermute, sie ist in den Norden gezogen, vielleicht nach New England. Sie hat immer betont, dass sie das kältere Klima liebt. Seltsam, nicht wahr? F Demnach gibt es niemanden, der ihr Alibi bestätigen kann? A Alibi ist ein Wort mit einer bestimmten Konnotation, nicht wahr, Detective? Und ich kann eigentlich nicht recht sehen, wieso ich ein Alibi brauchen sollte. Tatverdächtige brauchen ein Alibi. Bin ich tatverdächtig, Officer? Bitte korrigieren Sie mich, falls mir was entgangen ist, aber die einzige Verbindung, die sie zwischen mir und dieser unglücklichen jungen Frau hergestellt haben, ist offenbar der Umstand, dass sie meinen Geschichtsunterricht besucht hat. In der fraglichen Nacht war ich zu Hause. F Jemand hat beobachtet, wie sie zu ihnen ins Auto gestiegen ist. A Ich glaube, an dem Abend, an dem sie verschwand, war es dunkel und regnerisch. Sind Sie sicher, dass es mein Wagen war? Nein, hätte mich also, dass sie an dem letzten Abend, an dem sie lebendig gesehen wurde, zu ihnen ins Auto gestiegen ist? A Nein, das tue ich nicht. Ich sage nur, dass es nichts ungewöhnliches ist, wenn irgendein Lehrer einen Schüler im Auto mitnimmt, an diesem fraglichen Abend oder an jedem anderen Abend. F Ihre Frau hat sie aus heiterem Himmel verlassen? A Wir drehen uns im Kreis, nicht wahr? Solche Dinge passieren nicht über Nacht, Detective. Wir hatten uns schon seit einiger Zeit entfremdet. Wir haben uns gestritten, sie ist gegangen. Traurig, aber keine Seltenheit. Vielleicht passten wir einfach nicht zusammen. Wer weiß? F Und ihre Kinder? A Wir haben zwei. Susan ist sieben und mein Sohn Sie kommt zurück, Detective. Ist sie immer. Und falls nicht, dann muss ich und dann sind wir wieder alle zusammen. Wissen Sie, manchmal hat man dieses Gefühl, eine Art Schicksalsahnung vielleicht, dass man, egal wie schwierig oder entmutigend die Beziehung sein mag, absolut dazu bestimmt ist, zusammenzubleiben. Für immer, unlösbar miteinander verbunden. F Dann hat sie sie nicht zum ersten Mal verlassen. A Wir hatten auch vorher schon unsere Probleme. Ein, zweimal haben wir uns vorübergehend getrennt. Ich werde sie finden. Es ist nett, von ihnen so viel Anteilnahme an meiner familiären Situation zu zeigen. F Und wie wollen sie sie finden, Mr. Mitchell? A Über ihre Familie, ihre Freunde. Wie stellt man es an, jemanden zu finden, Detective? Niemand möchte wirklich richtig verschwinden. Niemand möchte sich in Luft auflösen, jedenfalls niemand, der nicht kriminell ist. Man will einfach nur woanders hin und einen neuen mit seinem früheren Leben verbindet. Man schreibt einen Brief, macht einen Anruf, irgendwas. Wenn man jemanden sucht, braucht man nur das andere Ende des Fadens in Händen zu nehmen und auf diesen kleinen Ruck zu warten. Aber das wissen sie selbst Detective, nicht wahr? F Der Mädchenname ihrer Frau? A Wilkes. Ihre Familie stammt aus Mystic, Connecticut. Ich F Wie erklären Sie es sich, dass ich in Ihrem Auto ein paar Handschellen gefunden habe? A Verstehe, jetzt eilen wir den Dingen ein bisschen voraus. Sie haben sie gefunden, weil sie ohne richterliche Verfügung illegal mein Auto durchsucht haben. Dafür brauchen sie einen Durchsuchungsbefehl. F Wozu dienten Sie? A Ich bin ein Krimi-Fan. Ich sammle Polizei-Utensilien. F Wie viele Geschichtslehrer haben Handschellen bei sich? A Keine Ahnung, ein paar, viele, wenige. Verstößt es gegen das Gesetz, welche zu besitzen? F An Emily Andrews Leiche wurden Spuren festgestellt, die darauf hindeuten, dass sie mit Handschellen an den Gelenken gefesselt war. A Hindeuten ist ein schwaches Wort, finden Sie nicht, Detective? Ein überaus fadenscheiniger, dehnbarer, nichts sagender Begriff. Sie mag solche Spuren aufgewiesen haben, von meinen Handschellen stammen sie jedenfalls nicht. F Ich glaube Ihnen nicht. Ich glaube, Sie lügen. A Dann steht's Ihnen ja frei, es mir zu beweisen. Aber das können Sie nicht, Detective, stimmt's? Denn wenn Sie es könnten, würden wir nicht unser beider Zeit verschwenden. Nicht wahr? Die Antwort des Beamten stand nicht mehr auf den Seiten, die Geoffrey in Händen hielt. Ein Moment lang sah er nicht auf, obwohl er spürte, wie ihn Martens Blick durchbohrte. Er las ein paar Aussagen seines Vaters noch einmal und stellte fest, dass er nach all den Jahren die Worte auf dem Papier in der Stimme seines Vaters hören konnte und dass er im Geist seinen Vater gegenüber dem Polizisten sitzen sah, so wie er ihn zu Hause am Esstisch hatte sitzen sehen. Es war, als spulte in ruckelnden, zerkratzten Bildern ein uralter Amateurfilm vor seinen Augen Wachseln wie ein armer Schauspieler, der aufgrund einer Verwechslung mit dem berühmten Kollegen am anderen Ende der Bühne vom Scheinwerferlicht erfasst wird. Das sagt mir nicht allzu viel, log er. Ich denke doch. Haben Sie noch mehr? Und ob, aber es läuft aufs gleiche hinaus, ausweichend und haarspalterisch, aber selten provokant. Ihr Vater ist ein intelligenter Mann? Wahr. Der Agent schüttelte den Kopf. Er war eindeutig der beste Verdächtige. Das Opfer wurde dabei gesehen, wie es in sein oder ein ähnliches Auto stieg und unter dem Beifahrersitz wurden Blutspuren sichergestellt und diese Handschellen. Und das war's mehr oder weniger. Der Detektiv wollte ihn verhaften lassen, war darauf versessen, ihn zu verhaften, bis die Blutproben aus dem Labor zurückkamen. Nichts zu machen. und von Geweberückständen gereinigt. Ich glaube, mit Dampf. Ihr Haus wurde durchsucht, mit interessanten, aber trotzdem negativen Ergebnissen. Die einzige Chance wäre ein Geständnis gewesen. Es war damals die übliche Verfahrensweise. Und der Detektiv hat sich erhebliche Mühe gegeben, hat ihn fast 24 Stunden in Gewahrsam gehalten. Aber am Ende schien ihr Dad frischer und wacher zu sein als der Kopf. Wie meinen Sie das mit den interessanten, aber trotzdem negativen Ergebnissen bei der Hausdurchsuchung? Ich meine Pornografie. Von einer besonders bösartigen, gewalttätigen Art. Sexuelle Techniken, die man gewöhnlich mit Sadomaso oder Folter verbindet. Eine umfangreiche Bibliothek über Mord, abartige sexuelle Neigung und den Tod. Eine regelrechte Heimwerker Ausrüstung für den Sexualstraftäter. Clayton schluckte schwer und merkte, wie seine Kehle austrocknete. Das bedeutet noch lange nicht, dass er ein Mörder war. Agent Martin nickte. Wie recht Sie haben, Professor. Nichts von alledem beweist, dass er ein Verbrechen begangen hat. Es beweist lediglich, dass er wusste, wie man es begehen kann. Diese Handschellen zum Beispiel. Auf eine seltsame Weise habe ich ihn fast bewundert. Offensichtlich hatte er sie zu irgendeinem Zeitpunkt dem Mädchen angelegt und dann hatte er so viel Umsicht, sie in kochendes Wasser zu werfen, sobald er wieder zu Hause war. Es gibt nicht viele Mörder mit so viel Gespür fürs Detail. Das Fehlen von Geweberesten hat ihm bei den Verhören durch die Staatspolizei von New Jersey sogar geholfen. Die Tatsache, dass sie die Dinger nicht mit dem Verbrechen in Verbindung bringen konnten, hat seinem Selbstvertrauen Diachseln. Man hat ihm nie irgendetwas nachweisen können, das konkret genug war. Eine Schülerin, die einen Kurs bei ihm besuchte, genau wie er sagt. Das Ganze lief im Grunde auf das Sprichwort hinaus, was wie eine Ente watschelt und wie eine Ente quakt, das ist vermutlich auch eine Ente. Sie verstehen, was ich meine, Professor? Martin trommelte frustriert mit spitzen Fingern auf dem Leder des Sessels. Ganz offensichtlich hatte der verdammte Kopf von Anfang an seinen Meister gefunden. Von der ersten bis zur letzten Seite hat er seine Befragung nach dem Lehrbuch gemacht, so wie er es in jedem Seminar und jedem Kurs gelernt hatte, als Auftakt zu einem Geständnis. Der Agent seufzte. Das war eben das Problem in der damaligen Zeit, das Verlesen der Rechte, Rechte von Kriminellen. Und die Polizei, du liebe Güte, dieser geschniegelte und gebügelte bis oben hin zugeknöpfte Haufen Gentlemen mit Offiziersgehabe. Selbst in Zivil und Undercover sahen sie noch aus, als gehörte ihr Arsch in diese haut enge Uniform. Wenn der durchschnittliche Mörder von denen vernommen wird, ich Ja Sir und Nein Sir wenn sie meinen Sir wie ein Wasserhahn ohne Dichtung ein Spaziergang aber hier lief es anders. Der arme Trottel von einem Kopf hatte gegen ihren Alten einfach keine Chance. Ich meine intellektuell keine Chance. Als er in das Vernehmungszimmer hineingegangen ist, hat er sich eingebildet, ihr alter würde ihm auf dem Tablett servieren, wie er es gemacht hat und warum und dann auch noch wo und was sie sonst noch alles wissen wollten. So wie jeder andere blöde Killer, den sie sich vorgeknöpft haben. Stattdessen haben sie sich im Kreis gedreht, Walzer im Two-Step-Takt. Sieht ganz so aus, erwiderte Jeffrey. Und das sagt uns etwas richtig. Sie neigen zu kryptischen Äußerungen, Agent Martin, und suggerieren damit, ich verfügte über ein Wissen oder über Kräfte und Intuitionen, die ich nie für mich in Anspruch nehmen würde. Ich bin nichts weiter als ein Professor an einer Universität und habe als ein Spezialgebiet den Wiederholungstäter. Das ist alles. Nicht mehr und nicht weniger. Na schön. Es sagt uns, dass er nicht klein zu kriegen war, nicht war, Professor? Er hatte mehr Durchhaltevermögen als ein Detektiv, der auf Teufel komm raus seinen Fall abschließen wollte. Und es sagt uns, dass er clever war und keine Angst hatte, was das faszinierendste ist. Denn ein Krimineller, der vor dem Arm des Gesetzes keine Angst hat, ist immer interessant, nicht wahr? Was es mir aber vor allem sagt, ist etwas anderes. Etwas, das mir wirklich zu schaffen macht. Das wäre, Sie kennen doch diese Satellitenfotos, die diese Wetterfrische beim Fernsehen so lieben, auf denen sie erkennen können, wie eine Sturmzelle an Intensität gewinnt, wie sie wächst und sich formiert, wie die Feuchtigkeit und der Wind sie zusammenballen, bevor es richtig losgeht. Ja, bestätigte Geoffrey und staunte über die lebhafte Vorstellungskraft des Mannes. Menschen können wie diese Sturmzellen sein. Nicht viele, aber ein paar. Und ich denke, ihr Vater war einer von ihnen. Einer, der von der Erregung des Augenblicks lebte. Mit jeder Frage, jeder Minute, die in diesem Vernehmungstimmer verstrich, ballte sich diese seltsame, gefährliche Kraft in ihm zusammen. Dieser Kopf hat versucht, ein Geständnis aus ihm heraus zu kitzeln. Martin legte eine Pause ein und holte Luft. Aber er hat dazugelernt. Geoffrey ertappte sich dabei, wie er nickte. Er sollte eigentlich in Panik sein, dachte er. Stattdessen empfand er eine einzigartige Kälte. Wieder holte er Tiefluft. Sie scheinen über dieses Geständnis, zu dem es nie gekommen ist, eine Menge zu wissen. Agent Martin nickte. Oh ja, allerdings, weil nämlich ich, der vollkommen dämliche Neuling war, der ihren alten Herrn zum Reden bringen wollte. Geoffrey zuckte zurück. Martin beobachtete ihn, während er scheinbar über seine Bemerkung nachsahm. Dann lehnte er sich vor, so dass sein Gesicht ganz nah an Claytons heranrückte und seine Worte so eindringlich wirkten, als hätte er geschrien. Man wird zu dem, was man als Kind an Erfahrung in sich aufnimmt. Das wissen wir alle, Professor. Das macht mich zu dem, was ich bin. Und bei Ihnen ist das nicht anders. Sie mögen das bis jetzt erfolgreich verleugnet haben, aber damit ist es vorbei. Dafür werde ich sorgen. Jeffrey fuhr zurück. Wie haben Sie mich gefunden? fragte er noch einmal. Der Agent entspannte sich. Ein bisschen altmodische Detektivarbeit. Ich erinnerte mich noch gut, wie sich Ihr Vater über Namen ausgelassen hatte. Wissen Sie, die meisten Menschen hassen es tatsächlich, ihren Namen aufzugeben. Namen sind etwas Besonderes. Sie verbinden uns mit unseren Ahnen, mit der Vergangenheit, all das. Sie verankern uns in der Welt. Und Ihr Vater hat mir das Stichwort gegeben, als er den Mädchennamen ihrer Mutter nannte. Ich wusste, dass sie klug genug sein würde, den nicht einfach wieder anzunehmen. Dann hätte er sie allzu leicht gefunden. Aber naja, wie das nun mal so ist mit Namen. Die Leute geben sie nicht gerne auf. Wissen Sie, woher Clayton kommt? Ja, erwiderte der Professor. Ich auch. Nachdem Ihr Vater den Mädchennamen ihrer Mutter preisgegeben hatte, dachte ich Clayton nicht ganz so offensichtlich wie und schwupp hatte ich die Namen zusammengesetzt. Mein Sohn, der nach mir Jeffrey heißt, ich bin davon ausgegangen, dass keine Mutter die Vornamen ihrer Kinder ändert, wie umsichtig das auch gewesen wäre. Und siehe da, ich hatte Jeffrey Clayton. Da hat es bei mir geklingelt, verstehen Sie? Der nicht ganz unbekannte Professor Tod, in Kripo-Kreisen durchaus und können Sie sich denken, wie mich diese Verbindung fasziniert hat, als ich erfuhr, dass noch eines der Opfer mit ausgebreiteten Armen dieser quasi gekreuzigten Opfer, denen ein Finger fehlt, zufällig ihre Studentin gewesen ist? Der Mädchenname der Mutter ihrer Mutter. Saubere Arbeit, nicht wahr? Glauben Sie, Ihr Daddy hat auch die Verbindung hergestellt? Nein, zumindest oder gehört. Wie gesagt, nachdem wir ihn in New Jersey verlassen hatten, war er sozusagen aus unserem Leben getilgt. Sind Sie sich wirklich so sicher? Ja. Nun ja, ich denke, Sie sollten sich nicht ganz so darauf verlassen. Was Ihren Alten betrifft, sollten Sie nichts für sicher halten. Wenn nämlich ich dieses nette, kleine Täuschungsmanöver durchschauen konnte, dann er vielleicht auch. Der Detective streckte die Hand nach dem Foto von Claytons ermordeter Studentin aus, nahm es und schleuderte es quer über den Tisch, sodass es direkt vor dem Professor liegen blieb. Ich glaube, Sie haben bereits von ihm gehört. Jeffrey schüttelte den Kopf. Er ist tot! Agent Martin sah auf. Ich beneide Sie um Ihre Gewissheit, Professor. Es muss ein schönes Gefühl sein, sich immer in allem so sicher zu sein. Bevor er fortfuhr, seufzte er. Meinetwegen, wenn Sie es mir beweisen können, dann werde ich mich bei Ihnen entschuldigen und Sie bekommen einen netten, kleinen Scheck als Entschädigung für Ihren Zeitaufwand vom Gouverneur des westlichen Territoriums plus eine sichere, komfortable Heimfahrt in einer Luxuslimousine. Irrsinn, dachte Jeffrey. Und dann fragte er sich. Ist es das? Er ertappte sich dabei, wie er an dem Agenten vorbei in den Hauptlesesaal der Bibliothek starrte. Dort saßen ein paar Leute still über ihrer Lektüre, vorwiegend ältere Menschen, halb hinter den Worten vergraben, die sie geöffnet vor sich hielten. Die idyllische, altmodische Szene konnte fast zum Glauben an eine heile Welt verleiten. Er ließ den Blick über die Regale wandern, über die Bücher, die in Reihe und Glied geduldig darauf warteten, dass jemand sie zur Hand nahm, aufschlug und die Informationen daraus schöpfte, die ein wissbegieriger Geist sich von ihnen erhoffte. Er fragte sich, ob einige der Bücher für immer verschlossen bleiben würden, weil die Worte zwischen ihren Deckeln im Wandel der Zeit überholt und nutzlos geworden waren. Oder auch nur vergessen, weil die Informationen, die sie beinhalteten, nicht per Tastatur abrufbar war. Wieder stellte er sich sein Vater aus dem Blickwinkel des Kindes vor. Ihm kam ein Gedanke. Nicht die neuen Ideen sind wirklich gefährlich, sondern die alten, die in jeder Umgebung seit Jahrhunderten durch die Köpfe der Menschen geistern. Vampirideen. Mord als Virus gegen jedes Antibiotikum resistent. Er schüttelte den Kopf und sah, dass Agent Martin einmal wieder grinste, während er beobachtete, wie es in Jeffrey arbeitete. Nach einer Weile regelte sich der Polizist, packte die Lehnen des Sessels und stand auf. Schnappen Sie sich Ihre Sachen, es ist schon spät. Martin sammelte die Berichte und Fotos ein, stopfte sie in die Aktentasche und schritt zügig zum Ausgang. Clayton eilte hinterher. An den Metalldetektoren nickten sie beide der Bibliothekarin zu, die dem Detektiv die Waffen aushändigte, auch wenn ihre andere Hand über dem Alarmknopf schlebte, während er sich unter dem Jackett die Halfter anlegte. Machen Sie schon, Clayton, drängte Martin grimmig, als er durch das Eingangsportal in die pechschwarze, fast schon winterliche Nacht der kleinen Stadt in New England trat. Es ist spät, ich bin müde. Wir haben morgen eine weite Reise vor uns, und da draußen wartet jemand, den ich töten muss. Mata Hari Susan Clayton beobachtete, wie in der Ferne eine dünne Rauchsäule in die Höhe stieg, eine schwarze Spirale im Licht der untergehenden Sonne, die sich als scharfe Linie vor dem verblassenden Himmel abzeichnete. Der Gedanke, dass dort ein Feuer außer Kontrolle geraten sein könnte, kam ihr nur flüchtig in den Sinn. Es traf sie wie eine Beleidigung, dass dieser Rauch den vollkommenen Horizont störte. Sie horchte. Doch die durchdringenden Sirenen blieben aus. So ungewöhnlich konnte sie das nicht finden. In einigen Teilen der Stadt war es sogar eher die Regel, ein Gebot der Vernunft, ganz zu schweigen von der Kosteneffizienz, ein in Brand gestecktes Gebäude niederbrennen zu lassen, statt das Leben von Polizisten und Feuerwehrleuten aufs Spiel zu setzen. Sie schwang sich auf ihrem Drehstuhl herum und ließ den Blick über das geschäftige Treiben kurz vor Büroschluss in den Redaktionsräumen wandern. Ein Wachmann, das Sturmgewehr über die Schulter gehängt, schickte sich gerade an, eine kleine Gruppe von Mitarbeitern um sich zu scharen und zum Parkplatz zu geleiten. Susan musste an einen Schwarm kleiner Fische denken, die sich zum Schutz gegen natürliche Räuber zu einer dichten Masse zusammenschließen. Sie wusste genau, der Nachzügler, der Einzelgänger, der aus der Gruppe ausbricht, wird zur leichten Beute. Bei dem Gedanken musste sie schmunzeln. Sieh zu, dass du schnell schwimmst. Einer ihrer Kollegen, der Redakteur der Klatschseiten, steckte den Kopf zu ihrer Arbeitskabine hinein und sagte, komm schon, Susan, reiß dich los, Feierabend. Sie schüttelte den Kopf. Ich will nur noch ein paar Dinge zu Ende bringen, antwortete sie. Was man partout noch am Abend erledigen will, kann auch als erstes morgen früh drankommen. In diesen Zeiten ein kluger Rat, eine Lebensweisheit. Susan grinste und machte eine wegwerfende Handbewegung. Ich mach bald Schluss. Aber dann bist du die Letzte, warnte er. Es ist nicht gut, allein zu sein. Gib wenigstens dem Wachdienst Bescheid, damit sie wissen, dass du noch da bist. Schließ die Türen ab und schalte die Alarmanlage ein. Ich kenne die Regeln. Der Redakteur zögerte. Er war ein älterer Mann mit graumiliertem Haar und Bart. Ein begnadeter Profi, einer der führenden Leute des Miami Herald, bis ihnen seine Drogensucht die Stellung kostete und ihn zu den Klatschspalten und schmeichelhaften Lügen über die Haute Volée bei der Wochenzeitschrift religierte, für die sie beide arbeiteten. Was ihm an Leidenschaft fehlte, machte er mit stoischer Gewissenhaftigkeit wett, gepaart mit einem bissigen, sehr geschätzten Humor. Die Mischung brachte ihm einen Gehaltscheck ein, der zu gleichen Anteilen an seine geschiedene Frau, an seine Kinder und an Kokain ging. Sie wusste, dass er derzeit angeblich clean war, doch mehr als einmal hatte sie Spurzettung eines weißen Pulvers an den Haaren seines Lippenbarts gesehen, wenn er aus der Herrentoilette kam. Sie ignorierte das einfach, denn sie wusste, dass sie sich mit der kleinsten Bemerkung in sein Leben einmischen würde, was sie auf keinen Fall wollte. »Machst du dir keine Gedanken über die Gefahren?« Susan lächelte, wie um die Frage zu verneinen, auch wenn sie natürlich beide wussten, dass das gelogen war. »Was passiert, das passiert eben«, antwortete sie. »Manchmal denke ich, wir verschwenden so viel Zeit auf unsere Vorsichtsmaßnahmen, dass nicht mehr viel übrig bleibt für das, was wirklich zählt.« Der Redakteur schüttelte den Kopf und lachte leise. »Schau an, eine Frau voller Rätsel und Philosophie. Nein, ich denke, du irrst. Früher mal konnte man sich einfach dem Schicksal überlassen und höchstwahrscheinlich passierte einem nichts. Aber das ist Jahre her. Die Zeiten haben sich geändert.« »Trotzdem, ich nehm's lieber, wie's kommt«, erwiderte Susan. »Ich kann auf mich selbst aufpassen.« Der Kollege zuckte die Achseln. »Was ist denn so dringlich?« fragte er verdrießlich. »Was ist so wichtig, dass du hierbleiben willst, wenn alle anderen längst zu Hause sind? Was ist so toll an diesem Büro? Findest du unseren Arbeitgeber so spendabel, dass du dein Leben riskieren würdest, um den Ruhm des Miami Magazine zu mehren?« »Sicher. So gesehen hast du recht«, gab sie zu. »Aber ich arbeite noch in einem Special zu meinem letzten Rätsel. Und ich bin mittendrin.« Der Kollege nickte. »Mh, einem Special? Einer Botschaft an einen neuen Verehrer? Na, sowas in der Art. Für wen ist das Special denn gedacht? »Ich habe einen verschlüsselten Brief nach Hause bekommen«, erklärte sie. »Und ich dachte mir, ich gehe auf das Spielchen ein.« Klingt ja faszinierend. »Aber gefährlich. Sei vorsichtig.« »Ich bin immer vorsichtig.« Der Redakteur sah an ihr vorbei aus dem Fenster, wo immer noch der Rauch aufstieg. Ein Stillleben städtischer Vernachlässigung hinter Glas. »Manchmal habe ich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen«, gestand er leise. »Wie bitte?« »Manchmal denke ich, mir bleibt die Luft weg.« »Oder sie ist zu heiß, um sie einzuatmen.« »Vielleicht auch zu verrust.« »Und ich ersticke daran.« »Oder voller Krankheitserreger und wenn ich husten muss, spucke ich Blut.« Susan antwortete nicht, auch wenn sie innerlich dachte, »ich weiß genau, was du meinst.« Der Redakteur sah weiter an ihr vorbei. »Ich frage mich, wie viele Menschen heute Nacht da draußen sterben werden.« sagte er in einem versonnenen, ruhigen Ton, der nahe legte, dass er keine Antwort erwartete. Dann schüttelte er wie ein Tier, das ein lästiges Insekt loswerden will, mehrfach den Kopf. »Sieh zu, dass du nicht in die Statistik eingehst«, warnte er sie direkt und in einem autoritären Ton. »Halte dich an die offiziellen Zeiten, geh nicht ohne Geleitschutz. Halte die Augen offen, Susan. Pass auf dich auf.« »Das habe ich auch vor«, erwiderte sie und fragte sich im selben Moment, ob sie es auch so meinte. »Wo sollten wir so schnell eine neue Rätselkönigin hernehmen? Was wird's denn diese Woche? Was Literarisches oder was zum Rechnen?« »Was Literarisches«, berichtete sie. »Ich habe ein halbes Dutzend Schlüsselbegriffe aus berühmten Shakespeare-Passagen in einem Dialog zwischen Liebenden zusammengebraut, indem zum Beispiel jemand so dahin sagt, das mag ja sein oder auch nicht, und die Stelle, die man rausfinden muss, ist, sein oder nicht sein?« »Ja«, antwortete sie. »Nur, dass dieses Beispiel für meine Leserschaft viel zu einfach wäre.« Der Redakteur lächelte. »Obs edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder...« »Äh, wie geht's weiter? Ich knack sie nie, ehrlich gesagt.« »Nie?« »Nie«, er lächelte immer noch. »Zu dämlich, zu ungebildet und viel zu ungeduldig.« »Deine Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht aus. Sollte vielleicht was dafür einnehmen. Ich schaffe es einfach nicht, mich so wie du hinzusetzen und es auszuknobeln. Schlichtweg zu frustrierend.« Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. »Nun ja«, meinte er achselzuckend, »bleib einfach nicht zu lang. Dieses Jahr ist bei uns immerhin noch niemand vergewaltigt oder ermordet worden. Zumindest, soweit wir wissen. Und die Geschäftsleitung möchte, dass es so bleibt. Wenn du fertig bist, schick eine elektronische Nachricht mit einer Kopie, damit die Sätze es nicht wieder vermasseln. Letzte Woche haben sie drei Korrekturen übersehen, die wir noch ziemlich spät rübergeschickt haben. Mach ich. Aber weißt du was? Die Jungs mögen mich. Sie sind mir nie persönlich begegnet, aber sie scheinen mich zu mögen. Ich bekomme ständig kleine Liebesbriefchen per E-Mail. »Das liegt an deinem Pseudonym. Geheimnisvoll. Ein Hauch orientalischer Exotik. Verschleiert und schwer zu fassen. Erinnert an unwiederbringliche Dinge aus der Vergangenheit. Sehr sexy, Martha Hari.« Susan nahm eine Lesebrille von ihrem Schreibtisch, die sie nur gelegentlich brauchte. Sie schob sie sich auf die Nasenspitze. »Da«, sagte sie. »Mehr Fräulein Lehrerin als Spionen, meinst du nicht?« Der Redakteur lachte und winkte ihr im Hinausgehen noch einmal zu. Wenige Minuten später steckte der Wachmann den Kopf zu ihrer Kabine herein. »Sie machen Überstunden?« fragte er in ungläubigem Ton. »Ja, aber nicht mehr lange. Ich melde mich, wenn ich Geleitschutz brauche.« »Wir haben um sieben Feierabend,« erklärte er. »Danach ist nur noch der Nachtwächter da, und der hat keine Geleitschutzlizenz. Außerdem wird er sie wahrscheinlich erschießen, sobald sie aus dem Fahrstuhl steigen, weil er sich vor Angst in die Hosen macht, wenn er merkt, dass außer ihm noch jemand im Gebäude ist.« »Ich bleib nicht mehr lange. Ich sag ihm Bescheid, bevor ich runterkomme.« Der Mann zuckte die Achseln. »Es geht um ihren Hals,« meinte er und ging. »Man kann nicht mehr allein sein,« dachte sie. »Es ist nicht mehr sicher. Und wer allein sein will, macht sich verdächtig.« Wieder sah sie aus dem Fenster. Der allabendliche Verkehrsstillstand ballte sich gerade an den Stellen zusammen, an denen sich die endlosen Autoschlangen trafen. Der Pendlerverkehr erinnerte sie an Szenen aus alten Western, wo die Rinderherden mitten im Viehtrieb zur Schlachtbank im Norden plötzlich erschraken, sodass die Wogen dicht gedrängter, muhender Tiere urplötzlich in Panik ausbrachen und über die weiten Ebenen galoppierten, während die Cowboys in dieser heroischen Geschichtsverzerrung sich mühten, sie wieder unter Kontrolle zu bringen. Sie sah zu den Polizeihubschraubern am Himmel auf, die über dem Chaos kreisten und wie Aasgeier nach Kadavern Ausschau zu halten schienen. Hinter ihr ertönte ein klingendes Geräusch, das vom Schließen der Fahrstuhltüren stammte. Die plötzliche Stille im Büro schlug ihr entgegen wie eine Meeresbrise. Sie nahm einen Notizblock und schrieb an den oberen Rand, »Ich habe dich gefunden.« Wieder zuckte sie unter den Worten zusammen. Sie biss sich fest auf die Unterlippe und machte sich daran, eine Antwort zu formulieren. Dabei wollte sie ihre Botschaft so verschlüsseln, dass sie ihm eine Reaktion entlockte, die ihr erste Hinweise auf den anonymen Briefschreiber gab und ihr dabei half, im Kopf ein Bild von der Person zu entwerfen, die sie gefunden hatte. Susan Clayton hatte sich wie ihr älterer Bruder ihren athletischen Körper bewahrt. Ihr eigener Lieblingssport war Kunstspringen gewesen. Sie hatte das Gefühl genossen, dort oben auf dem Drei-Meter-Turm, hoch über dem Schwimmbecken im Angesicht der Gefahr, ganz auf sich gestellt zu sein, sich geistig zu sammeln und dann ihren Körper in die Luft zu schwingen. Ihr wurde bewusst, dass vieles von dem, was sie tat, einschließlich der einsamen Überstunden im Büro, in dieselbe Richtung ging. Sie hatte keine Ahnung, weshalb es sie so oft drängte, Risiken einzugehen, doch sie begriff, dass diese Momente höchster Anspannung für sie unverzichtbar waren, um ihren Alltag zu bewältigen. Wenn sie Auto fuhr, dann fast immer auf den Fahrbahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung mit über 100 Meilen pro Stunde. Ging sie an den Strand, dann wagte sie sich in unruhige Gewässer weit ab von der Küste vor und erprobte ihre Kräfte am Ziehen und Zerren der Unterströmungen. Sie hatte keinen festen Freund und wies fast jede Einladung zu einem Rendezvous zurück, weil sie ihr Leben als überaus brüchig empfand und begriff, dass ein Fremder, selbst jemand, der sich sehr um sie bemühte, es nur noch unnötig komplizierter machen würde. Sie wusste auch, dass die Wahrscheinlichkeit, mit ihrem Verhalten ihren vorzeitigen Tod herbeizuführen, weitaus größer war als die, sich in jemanden zu verlieben, doch mit diesem Umstand konnte sie seltsamerweise gut leben. Wenn sie in den Spiegel sah, fragte sie sich zuweilen, ob die scharfen Linien um ihre Augenwinkel und der entschlossene Mund von ihrer Fallschirmspringereinstellung zum Leben zeugte, vom jahrelangen freien Fall. Das Einzige, was sie wirklich fürchtete, war, dass sie den Tod ihrer Mutter, der unaufhaltsam, schneller als sie sich eingestand, näher rückte, vielleicht nicht ertragen würde. Zuweilen kam ihr der Gedanke, dass allein die Pflege ihrer Mutter, für die meisten Menschen eine unerträgliche Belastung, ein Mühlenstein um den Hals, sie dazu brachte, an ihrem Beruf und einem scheinbar normalen Leben festzuhalten. Susan hasste den Krebs von ganzem Herzen. Sie lechzte danach, ihn unter fairen Bedingungen von Angesicht zu Angesicht zu bekämpfen. In ihren Augen war die Krankheit ein Feigling, und sie liebte die Momente, in denen sie ihre Mutter dagegen ankämpfen sah. Sie vermisste ihren Bruder schrecklich. Geoffrey löste bei ihr ein verworrenes Gemisch an Gefühlen aus. In den Jahren, in denen sie zusammen aufgewachsen waren, hatte sie seine Gegenwart so selbstverständlich genommen, dass sie ein bisschen wütend auf ihn war, als er von zu Hause wegging. Sie empfand ihm gegenüber gleichermaßen Stolz und Eifersucht und hatte nie recht begriffen, wieso sie selbst nicht in ähnlicher Weise Karriere gemacht hatte. Dabei fand sie es irritierend, mit welcher Obsession sich ihr erwachsener Bruder Mördern widmete. Es war schwierig, gleichzeitig vor etwas Angst zu haben und sich dazu hingezogen zu fühlen. Und sie fürchtete, dass sie, wenn sie auch nicht wusste, wie, am Ende so war wie er. In den letzten Jahren hatte sie sich immer mehr dabei ertappt, dass sie im Gespräch mit ihm verschlossener wurde, ihm ihre Gefühle nicht mitteilen konnte, als legte sie es darauf an, dass er sie nicht verstand. Es fiel ihr schwer, seine Fragen nach ihrer Arbeit zu beantworten, nach ihren Hoffnungen, ihrem Leben. Sie blieb vage und versteckte sich hinter einem Nebelschleier von Halbwahrheiten und wenigen Details. Obwohl sie sich für eine selbstbewusste Frau mit Ecken und Kanten hielt, begegnete sie ihrem Bruder mit einer konturlosen Unverbindlichkeit. Das Seltsamste war, dass sie ihre Mutter dazu überredet hatte, das ganze Ausmaß ihrer Krankheit gegenüber Jeffrey zu verschweigen. Sie hatte argumentiert, mit der schlimmen Nachricht nicht sein Leben durcheinander bringen zu wollen. Ihn zu schützen, indem sie beide ihm den schleichenden Fortgang verschwiegen, der irgendwann zum Tode führen musste. Er würde sich zu viele Sorgen machen, hatte sie gesagt. Er würde nach Florida zurückkommen wollen, um bei ihnen zu sein. Und sie hatten nicht genügend Platz? Er würde die Diskussion über all die schmerzlichen, schrecklichen Entscheidungen hinsichtlich Medikamenten, Therapien und Hospiz, die sie längst hinter sich hatten, wieder von vorn aufrollen. Ihre Mutter hörte sich das alles in Ruhe an und stimmte seufzend zu. Susan wusste, dass diese schnelle Einwilligung zu ihr nicht passte. Der Tod ihrer Mutter, hatte Susan entschieden, war etwas, das sie für sich allein in Anspruch nahm. Es war, als sei das Sterben als solches etwas Bedrohliches, Ansteckendes. Susan redete sich ein, Jeffrey würde es ihr eines Tages noch danken, ihn vor dem schrecklichen Prozess bewahrt zu haben. Zuweilen beschlich sie das Gefühl, sich damit ins Unrecht zu setzen. Vielleicht sogar etwas Dummes zu tun. Und es gab Momente, in denen sie an ihrer Einsamkeit verzweifelte. Und weder wusste, woher sie kam, noch was sie dagegen tun konnte. Gelegentlich fragte sie sich, ob sie Unabhängigkeit mit Einsamkeit verwechselte, und aus dieser Klemme fand sie keinen Ausweg. Auch hätte sie gern gewusst, ob es Jeffrey ähnlich ging, und sie glaubte, dass der Zeitpunkt immer näher rückte, an dem sie ihn danach fragen musste. Susan saß an ihrem Schreibtisch und kritzelte so lange mit dem Kugelschreiber über das Papier, bis die konzentrischen Kreise, die sie immer wieder malte, sich mit Tinte füllten und zu dunklen Flecken wurden. Draußen hatte sich endgültig die Nacht über die Stadt gelegt. Die Stellen, an denen in der Innenstadt Brände ausgebrochen waren, glühten orange leuchtend auf, während unablässig Scheinwafferkegel dort durch den Himmel schnitten, wo die Polizeihubschrauber nach dem nie endenden Verbrechen suchten. Ihr erschienen sie wie Strahlen himmlischen Lichts, die aus der Dunkelheit dort oben auf die Erde herunterblitzten. Am Rande des Blickfelds, das ihr Fenster freigab, sah sie strahlend helle Bögen Neonlicht, welche die sicheren Gegenden markierten. Außerdem quer durch die Stadt den beständigen Scheinwafferstrom der Autos auf dem Highway. Wie glitzerndes, fließendes Wasser in einer dunklen Schlucht. Sie wandte sich wieder vom Fenster ihrem Schreibblock zu. »Was musst du in Erfahrung bringen?«, fragte sie sich. Und ebenso schnell kam die Antwort. »Es gibt nur eine Frage.« Also konzentrierte sie sich darauf. Zuerst überlegte sie, ob sie diese Frage mathematisch zum Ausdruck bringen konnte, verwarf den Gedanken jedoch zugunsten einer erzählerischen Lösung. »Es geht darum«, fasste sie zusammen, »eine ganz einfache Frage zu stellen, zugleich aber Schwierigkeiten einzubauen. Sie schmunzelte, als sie merkte, dass sie Feuer fing. Obwohl der nächtliche Großstadtkrieg dort draußen weiter wütete, sah und hörte sie nicht die Zeichen der Gewalt, sondern vergrub sich inmitten des Großraumbüros in ihre Nachschlagewerke. Enzyklopädien, Almanache und Lexika. Es machte ihr Spaß, stellte sie fest, die verschiedensten Ausdrucksmöglichkeiten für ihre Frage auszuprobieren, sie in berühmte Zitate zu kleiden, auch wenn es ihr nicht auf Anhieb gelingen wollte. Sie summte etwas vor sich hin. Fetzen bekannter Melodien, die an den Rändern auszufransen schienen, sodass nur undefinierbare Laute blieben, während sie immer wieder neue Ansätze ausprobierte, um ihr Rätsel einzukleiden. Das Entscheidende, dachte sie, steht immer von Anfang an fest. Die Antwort. Das Spiel besteht darin, sie in einem Irrgarten zu verstecken. Plötzlich kam ihr eine Idee, und sie hätte beinahe die Schreibtischlampe umgestoßen, als sie nach einem der Bücher griff, die rings um ihre Arbeitsfläche standen. Sie blätterte es rasch durch, bis sie die Stelle fand, nach der sie suchte. Dann lehnte sie sich auf dem Stuhl zurück und wiegte sich zufrieden wie nach einer guten Mahlzeit. Ich bin eine Bibliothekarin des Trivialen, dachte sie. Eine Historikerin des Geheimnisvollen, die Kennerin des Obskuren. Und ich bin die Beste. Susan schrieb die Information auf ihren Blog und machte sich als nächstes daran, sie so geschickt wie möglich zu verpacken. Ein Geräusch riss sie jäh aus ihren Gedanken. Sie brauchte ein paar Sekunden, bis sie realisierte, dass ein Laut in die Stille des Büros gedrungen war. Ein kratzendes Geräusch, als ob jemand eine Tür aufschob oder eine Schuhsohle über den Boden schabte. Sie saß augenblicklich senkrecht. Langsam lehnte sie sich vor und versuchte, wie ein Tier auszumachen, von wo das Geräusch gekommen war. Es ist nichts, sagte sie sich. Dennoch glitt ihre Hand langsam nach unten, um die Handfeuerwaffe aus ihrer Tasche zu ziehen. Sie packte die Pistole mit der rechten und wirbelte zur Öffnung ihrer Kabine herum. Sie hielt den Atem an und horchte weiter angestrengt. Doch der einzige Laut, den sie jetzt hören konnte, war ihr eigener Herzschlag, der ihr das Blut durch die Schläfen pumpte. Sonst nichts. Immer noch zur dunklen Öffnung ihrer Kabine gewann, streckte sie langsam die Hand aus und griff nach dem Telefon. Ohne sich umzudrehen, tippte sie blind die Nummer des Wachdienstes auf der Tastatur. Es klingelte einmal und ein diensthabender Sicherheitsmann meldete sich. Gebäudewachdienst, Johnson. Sie flüsterte. Susan Clayton, 13. Stock, die Redaktion des Miami Magazine. Ich müsste eigentlich allein sein. Die Stimme des Wachmanns in der Leitung klang schroff. Ich habe hier eine Nachricht, dass Sie noch da sind. Wo ist das Problem? Ich habe ein Geräusch gehört. Ein Geräusch? Außer Ihnen dürfte aber keiner mehr da drin sein. Vielleicht die Gebäudereinigung? Nicht vor Mitternacht. Und die anderen Büros? Alle nach Hause gegangen. Sie sind die letzte Lady. Können Sie mal auf Ihrem Monitor nachschauen und die Wärmesensoren überprüfen? Der Nachtwichter brummte etwas. Als ginge es um weit mehr als nur darum, ein paar Schalter umzulegen und ein paar Befehle in den Computer einzutippen. Äh, 13. Stock, ich habe sie auf dem Monitor. Ist das eine Automatik? Sehen Sie sich bitte mal um. Ich schwenke gerade. Verdammt, ihr habt da alle viel zu viel Zeug rumstehen. Der Karl könnte sich unter einem Schreibtisch verstecken und ich sehe ihn nicht. Was ist mit den Wärmesensoren? Bin gerade dabei. Schauen wir mal. Naja, vielleicht... Äh, nee, wohl doch nicht. Was? Also, ich habe sie gut drauf und ihre Lampe da. Außerdem haben ein paar von euch den Computer angelassen. Dann erhalten wir falsche Signale. Also, da ist genug Wärme an einer Stelle da oben, dass da noch einer drin sein könnte. Wahrscheinlich nur Restwärme vom Computer. Wünschte, die Typen würden dran denken, die Scheißdinger auszumachen. Kann ich mir die Sension gleich schenken. Susan merkte, dass von ihrem festen Griff um die Pistole ihre Fingerknöchel weiß geworden waren. Prüfen Sie weiter. Ja, gibt nichts mehr zu prüfen. Sie sind allein, Lady. Oder der Karl, der vielleicht bei Ihnen da oben ist, versteckt sich neben einem Computer und rührt sich nicht von der Stelle. Wagt kaum zu atmen, weil er weiß, wie unsere Ausrüstung funktioniert und... Weil er uns sowieso reden hört. So würde ich es jedenfalls machen, sagte der Wachmann. Muss höllisch aufpassen und von einer Wärmequelle zur nächsten flitzen und das Mucksmäuschen still. Da würde ich erledigen, was ich zu erledigen habe und zwar zack, zack. Vielleicht sollten Sie Ihre Waffe laden, Ma'am. Äh, können Sie raufkommen? Ist nicht mein Job. Das macht der Geleitdienst. Ich bringe Sie meinetwegen raus, aber erstmal müssen Sie ganz allein hier runterkommen. Ich komme da nicht rauf, bevor der Putzdienst da ist. Die Jungs haben ein paar echt starke Knarren dabei. Verdammt, flüsterte Susan. Was ist? fragte der Wachmann. Sehen Sie immer noch nichts? Nix auf dem Video drauf, aber das tut es sowieso nicht immer so. Und auf dem Sensor nix außer falschem Alarm wegen all der Computer. Sieht jedenfalls so aus. Wollen Sie nicht einfach hübsch langsam zum Fahrstuhl rüber und ich halte die Kamera auf Sie drauf? Ich muss nur noch eine Sache zu Ende bringen. Oh, wie Sie meinen. Beobachten Sie bitte weiter, ja. Das dauert höchstens ein paar Minuten. Haben Sie ein extra Hunderter dabei? Wie? Ich pass auf, bis Sie fertig sind. Kostet Sie ein Hunderter. Sie kämpfte einen Moment mit sich. In Ordnung, abgemacht. Der Wachmann lachte. Leicht verdientes Geld. Sie hörte noch etwas. Was war das? Das war nur ich. Hab die Kamera hin und her geschwenkt. Erklärte der Mann. Susan legte die Pistole behutsam auf dem Schreibtisch ab. Weit mehr Überwindung kostete es sie, den Stuhl herumzudrehen, so dass sie mit dem Rücken zum Kabineneingang und dem Urheber der erschreckenden Geräusche saß. Vielleicht eine Ratte, sagte sie sich. Oder nur eine Maus. Oder es war gar nichts. Sie atmete langsam ein, um ihren rasenden Puls zu beruhigen, und fühlte, wie die leichte Bluse an ihr klebte. Du bist allein. Allein. Sie rief ihr Mailprogramm auf, um die nötigen Informationen elektronisch an die Herstellung zu senden. Sie setzte ihren Zeilengruß, Marta Hari, darüber und tippte hastig die Instruktionen ein. Dann schrieb sie, Speziell für meinen neuen Briefpartner. Rock Tom 71, zweite Puff Puff 5. Sie hielt einen Moment inne und starrte zufrieden auf den Text, den sie erdacht hatte. Dann schickte sie ihn ab. Kaum hatte sie sich davon überzeugt, dass die Nachricht erfolgreich versandt worden war, drehte sie sich in einer einzigen Bewegung auf dem Schreibtischstuhl um und packte die Automatik. Die Büros waren vollkommen still. Und wieder redete sie sich gut zu, dass sie allein war. Doch es war nicht überzeugend. Vielmehr musste sie darin denken, dass Stille zuweilen so trügerisch wie ein Zerspiegel sein konnte. Susan sah in die Überwachungskamera, die genau auf sie gerichtet war, und winkte dem Wachmann zu, der hoffentlich gut auf sie achtgab, und sammelte mit der freien Hand ihre Sachen zusammen. Sie stopfte alles in ihre Schultertasche und hängte sie sich um. Während sie aufstand, nahm sie die Pistole, packte sie schussbereit mit beiden Händen. Sie holte Tiefluft, so wie es wohl ein Scharfschütze in dem Bruchteil von Sekunden tat, bevor er feuerte. Dann trat sie, stets mit dem Rücken zu einer Wand, vorsichtig den Heimweg an. Immer Keine Meile von dem Haus entfernt, das sie sich mit ihrer Mutter teilte, hatte Susan Clayton ihr Boot an einem alten, morschen Pier verteut. Der schwankende Steg hing durch und wirkte, als müsste er beim nächsten kräftigen Wind auseinanderfallen. Dabei hatte er, wie sie wusste, schon viel Schlimmeres überlebt, was sie ihm in einer Welt, in der nichts von Dauer war, hoch anrechnete. In ihren Augen war der Pier so wie die Kies, weil er seine Widerstandskraft unter scheinbarer Hinfälligkeit verbarg. Es war so, wie es war, aber doch viel stärker, als es schien. Sie hoffte, dass dies auch auf sie selbst zutraf. Auch das Boot war nicht mehr auf dem neuesten Stand, doch tadellos in Schuss. Ein sechs Meter langes Skiff für seichte Gewässer, das flach auf dem Wasser lag, in strahlendem Weiß. Sie hatte es von der Witwe eines ehemaligen Angelführers gekauft, der fern vom Wasser, auf dem er Jahrzehnte gearbeitet hatte, in einem Hospiz in Miami gestorben war. In einer von den kranken Anstalten, die sie für ihre Mutter nicht in Betracht gezogen hatte. Unter ihren Füßen knurrschte bei jedem Schritt die Mischung aus Sand und ausgeblichenen Muscheln, die den Pfad zum Haus bedeckte. Sie liebte das vertraute Geräusch. Es war wenige Minuten vor Sonnenaufgang. Das Licht wirkte gelb, ein seltsamer Zwischenton, als zögerte es, die Dunkelheit zu entlassen. Was von der Nacht geblieben war, schien noch eine Weile im Wasser zu verharren. Es schimmerte dunkelgrau. Sie wusste, dass es noch eine Stunde dauern würde, bis die Sonne auch den Ozean erfasste und die seichten Kanäle und Untiefen der Kies in eine schillernde Palette fließender Blautöne verwandelte. Susan zog gegen die feuchtkühle Luft die Schultern hoch. Sie wusste, dass sie die frische Temperatur nur der Tageszeit verdankte und dass sie keine Erleichterung versprach von der drückenden Hitze, die der Vormittag bald mit sich bringen würde. In Südflorida war es jetzt immer heiß. Eine konstante, spüle Wärme, die über weite Flächen heftige Unwetter ausbrütete und die Menschen in ihre geschützten Kokons mit Klimaanlage trieb. Als Kind konnte sie tatsächlich den Wechsel der Jahreszeiten spüren. Natürlich nicht so wie im Nordosten, wo sie geboren war, oder noch weiter oben in den Bergen, von denen ihre Mutter so sehnsüchtig erzählte, seit sie im Sterben lag. Woran Susan sich erinnern konnte, war das Gespür für die winzigsten Veränderungen, die es auch im Süden gab, die weniger brütende Sonne, den Anflug einer Brise, die ihr sagten, dass ein Wechsel bevorstand. Doch in den letzten Jahren schien selbst dieser geringfügige Wandel verschwunden zu sein. Ein Opfer des nicht endenden globalen Klimawandels. Die schmale Bucht zu den ausgedehnten, seichten Gewässern war leer. Ihr Skiff lag an der Seite des Stegs, die Bug- und Heckleinen fielen in schlaffen Schlingen auf das im Morgentaug glänzende Deck. Der große, 200 PS starke Motor fing die ersten Sonnenstrahlen ein. Sie betrachtete das Boot und fand, dass es Ähnlichkeit mit der starken Rechten eines Boxers hatte. Reglos, doch zur Faust geballt, jederzeit bereit vorzuschnellen. Sie näherte sich dem Skiff wie einem Freund. Ich muss fliegen, begrüßte sie das Boot. Heute brauche ich Tempo. Zügig verstaute sie ein paar Angeln in ihren Halterungen unter dem Dollbord. Bei der einen handelte es sich um eine kurze Spinnrute, die sie wegen ihres praktischen Nutzens und der einfachen Handhabung mitgebracht hatte. Bei der anderen, längeren, um eine Fliegenangel, die sie sich als Luxus gönnte. Sie überprüfte noch einmal den starken, an den einziehbaren Halterungen an Deck, aus Grafit gefertigt und mit seinen knapp sechs Metern fast so lang wie das Boot selbst. Dann ging sie wie ein Pilot in den Minuten vor dem Start noch einmal die Checkliste der Sicherheitsvorkehrungen durch. Als sie sich davon überzeugt hatte, dass alles in Ordnung war, löste sie die Leinen am Steg, ließ sich ab und drückte den elektrischen Kippschalter herunter, um das Heckwerk des Motors in einem schrillen, kreischenden Geräusch ins Wasser zu senken. Sie machte es sich auf ihrem Sitz bequem und hastete unwillkürlich nach der Schaltung, um sicher zu gehen, dass sie im Leerlauf war. Dann startete sie den Motor. Er rasselte einmal laut, als schüttelte man eine Dose voller Steine, dann sprang er mit einem angenehmen Gurgeln an. Sie ließ das Giff sacht in die Mündung gleiten, sodass es durchs Wasser schnitt wie die Klingen einer Schere durch fließende Seide. Sie griff in ein kleines Fach, holte ein paar Ohrenschütze heraus und klemmte sie sich auf den Kopf. Als das Giff das Ende der Fahrrinne erreicht und das letzte Haus passiert hatte, drückte sie den Gashebel nach vorn und riss für einen Moment den Bug in die Höhe, während der Motor hinter ihr freudig gluckste. Ebenso schnell, wie er sich gehoben hatte, glitt der Bug zurück ins Wasser. Das Giff machte einen Satz nach vorn und sauste plan über die tintenblaue Fläche. Im selben Moment hatte sie die Geschwindigkeit ganz und gar erfasst. Sie hielt das Gesicht in den Wind, der ihre Wangen aufblähte, als sie nach der Morgenfrische schnappte. Die Ohrenschützer dämpften den Motorenlärm zu einem dumpfen, verführerischen Trommelwirbel in ihrem Rücken. Irgendwann einmal, dachte sie, würde sie den Morgen überholen. Zu ihrer Rechten sah sie im morastigen Grund einer kleinen Mangroveninsel ein paar strahlend weiße Reier auf der Jagd nach Brassen, deren unansehnlich dünne Beine sich übertrieben vorsichtig bewegten wie ein Tänzerpaar, das aus dem Takt gekommen ist. Vor ihr flatterte ein Vogel auf, und sie erhaschte einen Blick auf einen Silberlachs, der aus dem Wasser sprang. Ihre Hände lagen sacht auf dem Steuer, und das Gift brauste davon immer weiter vom Küstenstreifen weg, während es zwischen den grünen, üppig wuchernden Inseln durchs Wasser pflügte. Fast eine halbe Stunde lang fuhr Susan mit Höchstgeschwindigkeit. Dann erst war sie sicher, so weit in die Bruthitze vorgedrungen zu sein, dass sie jede Menschenseele weit hinter sich gelassen hatte. Sie war nahe der Stelle, an der die Florida Bay an die Everglades grenzt. Dies war ein zwiespältiger Ort, der sich nicht entscheiden konnte, ob er zum Meer oder zum Land gehörte. Ein Labyrinth aus Kanälen und Inseln. Wer hier nicht zu Hause war, konnte sich leicht verirren. Susan dachte an die leeren Flecken, an denen Himmel, Mangroven und Wasser zu einer Welt der Vorzeit verschmolzen. An dieser Welt waren alle Spuren der Moderne vorübergegangen, und das Leben verlief seit Ionen in denselben Bahnen. Sie drosselte das Tempo, und das Gift wurde langsamer, wie ein Pferd, das plötzlich die Zügel spürt. Sie schaltete den Motor aus und glitt geräuschlos weiter über das Wasser, das sich unter dem Bug veränderte, so wie das Boot an den Rand einer weiten, seichten Fläche glitt, die sich über eine Meile entlang einer flachen Mangroveninsel erstreckte. Aus den knorrigen Zweigen am Ufer erhob sich ein Schwarm Kormorane. Vielleicht zwanzig Vögel auf einmal, deren schwarze Gestalten im Licht des frühen Morgens scharf vom Himmel abstachen, als sie in einer Spirale die Flucht ergriffen. Susan stand auf, nahm die Ohrenschützer ab und suchte die Wasserfläche ab, bevor sie den Blick zum Himmel hob. Die Sonne stand schon hoch. Die durchdringende, glitzernde Klarheit, mit der sie rund um das Skiff aufs Wasser traf, tat beinahe weh. Susan spürte die pralle Hitze im Nacken wie den Griff einer kräftigen Hand. Sie zog eine Plastikflasche Sonnenschutzmilch aus einem Fach unter der Schaltkonsole und schmierte sie sich reichlich auf den Hals. Sie trug einen khaki-farbenen Baumwoll-Overall, eine Mechaniker-Kluft, die sie an der Brust aufknöpfte und herunterfallen ließ, sodass sie nackt dastand. Sie trat aus dem Kleiderhaufen und ließ die Sonne wie einen gierigen Liebhaber nach ihr greifen. Sie genoss das Brennen auf den Brüsten wie zwischen den Beinen und die Liebkosung auf dem Rücken. Dann trug sie die Sonnenmilch auf ihrem ganzen Körper auf, bis sie von oben bis unten glitzerte wie das Wasser, auf dem sie dahin glitt. Sie war allein. Außer dem leisen Klatschen der Wellenkräusel am Rumpf war es vollkommen still. Sie lachte laut. Hätte sie mit dem Morgen Sex haben können, hätte sie keinen Moment gezögert. Stattdessen gab sie sich der Erregung hin, drehte und wendete sich, sodass die heißen Strahlen sie rundum erreichten. So stand sie einige Minuten lang da. Innerlich sprach sie mit der Sonne und der Hitze. Du wärst schlimmer als jeder Mann. Du würdest mich lieben, aber dann würdest du mehr nehmen, als dir zusteht. Du würdest mir die Haut verbrennen und mich vorzeitig altern lassen. Widerstrebend griff sie erneut in das kleine Fach und zog eine dünne schwarze Polypropylen-Kapuze heraus, wie sie die Abenteurer in der Arktis unter ihren anderen Kleiderschichten trugen. Sie zog sie sich über den Kopf, sodass wie bei einem Einbrecher nur ihre Augen zu sehen waren. Als sie weiter wühlte, fand sie eine alte grün-orangefarbene Baseballkappe der Universität von Miami für den Kopf und zuletzt noch eine Sonnenbrille für die Augen. Sie wollte wieder in den Overall schlüpfen, überlegte es sich aber anders. Einen Fisch, sagte sie sich. Einen Fisch fange ich nackt. Als ihr bewusst wurde, dass sie mit gänzlich verhülltem Kopf und Gesicht, sonst aber splitternackt, ziemlich lächerlich wirken musste, lachte sie lauthals. Dann nahm sie die beiden Angelruten aus ihren Halterungen und arrangierte sie so, dass sie sie bequem erreichen konnte. Sie zog die Starken heraus und stieg auf die Plattform, ein kleines, etwas erhöhtes Deck über dem Motor, von wo aus man zusätzliche Hebelkraft hatte. Langsam bewegte sie das Giff über die seichte Fläche. Sie rechnete damit, ein, zwei Meereschen zu entdecken, deren Schwanzflossen aus dem Wasser ragten, wenn sie im nassen Sand nach kleinen Garnelen und Krabben wühlten. Das wäre schön, dachte sie. Das war eine achtbare Beute, ein Fisch, der sich blitzschnell bewegen konnte. Barracudas waren eine andere Möglichkeit. Sie hingen fast reglos im brackigen Wasser und nur das gelegentliche Zittern der Finnen ließ erkennen, dass sie nicht Teil ihrer Umgebung waren. Sie sah in ihnen Gangster. Sie hatten gefährliche Reißzähne wie Hunde und kämpften verbissen, sobald sie am Haken hingen. Sie wusste, dass sie auch ein paar mittelgroße Haie sehen würde, die wie Spielplatzrüpel an den flachen Rändern des Beckens auf leichte Beute lauerten. Sie schob ruhig den Starken durchs Wasser und ließ das Boot gleiten. Kommt schon, Fische, lockte sie. Wo seid ihr heute Morgen? In diesem Moment schnappte sie nach Luft und schaute zweimal hin, um sicherzugehen, dass sie richtig gesehen hatte. Keine fünfzig Meter entfernt erkannte sie die unverwechselbare Torpedoform eines großen Taupuns, der in geduldigem Zickzackkurs an einer Stelle durchs Wasser glitt, die kaum dreiviertel Meter tief war. Knapp zwei Meter lang und gut hundert Pfund schwer. Viel zu groß für diese Gewässer. Und auch außerhalb der Saison. Der Tarpun wanderte im Frühling in großen Schwärmen stetig nach Norden. Susan hatte in diesen Monaten in den etwas tieferen Kanälen einen guten Fang gemacht. Das hier jedoch war ein großer Fisch. Vollkommen fehl am Platze. Und er kam direkt auf sie zu. Rasch grub sie die Spitze des Stakens in den sandigen Grund und schlang eine Leine um das Ende, sodass er ihr als Anker diente. Vorsichtig sprang sie von der Plattform, schnappte sich die Fliegenangel, hatte das Boot mit einem Schritt durchquert und den Bug erreicht. Immer noch sah sie den massigen Körper vom kräftigen Schlag seiner sensenartigen Schwanzflosse unerbittlich vorangetrieben durchs Wasser gleiten. Gelegentlich fing sich die Sonne in der silbrigen Seite des Fischs. Als ob eine Explosion aufstob. Sie rollte Schnur ab. Die Rute war eher für einen Fisch ausgelegt, der ein Zehntel so groß war wie das Exemplar, das auf sie zukam. Außerdem glaubte sie kaum, dass der Tarpun die kleine Krabbenimitation am Haken schlucken würde. Doch das war alles, was sie hatte. Und selbst wenn es schiefgehen musste, wollte sie es wenigstens versuchen. Der Fisch war noch etwa 30 Meter entfernt. Und einen Moment lang wunderte sie sich über dieses seltsame Zusammenspiel. Sie spürte, wie ihr Puls ein Trommelwirbel vollführte. Bei 25 Metern dachte sie, immer noch zu weit. Bei unter 20? Jetzt kann ich dich erreichen. Sie fing an, die leichte Rute wie ein Zauberstab durch die Luft zu schwingen, sodass ein leises Zischen zu hören war, als die Fliegenschnur über ihrem Kopf einen großen Bogen beschrieb. Doch sie zwang sich, noch ein paar Sekunden zu warten. Der Fisch war 15 Meter entfernt, als sie die Leine mit einem leichten Seufzen über das Wasser schwang und beobachtete, wie sie sich streckte und schließlich niederging, sodass der Krabbenköder weniger als ein Meter vor dem Maul des Tarpuns auf die Oberfläche traf. Der Fisch machte ohne zu zögern einen Satz nach vorne. Der plötzliche Vorstoß erstaunte sie und ihr entwich ein kurzer Überraschungsschrei. Der Fisch würde den Haken nicht sofort spüren. Sie schluckte schwer und wartete, während sich die Leine in ihren Händen straffte. Dann zog sie die Schnur mit einem lauten Schrei zurück, indem sie die Angelrute links von sich nach hinten schnellen ließ, in die entgegengesetzte Richtung vom Fisch. Sie spürte, wie der Haken griff. Das Wasser explodierte vor ihren Augen in einer silberweißen Gischt. Der Fisch bäumte sich einmal heftig gegen die Beleidigung des Hakens auf und sie sah den offenen Schlund. Dann drehte er ab und eilte davon. Um tiefere Strömungen zu erreichen. Sie hielt die Rute über dem Kopf wie ein Priester den Kelch und die Winde kreischte, als meterweise dünne, weiße Angelleine herunterfloss. Während sie die Spitze immer noch in die Höhe hielt, gelang es ihr, sich ans hintere Ende des Gifts zu bewegen und das Tau zu lösen, mit dem sie das Boot an den Starken gebunden hatte. Es war nun nicht mehr verankert. Sie sah, dass der Fisch jeden Moment fast die gesamte Schnur abgewickelt haben würde. Er würde vorwärts drängen und entweder den Haken ausreißen oder die Schnur zertrennen oder einfach nur die ganzen 250 Meter Leine an sich reißen. In diesem Fall wäre er auf und davon. Ein wenig wund ums Maul, aber sonst kaum in Mitleidenschaft gezogen. Es sei denn, sie schaffte es, ihn irgendwie umzudrehen. Sie glaubte zwar nicht, dass ihr das gelang, doch wenn der Fisch das Boot durchs Wasser zog, statt gegen den Anker anzukämpfen, dann war es immerhin denkbar, dass er kurz innehielt und kämpfte. Susan fühlte, wie die Energie des Tarpuns durch die Route pulsierte, und sie machte sich keine Hoffnung. Doch selbst in einer aussichtslosen Lage dachte sie, sollte man sein Bestes geben, um sich wenigstens im Moment der Niederlage damit zu trösten, dass man alles daran gesetzt hatte. Der Bug des Bootes hatte sich gedreht und folgte dem Fisch. Immer noch nackt und schweißgebadet, stellte sie sich wieder auf den Bug. Sie sah, dass die Schnur auf der Winde abgespult war und dachte, an dieser Stelle verliere ich den Kampf. Doch zu ihrer Überraschung drehte der Fisch in diesem Moment den Kopf zu ihr herum. In der Ferne sah sie einen riesigen Geysir, als sich der Tarpun in die Höhe warf, für einen Moment in der Luft hing und sich in der Sonne wandte, bevor er in einer schäumenden Wolke wieder landete. Sie hörte noch einmal ihren eigenen Schrei. Nicht aus Überraschung, sondern aus Bewunderung. Der Tarpun sprang weiter. In seinem Kampf gegen den Haken drehte er sich in Spiralen und schlug Purzelbäume. Für Sekunden kostete sie den Rausch der Hoffnung aus, dann gab sie den Gedanken ebenso schnell wieder auf. »Es ist ein starker Fisch, und ich habe eigentlich nicht das Recht, ihn so lange festzuhalten.« Sie lehnte sich zurück, zog an der Angel, um etwas Schnurr zurückzugewinnen, und betete, dass der Fisch nicht einfach wieder losstürmen würde, denn dann wäre der Kampf vorbei. Sie hätte nicht sagen können, wie lange sie beide in diesem Patt verharrten. Die nackte, junge Frau an Deck des Bootes, die vor Anstrengung ächzte, und der silbrige Fisch, der in einer Explosion nach der anderen zappelnd in die Höhe schoss. Susan kämpfte, als seien sie beide ganz allein auf der Welt, parierte jeden Ruck an der Schnur, bis die Muskeln in ihren Armen sich vor Schmerzen wehrten, und sie fürchten musste, Krämpfe in den Händen zu bekommen. Der Schweiß brannte ihr in den Augen. Sie überlegte, ob der Kampf schon eine Viertelstunde wehrte. Dann schien es ihr eher wie eine Stunde, vielleicht sogar zwei. Erschöpft korrigierte sie ihre Schätzung nach unten. Sie seufzte tief und kämpfte weiter. Susan spürte, wie die Schnur auf voller Länge bis in die Rute hinein plötzlich erbebte, und sah zugleich eine zweite weiße Fontäne und einen silbernen Fisch in der Ferne. Auf einmal erschlaffte die Schnur, und die Rute, die zu einem zitternden Zeh verbogen war, streckte sich mit einem Schlag. Susan schnappte nach Luft. »Verdammt!«, fluchte sie. »Er ist weg!« Es dauerte keine Sekunde, und sie erkannte »Nein«. Und dann die alarmierende Gewissheit. »Er schwimmt zu mir zurück!« Ihre linke Hand an der Winde war verkrämpfen wie taub. Sie schlug sich dreimal an den Schenkel, um die Starre zu lösen. Dann fing sie an, wie verrückt, die schlaffe Schnur aufzurollen. Fünfzig Meter waren eingeholt, dann hundert. Sie hob den Kopf und sah den Fisch in ihre Richtung schwimmen, bevor sie weiter die Spule traktierte. Er war auf vielleicht fünfundsiebzig Meter herangekommen, als sie endlich die zweite Gestalt sah, die ihn jagte. Im selben Moment verstand sie, weshalb der Tarpun zum Boot zurückschwamm. Sie merkte, wie sie eine eisige Ruhe erfasste, als sie die Größe des dunklen Flecks im Wasser abschätzte. Etwa zweimal so groß wie ihr Fisch an der Angel. Es war, als hätte jemand schwarze Tusche auf die vollkommene Landschaft eines alten Meisters geworfen. In Panik stieg der Tarpun erneut in die Luft und hing knapp zwei Meter im blauen Himmel über dem unglaublich blauen Wasser. Sie hielt beim Aufspulen inne und starrte reglos über den Bug. Die dunkle Gestalt kam unaufhaltsam näher und für eine Sekunde schien das unberührte Silber des Fisches mit dem Schwarz des Hammerheis zu verschmelzen. Eine zweite Explosion auf der Oberfläche, noch eine Fontäne in der Luft, dann weißer Schaum vermischt mit rotem Blut. Sie senkte die Rute und die Schnur hing schlaff von der Spitze. Im Wasser brodelte es weiter wie in einem Kochtopf, der auf der Herdplatte vergessen steht. Ebenso schnell kehrte Ruhe ein und sie starrte auf eine ölig-glitschige Wasserfläche. Sie hielt sich die Hand über die Augen, erhaschte jedoch nur einen kurzen Blick auf das dunkle Etwas, das ins tiefere Wasser zurückschwamm. Ein böser Schatten, der für einen Moment eine Feier stört und wieder verschwindet. Sie stand weiter keuchend am Bug und fühlte sich, als wäre sie Zeuge eines Mordes geworden. Irgendwann machte sie sich daran, die Schnur ganz einzuholen. Sie spürte ein gewisses Gewicht an dem Ende, das sie durchs Wasser zog, und konnte sich denken, was es war. Der Hammerhai hatte den Tarpun durchtrennt, sodass der Kopf und etwa 30 Zentimeter Körpermasse noch am Haken hingen. Sie holte die schaurige Trophäe ein. An einer Seite des Skiffs beugte sie sich herunter, um den Haken aus dem zähen Maul des Fisches zu lösen. Doch sie brachte es nicht fertig, ihn anzurühren. Sie kehrte zu der Konsole zurück und fand ein Filetiermesser mit einer dünnen Klinge, das sie benutzte, um die Schnur durchzuschneiden. Für Sekunden sah sie noch Kopf- und Rumpfstück des Tarpuns versinken. Dann war er verschwunden. »Es tut mir leid, Fisch«, sagte sie laut. »Hätte mich nicht so der Ehrgeiz gepackt, wärst du noch am Leben. Ich hatte nicht das Recht, dich zu fangen und zu erschöpfen. Ich hatte von Anfang an nicht das Recht, mich mit dir zu messen. Wieso hast du den verdammten Haken nicht einfach abgeschüttelt oder abgebrochen? Du warst stark genug. Wieso hast du nicht getan, wozu du fähig gewesen wärst, statt zur leichten Beute zu werden? Ich hab dir auch noch dabei geholfen. Und es tut mir aufrichtig leid, Fisch. Es war meine Schuld, und du hast es nicht verdient. Ich habe kein Glück, dachte sie. Hatte ich noch nie. Plötzlich packte sie die Angst und sie verdrängte mit aller Macht das Bild ihrer eigenen Mutter. Susan schüttelte energisch den Kopf und holte Tiefluft. Plötzlich schämte sie sich für ihre Nacktheit. Sie stand auf und suchte den leeren Horizont ab. Als fürchtete sie, irgendwo in der Ferne stünde jemand mit einem starken Fernglas und beobachtete sie. Sie wusste, das war verrückt. Die Sonne, die Erschöpfung und die Enttäuschung über den Ausgang des Kampfes hatten sich verschworen, sie aus der Fassung zu bringen. Dennoch bückte sie sich nach dem Overall an Deck, hob ihn auf und hielt ihn sich vor die Brust, während sie über die Weite des Wassers blickte. Da draußen, wo du sie nicht sehen kannst, lauern immer die Haie, sagte sie sich, und die Signale eines Kampfes locken sie unweigerlich an. Sie haben einen sechsten Sinn dafür, wenn ein Fisch verwundet und zu entkräftet ist, um ihn zu entkommen oder sich zu wehren. In diesem Moment tauchen sie aus dem dunkleren, tieferen Wasser auf und greifen an, wenn sie sich ihres Sieges sicher sind. Susan fühlte sich von der Hitze benommen. Sie spürte, wie ihr die Sonne auf den Schultern brannte und zog rasch den Overall über, den sie sich bis zum Hals zuknüpfte. Eilig verstaute sie ihre Ausrüstung. Dann wendete sie das GIF und fühlte sich erleichtert, als es sich nach Hause in Bewegung setzte. Seit sie unter ihrer normalen Rubrik ihre Spezialbotschaft veröffentlicht hatte, war noch keine Woche vergangen. Sie rechnete nicht damit, besonders schnell von ihrer anonymen Zielperson zu hören. Zwei Wochen, schätzte sie. Vielleicht auch vier. Vielleicht auch nie. Doch sie irrte sich. Zuerst bemerkte Susan den Brief gar nicht. Vielmehr hatte sie, als sie die Einfahrt ihres Hauses betrat, das Gefühl einer eigentümlichen Ruhe. Sie blieb abrupt stehen. Sie vermutete, dass diese Stille von dem letzten dämmerigen Tageslicht rührte, das über dem Garten verblasste. Dann fragte sie sich, ob etwas anders war als sonst. Sie schüttelte den Kopf und sagte sich, sie sei noch von dem Angriff des Heiß auf ihren Fisch ein wenig durchhandelt. Um sich zu beruhigen, warf sie einen prüfenden Blick auf den Eingang des einstöckigen Schlackensteinhauses im typischen Stil der Kies. An ihm war nichts bemerkenswertes, abgesehen von seinen Bewohnern. Es besaß weder Charme noch Stil. Es war aus den praktischsten Materialien nach Schema F. gebaut. Ein Dach über dem Kopf von Menschen mit bescheidenen Wünschen und noch bescheideneren Mitteln. Auf einer Seite des Gartens wiegten sich ein paar kümmerliche Palmen, während die Umgebung ansonsten bis auf die nackte Erde verdorrt war. Nur an wenigen Stellen hatte sich unverwüstliches Fingergras gehalten. Es war kein einladender Ort. Nicht einmal als Kind hatte es sie gereizt, dort zu spielen. Ihr Wagen stand da, wo er immer stand, in dem kleinen Stück Schatten, das die Palmen spendeten. Vor Zeiten hatte das Haus einen beherzten rosa Anstrich bekommen, doch dieser war von der Sonne zu einer dürftigen Korallenfarbe ausgeblichen. Sie hörte, wie die Klimaanlage sich gegen die Hitze abmühte und war erleichtert, dass offenbar endlich der Elektriker gekommen war, um sie zu reparieren. Wenigstens bringt jetzt die verdammte Hitze Mutter nicht mehr um, dachte sie. Sie redete sich noch einmal gut zu, dass alles in bester Ordnung sei. Alles an seinem Platz, dass an diesem Tag nichts anders war als an tausend anderen Tagen und ging weiter, ohne wirklich überzeugt davon zu sein. In diesem Moment der aufgesetzten Zuversicht sah sie den Brief, der an der Haustür lehnte. Susan blieb stehen, als hätte sie eine Schlange entdeckt. Sie spürte, wie ihr die Angst den Rücken herunterrieselte. Sie holte Tiefluft. Verdammt, fluchte sie. Vorsichtig lief sie auf den Brief zu, als könnte er explodieren oder enthielte gefährliche Krankheitserreger. Dann ging sie in die Hocke und nahm ihn behutsam in die Hand. Sie riss den Umschlag auf und zog das Blatt heraus, das er enthielt. Sehr schlau, Matahari, aber nicht schlau genug. Rock Tom hat mir einiges Kopfzerbrechen bereitet. Habe eine Reihe von Dingen ausprobiert, wie du dir denken kannst. Aber dann, nun ja, wer weiß, woher die richtige Eingebung plötzlich kommt. Mir fiel ein, du könntest dich auf das britische Rock'n'Roll-Quartett beziehen, das vor so vielen Jahrzehnten mit der Oper Tommy ein Hit gelandet hat. Wenn also von The Who die Rede war, wie lautete dann wohl die übrige Botschaft? Naja, 71 konnte ein Jahr sein und zweite Puff Puff 5. Als ich mir die Songtitel auf der Rückseite des Albums von 1971 angesehen habe, war das nicht mehr allzu schwer. Und siehe da, wie lautete die Lösung? Wer sind sie? Ich weiß nicht, ob ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereit bin, diese Frage zu beantworten. Irgendwann natürlich schon. Für den Augenblick möchte ich unserer Korrespondenz nur eine Bemerkung hinzufügen. Für ein schlaues Mädchen wie dich sollte das nicht allzu schwer sein. Alice wäre ein guter Name für eine Rätselkönigin gewesen, besonders für eine rote. Auch diesmal fehlte eine Unterschrift. Während sie nervös an dem schwergängigen Schloss der Haustür hantierte, rief Susan energisch, »Mutter!« Diana Clayton stand am Herd und rührte in einem Töpfchen Hühnerbrühe. Sie hörte zwar die Stimme ihrer Tochter, aber nicht den beunruhigten Ton, und so antwortete sie sachlich, »Hier drinnen, Schatz!« worauf prompt der zweite Ruf vom Eingang folgte. »Mutter!« Und so wiederholte sie ein wenig lauter und ein Hauch gereizt. »Hier drinnen!« Es tat zwar nicht weh, die Stimme zu erheben, aber es kostete sie mehr Kraft, als sie erübrigen konnte. Sie ging sorgsam mit ihren Kräften um und hasste jede unnötige Energieverschwendung, denn sie wusste, dass sie immer dann, wenn die Schmerzen sie überfielen, alle Reserven mobilisieren musste. Es war ihr gelungen, sich bis zu einem gewissen Maß mit ihrer Krankheit zu arrangieren. Doch es kam ihr so vor, als benehme sich der Krebs allzu oft wie ein Winkeladvokat, der sie betrog und immer mehr verlangte, als sie zu geben bereit war. Während ihre Tochter durch das kleine Haus Richtung Küche stopfte, nahm sie einen Schluck von der Brühe. Sie lauschte auf Susans Schritte und musste unwillkürlich denken, dass sie aus dem Geräusch, das sie machten, genau die jeweilige Stimmung ihrer Tochter ablesen konnte. Und so hatte sie, als Susan den Raum betrat, bereits eine Frage auf den Lippen. »Susan, mein Schatz, was ist los? Du klingst verärgert, beim Angeln kein Glück gehabt.« »Nein«, erwiderte ihre Tochter. »Doch, das ist es nicht. Hör zu, Mutter, hast du heute irgendetwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört? Ist jemand da gewesen?« »Nur der Mann wegen der Klimaanlage. Gott sei Dank. Ich hab ihm einen Scheck gegeben. Ich hoffe, er platzt nicht.« »Sonst noch jemand? Hast du etwas gehört?« »Nein. Aber ich habe heute Nachmittag ein Nickerchen gehalten. Weshalb fragst du?« Susan schwieg einen Moment und überlegte, ob sie etwas sagen sollte, bis ihre Mutter energisch drängte. »Dich bedrück doch was. Behandle mich nicht wie ein Kind. Ich mag zwar krank sein, aber ich bin nicht debil. Was ist los?« Susan zögerte noch eine Sekunde, bevor sie erwiderte. »Heute ist ein zweiter Brief hier abgegeben worden. Wie der letzte Woche im Briefkasten. Keine Unterschrift, keine Adresse. Er lag an der Haustür. Das macht mir zu schaffen.« »Noch einer, sagst du?« »Ja. Ich habe in meiner normalen Spalte eine Antwort drucken lassen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der Karl sie so schnell löst.« »Was hast du ihn denn gefragt?« »Ich wollte wissen, wer er ist.« »Und seine Antwort?« »Hier.« »Dies selbst.« Diana nahm das Blatt, das Susan ihr hinschob. Sie stand am Herd und überflog den Inhalt. Dann legte sie den Brief langsam beiseite und drehte das Gas ab, auf dem ihre Brühe dampfte. Sie holte Tiefluft. »Und was will er diesmal?« fragte sie beherrscht. »Das weiß ich noch nicht. Ich habe auch erst einen Blick drauf geworfen.« »Ich glaube,« sagte Diana mit einer vorsorgeausdruckslosen Stimme. »Wir sollten zusehen, dass wir das entschlüsseln. Dann können wir den Tenor des ganzen Briefs besser einschätzen.« »Naja, ich kann vermutlich die Zahlensequenzen knacken. Sowas ist meistens nicht so kompliziert. Wie wäre es, wenn du dich daran machst, während ich uns etwas zum Abendessen koche?« Diana wandte sich wieder der Brühe zu und hantierte mit Küchenutensilien. Sie biss sich fest auf die Lippen und mahnte sich, den Mund zu halten. Die Tochter nickte und ging zu einem kleinen Tisch in einer Ecke der Küche. Eine Weile sah sie ihrer Mutter bei der Arbeit zu und fühlte sich ein bisschen besser. Jedes Zeichen von Normalität interpretierte sie sich als Zeichen von Stärke. Jedes Mal, wenn so etwas wie Routine eintrat, glaubte sie, die Krankheit sei zurückgedrängt und in ihrem unaufhaltsamen Fortschreiten gestoppt worden. Sie atmete langsam aus, zog Bleistift und Papier aus einer Schublade und machte sich ans Rechnen. Zuoberst schrieb sie »524135217« auf das Blatt, dann das ganze Alphabet darunter, wobei sie das A, der 1 zuwies, sodass vom Ende Z und 26 zusammentrafen. Natürlich wäre dies die einfachste Auslegung der Zahlenreihe, und sie bezweifelte, dass es funktionierte. Andererseits beschlich sie der Gedanke, dass der Absender ihr mit der Nachricht nicht allzu viel Mühe bereiten wollte. Abgesehen von der eigentlichen Mitteilung ging es ihm wohl mehr darum, ihr zu zeigen, wie schlau er war. Ein paar der Leser, die ihr schrieben, benutzten derart komplizierte Codes, dass daran selbst ein militärischer Dekodiercomputer scheitern musste. Der tiefere Grund war meist eine Paranoia, an die sich die Leute klammerten. Dieser Verfasser hatte allerdings etwas anderes im Sinn. Das Problem war, dass sie noch nicht wusste, was. Doch so viel schien ihr sicher. Er wollte, dass sie es herausfand. Ihr erster Versuch brachte Eppdack hervor, und deshalb hörte sie an dieser Stelle auf. Sie konzentrierte sich auf die ersten fünf Ziffern und teilte sie in 5, 24, 13 ein. Das ergab Exum. Das war unsinnig, und so fuhr sie fort, bis sie Ex-Map und dann Ex-Molk vor sich hatte. Ihre Mutter brachte ihr ein Glas Bier und kehrte an den Herd zurück. Susan nippte an der schäumenden, braunen Flüssigkeit und genoss, wie sie ihr kalt die Kehle hinunterlief. Dann machte sie sich wieder an die Arbeit. Sie schrieb das Alphabet wieder auf, indem sie diesmal die 26 mit dem A verbannt und von hinten nach vorne arbeitete. Das erbrachte zunächst Uiv und dann, in anderer Lesart, Uben. Susan blies die Backen auf und stieß die Luft wie ein Kugelfisch aus. Sie kritzelte ein kleines Bild von einem Fisch in die Ecke und zeichnete dann eine Haifischflosse, die durch einen imaginären Ozean pflügte. Sie fragte sich, wieso sie den Hammerhai nicht eher gesehen hatte, und sagte sich dann, dass sich Raubfische gewöhnlich erst zeigen, wenn ihnen die Beute sicher scheint und nicht früher. Dieser Gedanke brachte sie zu der Zahlenreihe zurück. Es wird versteckt sein, sagte sie sich, aber nicht allzu gründlich. Vor und zurück, was kam als nächstes? Subtraktion und Addition. Ihr kam eine Idee und sie nahm den Brief zur Hand. Möchte ich unserer Korrespondenz nur eine Bemerkung hinzufügen? Sie beschloss, zu jeder Zahl der Sequenz eine Eins zu addieren. Damit kam sie auf 635-246-328. Die entsprechenden Buchstaben lauteten FCE-BDF-CBH, was ihr nicht weiter half. Sie versuchte es rückwärts und brachte ebenfalls nur Kauderwelsch zu Papier. Sie hielt ihr Blatt in die Höhe, legte es zurück und beugte sich tief darüber. Sieh dir die Zahlen an. Probier andere Kombinationen aus. Wenn ich 524-135-217 anders verteile... Auf diese Weise kam sie auf 524-13-521-7. Sie sah, dass sie die letzten Ziffern auch als 2-17 lesen konnte. Wenn sie dann wiederum jeweils eine Eins addierte, kam sie zu 625-14-622-8. Das ergab FYFWH. Und sie wünschte sich allmählich, sie hätte ein Computerprogramm, mit dem sie numerische Muster untersuchen konnte. Sie hielt sich weiterhin an ihren Ansatz und ordnete die Zahlen wieder neu, was noch mehr Nonsens erbrachte. Sie änderte sie noch einmal ab. Du hast es vor der Nase, dachte sie. Du musst nur den Schlüssel finden. Sie nahm noch einen Schluck Bier. Sie unterdrückte das Bedürfnis, wahllos mit den Zahlen zu spielen. Denn sie wusste aus Erfahrung, dass sie sich damit nur ein fruchtloses Chaos an Buchstaben und Zahlen bescheren und am Ende nicht mehr wissen würde, wo sie angefangen hatte, sodass sie ihre Schritte einzeln zurückverfolgen müsste. Das galt es zu vermeiden. Wie alle Rätsel-Experten wusste sie, dass ihr Heil in der Logik lag. Wieder betrachtete sie die Botschaft. Nichts, was er sagt, ist dem Zufall überlassen, dachte sie. Sie war sicher, dass sie eine Eins addieren musste. Es fragte sich nur, wie? Sie kämpfte gegen den Frust an. Mit einer weiteren Flasche Bier. Sie atmete tief ein und unternahm einen neuen Versuch. Sie sah sich die Folge noch einmal an und winkte ihre Mutter weg, die mit einem Teller essen kam. Über ihre Aufgabe gebeugt, dachte sie, er will, dass ich addiere. Das heißt, er hat selbst bei jeder Zahl eins abgezogen. An und für sich ist das zu simpel. Aber was mich in die Sackgasse führt, sind die sinnlosen Buchstabenkombinationen. Sie sah sich den Brief noch einmal an. Alice und dann die rote Königin. Hinter dem Spiegel. Eine kleine literarische Anspielung. Das hätte sie eigentlich eher entdecken müssen. Wenn man in den Spiegel sieht, kann man lesen, was falsch herumgeschrieben wurde. Sie nahm die Sequenz, drehte die Zahlen um und addierte dann die Eins. 8, 2, 2, 6, 4, 1, 5, 2, 6. War es nun 8, 22, 6 oder 8, 2, 26? Aufs Gratewohl teilte sie die Ziffern in 8, 2, 26, 4, 15, 26 auf. Dabei kamen S-Y-A-W-L-A heraus. Ihre Mutter schaute ihr über die Schulter. Da ist es, bemerkte Diana frostig. Sie schnappte nach Luft und ihre Tochter saß auch. Always. Immer. Susan betrachtete das Wort auf dem Blatt Papier und dachte, es ist ein schreckliches Wort. Sie hörte, wie ihre Mutter Atem holte und beschloss, in diesem Moment starke zu demonstrieren, auch wenn sie aufgesetzt war. Natürlich würde ihre Mutter das durchschauen, doch es würde ihr trotzdem helfen, Ruhe zu bewahren. Macht es dir Angst, Mutter? Ja, bestätigte Diana. Wieso? fragte die Tochter. Ich weiß nicht, warum, aber mir geht es nicht anders. Dabei gibt es nichts Bedrohliches. Es gibt keinerlei Anhalt dafür, dass wir es nicht mit jemandem zu tun haben, der ein intellektuelles Spielchen treiben will. Das wäre nicht das erste Mal. Was stand in der ersten Nachricht? Ich habe dich gefunden. Diana hatte das Gefühl, als würde sie tief in ihrem Innern in ein Loch gesogen. Ein gewaltiger Strudel, der sie zu verschlingen drohte. Sie sperrte sich dagegen, sagte sich, dass bis jetzt noch nichts erwiesen war. Sie erinnerte sich daran, dass sie über 25 Jahre unbehelligt geblieben war. Unentdeckt. Derjenige, vor dem sie sich und ihre Kinder versteckt hatte, war, so hatte sie gehört, tot. Und deshalb kam Diana in einer wahrscheinlich übereilten Einschätzung der Lage zu dem Schluss, dass die Nachrichten wohl genau das waren, was sie zu sein schienen. Der etwas abwegige Versuch eines allzu glühenden Fans ihrer Tochter auf Teufel komm raus auf sich aufmerksam zu machen. Das konnte für sich schon gefährlich sein. Und so schwieg sie sich über ihre tiefsitzenden alten Ängste aus, um die Vergangenheit ruhen zu lassen. Tod. Er ist tot. Es war Selbstmord, hämmerte sie sich ein. Als er sich das Leben nahm, hat er dich befreit. Wir sollten deinen Bruder anrufen, meinte sie. Wozu? Weil er gute Beziehungen zu Strafvollzugsbehörden hat. Vielleicht kennt er jemanden, der diesen Brief analysieren kann. Auf Fingerabdrücke untersuchen oder sonst wie testen, um uns irgendetwas darüber zu erzählen. Ich schätze, dass derjenige, der uns das schick daran gedacht hat, außerdem hat er kein Gesetz übertreten. Nein, jedenfalls bis jetzt nicht. Ich denke, wir sollten warten, bis ich die ganze Nachricht ausgetüftelt habe. Dauert bestimmt nicht lang. Also, sagte der Jenner ruhig, eins wissen wir schon jetzt. Was denn? Die Mutter starrte die Tochter an, als sei sie mit Blindheit geschlagen. Die erste Botschaft hat er in den Briefkasten eingeworfen. Und diese hier hast du wo gefunden? An der Haustür? Das sagt uns jedenfalls, dass er immer näher kommt. Meinst du nicht? New Washington Der westliche Himmel besaß einen metallischen Schimmer, wie auf Hochglanz polierter Stahl. Eine unendliche, kalte, klare Weite. Für einen Moment legte er zum Schutz die Hand über die Augen. Man gewöhnt sich daran, versicherte Robert Martin in beiläufigem Ton. Um diese Jahreszeit hat man hier draußen manchmal das Gefühl, als ob ein Schein war, verblendeten. Man bänzelt ständig zum Horizont. Jeffrey Clayton antwortete nicht sofort, sondern ließ stumm den Blick über die Phalanx moderner Bürogebäude schweifen, die sich links und rechts in einigem Abstand von dem breiten Highway aneinander reiten. Sie waren alle verschieden und doch gleich. Großzügig angelegte Rasenflächen mit Baumgruppen dazwischen, leuchtend blaue Teiche und Wasserbecken, in denen sich der Himmel spiegelte, vor soliden Bauten, die mehr von den Geldern kündeten, die in sie geflossen waren, als von der schöpferischen Kraft der Architekten. Eine Verschmelzung von Funktion und Kunst, die wenig Zweifel darin ließ, was den Vorrang hatte. Je länger er die städtische Umgebung betrachtete, desto deutlicher fiel ihm ins Auge, wie neu alles war, wie wohlgeformt, geordnet und ausgewogen. Alles war sauber. Er sah die Logos einer großen Firma nach der anderen. Kommunikationswesen, Unterhaltung, Industrie. Eine eindrucksvolle Fortune 500-Parade. Wer in diesem Land viel Geld verdient, dachte er, ist hier vertreten. Wie heißt diese Straße? fragte er. Freedom Boulevard, erwiderte Agent Martin. Jeffrey konnte sich angesichts der Ironie des Namens ein Verhaltenesschmunzeln nicht verkneifen. Es herrschte nicht viel Verkehr und sie fuhren in einem stetigen, gemächlichen Tempo. Er vertiefte sich weiter in seine Umgebung und fand, dass dieser neue Glanz etwas Steriles hatte. War das nicht mal alles Wüste? überlegte er laut. Ja, bestätigte Martin. Im Wesentlichen Buschgras, ausgetrocknete Flussläufe und Steppenläufer. Noch vor einem Jahrzehnt gab es hier eine Menge Dreck, Sand und Wind. Stau einen Fluss, leite Wasser in neue Kanäle, um Schiffe ein paar Umweltgesetze und alles blüht und gedeiht. Die Technologie ist teuer, aber, wie Sie sich denken können, war das nicht der entscheidende Faktor. Jeffrey hielt es für eine interessante Idee. Man ersetzte eine Art von Natur durch eine andere. Man schaffte eine idealisierte Unternehmervision davon, wie die Welt aussehen sollte, und stülpte sie der ungeordneten, etwas enttäuschenden, realen Welt über. Ein Land innerhalb eines Landes. Nicht ganz unwirklich, aber gewiss auch nicht authentisch. Er konnte nicht sagen, weshalb ihm der Gedanke zu schaffen machte. Drehen Sie uns den Wasserhahn ab, und in weiteren zehn Jahren haben Sie hier eine Geisterstadt, meinte Martin. Aber es dreht niemand den Wasserhahn ab. Wer war hier? Ich meine, bevor... Hier, in New Washington, da war nichts. Jedenfalls nicht viel. Ein paar hundert Quadratmalen mit so gut wie nichts. Klapperschlangen, Krustenechsen und Bussarde. Früher mal war ein Teil des Bodens in staatlichem Besitz. Ein anderer Teil war ein altes Indianereservat, das annektiert worden ist. Und wieder ein Teil wurde enteignet. Hat ein paar große Ranger verschnupft, kann man für den ganzen Staat sagen. Leute, die in den ausgewiesenen Baugebieten wohnten, wurden entschädigt und umgesiedelt, bevor die Bulldozer kamen. So wie jedes Mal im Lauf der Geschichte, wenn diese Nation sich ausgedehnt hat. Ein paar Leute holen sich eine goldene Nase, andere werden vertrieben, und die letzten beißen die Hunde. Nur an einem anderen Ort. Nicht anders als, sagen wir, in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass wir uns diesmal nach innen ausgedehnt haben und nicht nach außen auf unerforschtes Gelände. Diesmal auf ein Gebiet, für das sich kaum jemand interessierte. Jetzt interessiert's alle, weil sie sehen, was man daraus machen kann. Und was wir noch machen werden. Das ist ein riesiges Territorium. Wir haben noch viel Platz, besonders im Norden Richtung Bitterroot Range. Da ist noch jede Menge Raum. Besteht denn die Notwendigkeit dafür? Der Detective zuckte die Achseln. Jedes Territorium ist auf Wachstum angelegt, besonders wenn es um Sicherheit geht. Es gibt immer das Bedürfnis nach Ausdehnung. Und es gibt immer Leute, die ein Stück von der ursprünglichen Vision Amerikas für sich haben wollen. Clayton verstummte wieder und ließ Martin fahren. Sie hatten noch nicht über den Zweck seines Besuchs im 51. Bundesstaat gesprochen. Kein einziges Mal während des langen Flugs nach Westen über die mittleren Bundesstaaten, über die Rockies, das Rückgrat des Kontinents bis zur Landung in jener Gegend, die einmal der isolierte nördliche Teil von Nevada gewesen war. Während sie schweigend über die Straßen fuhren, stand Jeffrey plötzlich eine unangenehme Erinnerung vor Augen. Die ordentliche Reihe der Gebäude verschwamm vor seinem Blick und wich einer harten Stadtlandschaft aus Beton. Einem Ort, der früher einmal übermäßigen Reichtum und Erfolg gekannt hatte, dann aber, wie so vieles im letzten Jahrzehnt, unwiederbringlich verkommen und verfallen war. Garfston, Texas. Kaum sechs Jahre zuvor. Ein Lagerhaus. Die Tür stand sperrangelweit offen und klapperte im unablässigen, durchdringenden Wind, der über das lehmige, braune Wasser im Golf von Mexiko heranwehte. In den Erdgeschossfenstern hing die Splitter der eingeschlagenen Scheiben. Am Morgen hatte es geregnet, und das trübe Licht von der Straße warf groteske, schlangenförmige Schatten an die Wände. Wieso hast du nicht gewartet? fragte er sich auf einmal. Eine vertraute Frage, die diese Erinnerung noch jedes Mal begleitet hatte, wenn sie sich ungebeten in sein Bewusstsein drängte oder in seine Träume schlich. Es gab keinen Grund zur Eile. Hättest du gewartet, wäre früher oder später Verstärkung eingetroffen. Ein SWAT-Team mit Nachtsichtgeräten und schweren Waffen, kugelsicherer Kleidung und militärischer Ausbildung. Genügend Polizisten, die das Warenhaus umstellt hätten. Ein Megafone, ein Helikopter mit Suchscheinwerfern über dem Dach. Es war vollkommen unnötig, dass du mit den beiden Detektives da reingegangen bist, bevor Verstärkung eingetroffen war. Aber sie wollten es so, beantwortete er seine eigene Frage. Sie waren mit ihrer Geduld am Ende. Die Jagd war lang und frustrierend gewesen. Sie spürten, dass sie kurz vor dem Finale standen. Und er allein wusste, wie schwierig es sein würde, an die Jagdbeute heranzukommen, die sich auf eigenem Terrain verschanzte. Es gab eine Kindergeschichte. Rudyard Kiplings Erzählung vom Mungo, der einer Kobra in ihr Loch folgt. Sie enthält eine Warnung. Fechte deine Kämpfe auf eigenem Gelände aus und nicht auf feindlichem Boden. Wenn du kannst. Das Problem ist, dachte er, dass man es oft nicht kann. Er hatte es in jener Nacht gewusst und nichts gesagt, obwohl bereits Hilfe unterwegs war. Er fragte sich, wieso, auch wenn er den wahren Grund kannte. In all seinen Studien über Mörder und ihre Morde hatte er noch keinen in jenem strahlenden Moment der uneingeschränkten Macht gesehen. Das Opfer vollkommen unter Kontrolle und gänzlich darauf konzentriert, ihm den Tod zu bringen. Das hatte er aus unmittelbarer Nähe miterleben wollen. Diesen königlichen Moment, in dem Verstand und Wahn des Mörders in einem einzigen Akt der Brutalität und Gewissenlosigkeit verschmolzen. Er hatte zu viele Bilder gesehen. Er hatte hunderte Augenzeugenberichte auf Band aufgezeichnet. Er hatte dutzende Tatorte gesehen. Doch all diese stückweisen Informationen waren immer einen Schritt von dem eigentlichen Akt entfernt. Er war nie da gewesen, wenn es tatsächlich passierte. Hatte die Magie des Wahnsinns nie mit Händen greifen können. Und diese Triebkraft, Neugier konnte er es nicht nennen, denn er wusste, dass es viel tiefer ging, stärker war und in seinem Innern rumorte, hatte den Ausschlag dafür gegeben, dass er seinen Mund gehalten und nichts dagegen unternommen hatte, als die beiden Beamten der städtischen Polizei ihre Waffen zogen und kaum einen Meter vor ihm behutsam durch die Tür zum Lagerhaus geschlüpft waren. Ihre Vorsicht wehrte allerdings nicht lange, denn als sie den ersten schrillen Entsetzensschrei irgendwo aus den dunklen, düsteren Hallen hörten, waren sie schneller gelaufen und unvorsichtig geworden. Es war alles ein Fehler. Leichtsinn. Ein Fehlurteil. Wir hätten warten sollen, dachte er, egal was dort drin mit jemandem geschah. Und wir hätten nie diesen Lärm machen dürfen, als wir in die Domäne dieses Mannes eindrangen, in seine Höhle, in der er zu Hause war, wo er jeden Winkel, jeden Schatten, jedes lose Brett im Boden kannte. Nie wieder, sagte er sich mit Nachdruck. Sein Atem beschleunigte sich. Die Konsequenz ihrer Fehleinschätzung war eine in grellen Farben flackernde Erinnerung, die ihm immer wieder durch den Schädel pulsierte. Einer der Polizisten tot, der andere blind. Eine siebzehnjährige Prostituierte am Leben, aber nur noch so gerade eben und zweifellos für immer gezeichnet. Er selbst mehrfach verwundert, wenn auch nicht verkrüppelt. Zumindest nicht so, dass man es sah. Und der Mörder, der bei seiner Verhaftung spuckte und lachte, ohne dass er über das je Ende seines mörderischen Unternehmens sonderlich verärgert schien. Er wirkte eher, als wäre ihm die Störung ausgerechnet im Moment größter Befriedigung einfach etwas lästig. Es war ein kleiner Mann, ein Albino mit weißem Haar, roten Augen und einem verkniffenen Gesicht, das an ein Frettchen erinnerte. Er war jung, fast im selben Alter wie Clayton, mit drahtiger Muskulatur und dem riesigen rot-grünen Tattoo eines fliegenden Adlers auf der teigig-weißen Brust. Und all das Töten in jener Nacht hatte ihm große Freude bereitet. Jeffrey verbannte die Vision des Killers aus seinem Gedächtnis, weigerte sich, den Singsang in dessen Tonfall heraufzubeschwören, als er inmitten all der pulsierenden Lichter der Streifenwagen weggeführt wurde. »Ich werde dich nicht vergessen!« hatte er gerufen, als Jeffrey in einen Krankenwagen geschoben wurde. »Er ist weg«, dachte Clayton. »In Texas, im Todestrakt.« »Geh da nie wieder hin. Geh nie wieder in so ein Lagerhaus. Niemals.« Er schielte kurz zu Agent Martin hinüber. »Weiß er, dass ich mich deshalb für Anonymität entschieden habe?« fragte er sich. »Wieso ich das, worum er mich gebeten hat, nicht mehr mache?« »Da wären wir«, erklärte Martin plötzlich. »Trautes Heim, oder zumindest mein Arbeitsplatz. Was Jeffrey sah, war ein großes Gebäude, unverkennbar eine Behörde. Etwas funktioneller, etwas weniger durchgestaltet als die anderen Büros, an denen sie vorbeigekommen waren. Etwas weniger elegant in seiner Erscheinung. Das heißt, nicht schäbiger, sondern nur wuchtiger, so wie ein großer Bruder, der über den Spielplatz der jüngeren Kinder läuft. Es bestand aus unverwüstlichem, grauem Beton mit den scharfen Kanten eines Kubus und einer Gleichförmigkeit, dass ihm der Verdacht kam, die Menschen, die darin arbeiteten, seien wahrscheinlich genauso rigide und einfallslos wie der Bau selbst. Martin fuhr mit Schwung auf den Parkplatz neben seiner Dienststelle. Er bremste und sagte unvermittelt, »Hey, Clayton, sehen Sie den Mann da vorne?« Jeffrey blickte auf einen Mann in einem unscheinbaren blauen Anzug mit einer Aktentasche in der Hand, der allein zwischen den Reihen der modernen Autos entlang lief. »Beobachten Sie ihn einen Moment lang, und Sie werden etwas lernen«, fügte der Agent hinzu. Jeffrey sah, wie der Mann an einem kleinen Kombi stehen blieb. Er beobachtete, wie er sein Jackett auszog und es zusammen mit der Aktentasche auf den Rücksitz warf. Er ließ sich einen Moment Zeit, um die Armel seines weißen Hemdes aufzukrempeln und die Krawatte zu lockern, bevor er sich hinters Lenkrad setzte. Der Wagen fuhr rückwärts hinaus und verschwand. Martin bog in die Parklücke ein. »Was haben Sie gesehen?«, fragte der Detective. »Ich habe einen Mann auf dem Weg zu einem Termin gesehen. Oder vielleicht nach Hause, weil er eine Erkältung hat. Weiter nichts?« Martin lächelte. »Sie müssen lernen, richtig hinzuschauen, Professor. Ich hätte Sie für einen scharfsichtigeren Beobachter gehalten. Wie ist er in seinen Wagen gestiegen?« »Er lief hin und stieg ein. Was ist daran so ungewöhnlich?« »Haben Sie beobachtet, wie er die Tür aufschließt?« Jeffrey schüttelte den Kopf. »Nein. Vermutlich hat er eins von diesen Funkschlössern, wie sie so ziemlich jeder hat. Aber Sie haben nicht gesehen, wie er ein Infrarotlicht an den Wagen hielt, oder?« »Nein.« »Hätte ihn kaum entgehen können, nicht wahr?« »Nein.« »Weil der Wagen nicht abgeschlossen war. Darum geht es, Professor. Der Wagen war nicht abgeschlossen, weil das nicht nötig war. Weil alles, was er darin ließ, sicher war. Weil niemand auf diesen Parkplatz komme und etwas stehlen konnte. Kein jugendlicher Dieb mit einer Knarre und einer Drogensucht würde hinter einem anderen Auto hervorspringen und seine Brieftasche verlangen. Und wissen Sie was? Keine Überwachungskameras. Kein Sicherheitsdienst, der hier patrouilliert. Keine Dobermänner oder elektronischen Bewegungsmelder oder Wärmesensoren. Der Platz ist sicher, weil er es einfach ist. Sicher, weil niemand daran denken würde, sich etwas zu nehmen, was ihm nicht gehört. Sicher, weil es eben hier ist.« Der Detective machte den Motor aus. »Und ich werde dafür sorgen, dass es so bleibt.« In der Eingangshalle des Gebäudes stand auf einem großen Schild »Willkommen in New Washington. Die örtlichen Verordnungen sind jederzeit in Kraft. Auf Verstöße gegen das Ausweisgesetz stehen Freiheitsstrafen. Rauchen verboten. Wir wünschen einen guten Tag.« Jeffrey blickte zu Agent Martin hinüber. »Örtliche Verordnungen?« »Das ist eine ziemlich lange Liste. Ich besorge Ihnen ein Exemplar. Darum geht's ja im Grunde.« »Was ist das für ein Ausweisgesetz? Was verstehen Sie darunter?« Martin lächelte. »Sie verstoßen in diesem Moment gegen das Ausweisgesetz. Das gehört zu unserem Sicherheitspaket. Der Zutritt zu unserem angehenden Staat wird streng kontrolliert, genauso wie zu einem anderen Land oder einem Privatsitz. Sie brauchen eine Genehmigung, um reinzukommen. Um eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, müssen Sie durch die Passkontrolle. Aber das geht schon in Ordnung, Sie sind mein Gast. Und sobald Sie die Genehmigung haben, können Sie ungehindert im ganzen Staat umherreisen.« Jeffrey entdeckte ein Schild mit der Aufschrift »Einwanderung« und blickte ein Flur entlang zu einem großen Raum mit vielen Schreibtischen, die jeweils mit einem Büroangestellten an einem Computerbildschirm besetzt waren. Er blieb stehen und sah den Leuten für einen Moment bei der Arbeit zu. Dann musste er sich beeilen, um mit Martin Schritt zu halten, der in forschem Tempo einen angrenzenden Flur entlang marschierte, über dem Sicherheitsbehörden stand. Ein drittes Schild trug den Vermerk »Tagesstätte«. Ihre Sohlen patschten geräuschvoll auf den hochglanzpolierten Terrat zu Boden und halten von den Wänden wieder. Nach einer Weile betraten sie einen weiteren großen Raum, nicht ganz so groß wie der der Einwanderung, aber immer noch beachtlich. Der Raum schimmerte durch und durch weiß und sauber, und die fluoreszierenden Lichter an der Decke gingen in das allgegenwärtige Grün der Computerbildschirme über. Es gab nirgends Fenster, und das leise Surren der Klimaanlage mischte sich in das gedämpfte Stimmengewirr hinter der Schalldämmung und den Glastrennwänden. So hätte er sich eher das Büro eines Wirtschaftsunternehmens vorgestellt, und nicht ein Polizeirevier, nicht einmal ein ultramodernes. Hier war nichts von dem Dreck der Kriminalität zu spüren, der die Luft einer gewöhnlichen Polizeidienststelle verschmutzte. Nichts von der aufgestauten Wut, kein lauernder Wahn, keine Tobsucht, keine Zwangsmaßnahmen, keine zerbrochenen Stühle oder verkratzten Schreibtischplatten, Spuren, die sonst Verhaftete aus Protest gegen die Handschellen hinterlassen. Niemand wurde laut oder vulgär. Nur die Synkopen der Tastaturen und das üblich stetige Hintergrundgeräusch effizienter Arbeit. Martin blieb in einem Schreibtisch stehen, an dem ihn eine junge Frau in adretter weißer Bluse und dunkler Hose begrüßte. Eine kleine Vase mit einer einzelnen gelben Blume stand auf der Ecke. So, so, Detective, endlich zurück. Wir haben Sie schon vermisst? Agent Martin lachte und erwiderte. Aber klar, klingen Sie mal durch und geben Sie dem Chef Bescheid, dass ich da bin. Wie ich sehe mit dem berühmten Professor. Die Sekretärin sah zu Jeffrey auf. Ich habe ein bisschen Formularkram für Sie, Professor. Zunächst mal wegen eines provisorischen Passes und Ihre persönlichen Daten. Und dann ein paar Dokumente, die Sie bei Gelegenheit lesen und unterzeichnen müssten. Sie reichte ihm eine Mappe. Willkommen in New Washington, sagte sie. Wir sind alle sicher, dass Sie uns helfen können. Sie hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als sie sich zu Agent Martin umdrehte und mit einem scheuen Lächeln hinzufügte. Bei dem Problem, mit dem der Detective offenbar nicht allein fertig wird und das er keinem verrät. Jeffrey warf einen Blick auf die Dokumentenmappe und meinte. Nun ja, Agent Martin ist optimistischer als ich. Aber ich weiß natürlich auch mehr über... Er wurde von dem klobigen Detective unterbrochen. Wir werden drinnen erwartet. Kommen Sie. Er packte Clayton am Arm und führte ihn von dem Schreibtisch der Sekretärin weg zur Tür eines Büros. Dabei zog er Clayton dicht an sich heran und zischte ihm leise zu. Niemand. Verstanden. Niemand weiß davon. Halten Sie den Mund. In dem Büro saßen zwei Männer hinter einem lackierten Rosenholztisch. Davor warteten zwei Ledersessel. Im Unterschied zu dem glatten, zweckdienlichen Eindruck, den der Hauptraum machte, versprühte dieses Büro einen eher antiken, opulenten Charme. An den Wänden standen Eichenregale, gefüllt mit juristischen Texten, und den Boden bedeckte ein Orientteppich. Eine Wand zierte ein grünes Ledersofa unterhalb einer amerikanischen Flagge und der des geplanten 51. Staates. Eine andere war voller gerahmter Fotos, doch Clayton hatte nicht die Zeit, sie sich genauer anzusehen, auch wenn er auf einem den Präsidenten der Vereinigten Staaten erkannte, der aus seiner Behörde wohl nicht wegzudenken war. Ein großer, schilfrohrdünner Mann mit Glatze saß in der Mitte hinter dem Schreibtisch. Der Mann neben ihm war kleiner und kräftiger gebaut, dabei älter und wirkte mit seinem eckigen Kinn sowie dem schiefen Gesicht wie ein ehemaliger Boxer. Der Kahlkopf flut Jeffrey und Agent Martin ein, in den beiden Sesseln Platz zu nehmen. Zu Rechten des Professors öffnete sich eine weitere Tür, und ein dritter Mann trat ein. Er schien jünger zu sein als Jeffrey und trug einen teuren blauen Anzug mit Nadelstreifen. Er setzte sich auf das Sofa und sagte nur, »Legen Sie los!« Der Kahlkopf lehnte sich mit einer glatten, raubtierhaften Bewegung vor. Wie ein Fischadler auf einem nackten Ast der Nagetiere im Gras beäugt, nahm er Jeffrey in den Blick. »Professor, ich bin Agent Martens Vorgesetzter bei der Staatssicherheit. Der Mann zu meiner Rechten ist ebenfalls ein Beamter der Sicherheit. Der Herr auf der Couch ist ein Regierungsvertreter des westlichen Territoriums.« Köpfe nickten, doch keine Hand streckte sich ihm zum Gruß entgegen. Der untersetzte Mann an der Seite des Schreibtischs nahm kein Blatt vor den Mund. »Fürs Protokoll sei an dieser Stelle noch mal festgehalten, dass ich dagegen bin, den Professor hierher zu bestellen. Ich protestiere dagegen, dass er in welcher Weise auch immer in diesen Fall eingeschaltet wird.« »Das hatten wir schon,« winkte der Kahlkopf. »Der Einwand wurde zur Kenntnis genommen. Ihre Auffassung wird in den Schlussbemerkungen zu dem Fall und in den Entscheidungsprotokollen Niederschlag finden.« Der Mann signalisierte mit einem Schnauben seine Zustimmung. »Ich kann gerne wieder gehen,« erklärte Jeffrey. »Auf der Stelle, wenn Sie wollen. Ich habe nicht die geringste Lust zu bleiben.« Der Kahlkopf ignorierte die Bemerkung. »Agent Martin hat Sie vermutlich über die Präliminarien in Kenntnis gesetzt.« »Haben Sie auch Namen?«, fragte Jeffrey. »Mit wem habe ich das Vergnügen?« »Namen tun nichts zur Sache,« verkündete der junge Mann und wechselte die Stellung auf dem Sofa, sodass das Leder knurschte. »Sämtliche Aufzeichnungen dieser Sitzung unterstehen strengster Kontrolle. Ihre bloße Anwesenheit im Territorium unterliegt der höchsten Geheimhaltungsstufe.« »Vielleicht bin ich aber der Meinung, dass Namen etwas zur Sache tun,« widersprach Jeffrey trotzig. Er warf einen kurzen Blick zu Agent Martin neben sich, doch der klobige Mann hatte sich in seinen Sessel vergraben und ließ sich nicht unter die Schädeldecke schauen. Der Kahle lächelte. »In Ordnung, Professor. Wenn Sie darauf bestehen, dann bin ich Tinkers. Er ist Evers, und der Mann drüben auf dem Sofa ist Chance.« »Sehr witzig,« meinte Jeffrey. »Und ich bin Babe Ruth oder Tye Cop. Wir reden Smith oder Jones vielleicht lieber, und sagen wir Gardner?« Jeffrey erwiderte nichts. »Vielleicht,« fuhr der Kahle fort, »nennen wir uns Manson, Starkweather und Bundy. Das klingt schon fast wie eine Anwaltskanzlei, meinen Sie nicht? Fast auch besser zu Ihrem Arbeitsgebiet, finden Sie nicht auch?« Jeffrey zuckte die Achseln. »Meinetwegen, Mr. Manson, wie Sie wünschen.« Der Kahle nickte und grinste. »Gut, dann also Manson. Und jetzt lassen Sie mich bitte versuchen, diese Unterhaltung etwas einfacher zu gestalten, Professor. Oder zumindest reibungsloser. Zunächst einmal der finanzielle Rahmen für Ihren Besuch, der für Sie sicher von Interesse ist. Ich höre. Also, sollten Ihre Ermittlungen Informationen erbringen, aus denen andere wiederum Beweismaterial gewinnen können, das schließlich zu einer Verhaftung führt, werden wir Ihnen eine Viertelmillion Dollar zahlen. Sollten Sie tatsächlich unsere Zielperson identifizieren und ausfindig machen, dann zahlen wir Ihnen eine Million Dollar. Beide Summen oder irgendeine Zwischensumme, die wir für Ihren jeweiligen Beitrag zur Lösung unseres Problems für angemessen halten, ist steuerfrei und wird bar ausgezahlt. Dafür müssen Sie Ihrerseits versprechen, dass keinerlei Informationen, die Sie erlangen, kein Eindruck, den Sie sich machen, keine Erinnerung an Ihren Besuch, hier je durch physische oder elektronische Mittel aufgezeichnet werden und, dass Sie nicht das Geringste über Ihren Aufenthalt und seinen Zweck jemals an Dritte weitergeben oder in irgendeiner Weise publizieren. Keine Zeitungsinterviews, kein Buchvertrag, keine akademischen Abhandlungen, selbst wenn Sie nur innerhalb der Vollzugsbehörde kursieren. Ich will damit Folgendes sagen. Die Ereignisse, die Sie hergebracht haben und alles, was sich ab heute daraus ergibt, existieren offiziell nicht. Und für diese absolute Geheimhaltung werden Sie reichlich entschädigt. Jeffrey zog langsam die Luft durch die zusammengepressten Zahnreihen ein. Offenbar haben Sie wirklich ein Problem, sagte er bedächtig. Professor Clayton, ist die Sache abgemacht? Welche Hilfe bekomme ich? Wie sieht es mit Zugang? Agent Martin ist Ihr Partner. Er wird Ihnen Zugang zu sämtlichen Aufzeichnungen, Dokumenten, Örtlichkeiten, Zeugen verschaffen, was immer Sie benötigen. Er wird sich um alle Ausgaben kümmern, für Unterkunft und Fahrzeug sorgen. Hier geht es nur um ein einziges Ziel. Und das hat Vorrang vor allem anderen, besonders vor finanziellen Erwägungen. Wenn Sie sagen, wir bezahlen Sie, wen genau habe ich mir darunter vorzustellen? Es geht dabei um Bargeld aus dem frei verfügbaren Fonds des Gouverneurs. Es muss einen Haken geben. Wo liegt der Haken, Mr. Manson? Es gibt keinen Haken. Das heißt, da ist nichts, das wir nicht offenlegen, Professor, erklärte der Glatzkopf. Wir stehen unter beträchtlichem Druck, diese Ermittlungen zu einem schnellen und befriedigenden Abschluss zu bringen. Sie sind ja nicht dumm. Zwei Sicherheitsbeamte und ein Politiker sollten Ihnen sagen, dass hier viel auf dem Spiel steht. Daher unsere Großzügigkeit. Aber auch unsere Ungeduld. Zeit, Professor, Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Wir brauchen Antworten und wir brauchen Sie schnell, warf der junge Regierungsvertreter ein. Jeffrey schüttelte den Kopf. Sie sind Starkweather, richtig? Haben Sie eine Freundin? Denn falls Sie eine haben, sollten Sie sie von jetzt an Carol Ann nennen. Also, was ich bereits dem Detective gesagt habe, will ich gerne vor ihm wiederholen. Denn diese Fälle eignen sich nicht für simple Erklärungen oder schnelle Lösungen. Aber in Texas waren Ihre Nachforschungen außerordentlich erfolgreich. Wie war das möglich, besonders angesichts des so dramatischen Abschlusses? Jeffrey fragte sich, ob in der Frage des Mannes Sarkasmus mitschwang. Er ignorierte es einfach. Wir wussten, in welchen Gegenden die Prostituierten gewöhnlich zu finden waren, auf die es unser Mörder abgesehen hatte. Also haben wir uns ohne großes Tamtam dran gemacht, sämtliche Mädchen auf dem Straßenstrich zu verhaften. Nichts Aufregendes, das die Presse irritiert hätte. Nur typische Samstagabend-Ratzchen von der Sitte. Aber statt sie einzubuchten, haben wir sie zu unseren Helfern gemacht. Wir haben einen beträchtlichen Prozentsatz der Mädchen mit kleinen elektronischen Ortungsgeräten ausgestattet. Sie waren winzig, mit geringer Reichweite und wurden mit einem einzigen Knopf aktiviert. Wir ließen sie von den Frauen in ihre Kleidung einnähen. Die Idee dahinter war, dass unser Mann früher oder später eine dieser Frauen erwischen würde und dass sie es schaffte, den Sendeknopf zu drücken. Wir haben die Sender rund um die Uhr überwacht. Und das hat funktioniert? fragte der Untersetzte begierig. Mehr oder weniger ja, Mr. Bundy. Es gab eine Menge Falschmeldungen, womit wir gerechnet hatten. Und dann wurden drei Frauen getötet, obwohl sie die Vorrichtung trugen, bevor es endlich einer gelang, den Knopf zu aktivieren. Sie war jünger als die anderen und unsere Zielperson wird sich von ihr weniger bedroht gefühlt haben, denn ausnahmsweise hatte er sich Zeit damit gelassen, sie zu fesseln, sodass sie die Gelegenheit hatte, uns das Signal zu senden. Und da er es nicht gemerkt hatte, ist er nicht geflohen. Wir waren zwar gerade noch rechtzeitig da, um ihr das Leben zu retten, aber das war wirklich in letzter Sekunde. Ein durchwachsenes Ergebnis, würde ich sagen. Der wohlbeleibte Bundy unterbrach ihn. Aber offensiv, das gefällt mir. Sie haben etwas unternommen. Kreative Schritte. Das sollten wir auch. Etwas in der Art. Eine Falle. Das fände ich gut. Eine Falle. Der junge Mann sprach ebenfalls schnell. Bin ganz ihrer Meinung. Allerdings müssten Schritte dieser Art erst von uns dreien genehmigt werden, Agent Martin. Sie verstehen? Ja. Ich möchte, dass es da keinerlei Zweifel gibt. Jeder Aspekt dieses Falls ist von politischer Tragweite. Im Zweifel müssen wir uns lieber für einen zu viel an Kontrolle und Geheimhaltung entscheiden, als etwas zu riskieren. Notfalls auf Kosten des Problems. Widerschmunzelte Jeffrey. Mr. Starkweather, Mr. Bundy, bitte bedenken Sie, dass die Wahrscheinlichkeit, den Mann zu identifizieren, der Ihnen Ihr politisches Problem beschert, minimal ist. Noch geringer schätze ich die Chance ein, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir ihm eine Falle stellen können. Es sei denn, Sie wollten, dass ich jede junge Frau innerhalb der Grenzen Ihres Staates verdrahte, nachdem ich erst einmal einen allgemeinen Alarm auslöse. Nein, 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 beeilte sich Bundy. Manson lehnte sich vor und sprach in leisem, verschwörerischem Ton. Nein, Professor, ganz eindeutig wäre die allgemeine Panik, die wir damit auslösen würden, nicht in unserem Interesse. Er machte eine wegwerfende Handbewegung, dann fuhr er fort. Aber, Professor, Agent Martin hat uns zu verstehen gegeben, dass Sie zu unserer schwer fassbaren Zielperson in einer besonderen Beziehung stehen, die es erleichtern wird, Sie aufzuspüren. Das stimmt doch, nicht wahr? Vielleicht, erwiderte Jeffrey viel zu schnell für so ein ausweichendes Wort. Dekale nickte und lehnte sich langsam zurück. Vielleicht, wiederholte er und zog eine Braue hoch. Er rieb sich die Hände, als würde er sie waschen. Nun, so oder so, Professor, ist das Geld auf dem Tisch. Sind wir uns einig? Habe ich eine Wahl, Mr. Manson? Der Schreibtischstuhl unter dem Kahlen quietschte, als er sich einen Moment darauf drehte. Das ist eine interessante Frage, Professor Clayton. Faszinierend. Eine Frage von philosophischer Bedeutung, psychologischer Tragweite. Haben Sie eine Wahl? Gehen wir ihr doch einmal nach. Finanziell natürlich nicht. Unser Angebot ist äußerst großzügig. Auch wenn es Ihnen nicht sagenhaften Reichtum beschert, dazu ist es doch beträchtlich mehr, als Sie jemals verdienen könnten, indem Sie in überfüllten Hörsälen psychotisch gelangweilte Studenten unterrichten. Aber emotional? Angesichts dessen, was Sie wissen und was Sie vermuten und was möglich ist, tja, ich weiß nicht, könnten Sie sich einfach entschließen, diesen Aspekt ohne Antworten beiseite zu lassen? Würden Sie sich nicht lebenslänglich in ein Gefängnis unbefriedigter Neugier begeben, dann hat das Ganze natürlich auch noch eine ganz praktische Seite. Glauben Sie, uns läge daran, Sie mir nichts, dir nichts wieder ziehen zu lassen, ohne dass Sie uns geholfen haben, nachdem Agent Martin Sie nun schon mal hergebracht hat und nachdem er uns davon überzeugt hat, dass Sie der einzige Mensch im ganzen Land seien, der wirklich in der Lage wäre, unser Problem zu lösen. Würden wir einfach die Achseln zucken und Sie hier rausmarschieren lassen? Diese letzte Frage hing in der Luft. »Wir leben in einem freien Land!«, platzte Jeffrey heraus. »Tun wir das wirklich?«, fragte Manson zurück. Wieder lehnte er sich in derselben, raubtierartigen Weise vor, die Jeffrey schon einmal beobachtet hatte. Ihm kam der Gedanke, dass der Kahlkopf, steckte man ihn in dunkle Gewänder mit Kapuze, sich in Stil und Erscheinung für eine Hauptrolle in der spanischen Inquisition empfohlen hätte. »Ist denn überhaupt irgendjemand wirklich frei, Professor? Ist irgendjemand in diesem Raum wirklich frei, da wir doch jetzt um diese Quelle des Bösen in unserem Gemeinwesen wissen? Macht uns dieses Wissen nicht zu Gefangenen des Bösen?« Jeffrey antwortete nicht. »Sie werfen interessante Fragen auf, Professor. Natürlich hatte ich von einem Mann ihrer akademischen Reputation auch nichts anderes erwartet, aber leider bleibt uns nicht die Zeit, solch hochgeistige Themen zu erörtern. Vielleicht können wir uns bei anderer, zwangloserer Gelegenheit einmal darüber austauschen. Im Moment steht Dringlicheres an. Ich frage Sie also noch einmal, sind wir uns einig?« Jeffrey holte Tiefluft und nickte. »Bitte, Professor«, sagte Manson in schneidendem Ton, »sprechen Sie laut und deutlich fürs Protokoll.« »Ja«, »ich hatte nichts anderes erwartet«, erklärte der Karle. Er deutete zur Tür, um anzuzeigen, dass die Sitzung beendet sei. Diana Clayton verließ nur noch ungern das Haus. Einmal pro Woche fuhr sie notgedrungen zur nächsten Apotheke, um sich ihren Vorrat an Schmerzmitteln, Vitaminen und dem einen oder anderen Versuchsmedikament zu besorgen, die alle wenig gegen das deprimieren, stetige Fortschreiten der Krankheit auszurichten schienen. Während sie auf ihre Pillen wartete, plauderte sie aufgesetzt heiter mit dem jungen Apotheker. Einem kubanischen Immigranten, der immer noch mit so starkem Akzent sprach, dass sie kaum verstand, was er sagte. Dessen Gesellschaft sie aber genoss, da er ihr in unerschütterlichem Optimismus ein bizarres Gebräu nach dem anderen empfahl, in der festen Überzeugung, es würde ihr Leben retten. Danach überquerte sie die vier Fahrbahn der Route 1, in dem sie vorsichtig dem Verkehr auswich. War dies geschafft, bog sie in eine Seitenstraße ab, in der, nur einen Häuserblock entfernt und ein Stück hinter den hässlichen, grellbunten Einkaufszentren am Highway Deck hieß, eine kleine Bücherei angenehm im Schatten lag. Der stellvertretende Leiter der Bibliothek, etwa zehn Jahre älter als sie, flirtete gern mit ihr. Er hockte auf einem erhöhten Sitz hinter einem vergitterten Fenster und wartete schon auf sie. Sobald er sie sah, legte er den Finger an den Knopf für die Sicherheitstüren. Obwohl verheiratet, war der Mann einsam, was er damit begründete, dass eine Frau nur Zeit für ihre zwei Pitbulls habe und ansonsten süchtig die Geschicke der Stars diverser Seifenopern verfolge. Er war ein schon fast komischer, schwerer Nöter, der Diana hartnäckig zwischen den spärlichen Regalen folgte und sie dabei im Flüsterton zu Cocktails, zum Essen und ins Kino einlud, egal was, wenn es ihm nur Gelegenheit gab, ihr zu gestehen, dass sie seine einzige wahre Liebe sei. Sie fand seine Avancen zu gleichen Teilen schmeichelhaft und lästig und so gab sie ihm einen Korb nach dem anderen, ohne ihn ganz zu entmutigen, auch wenn sie sich einschärfte, dass sie auf jeden Fall beabsichtigte, zu sterben, bevor sie dem Bibliothekar sagen musste, er solle sie ein für alle Mal in Ruhe lassen. Sie las nur Klassiker, mindestens zwei pro Woche. Dickens, Hawthorne, Melville, Stendhal, Proust, Tolstoi und Dostoevsky. Griechische Tragödien und Shakespeare verschlangen sie geradezu. Wenn überhaupt, so führten sie ihre Vorstöße in die Moderne höchstens bis Faulkner und Hemingway, zuletzterem aus einer Art Loyalität zu den Keys und weil ihr gefiel, was er über das Sterben zu sagen hatte. In seinen Büchern hatte er dem Tod, wie verkommen und schmutzig er auch sein mochte, stets eine romantische, heroische Qualität abgewonnen. Und das gab ihr Mut, auch wenn sie wusste, dass es nur Fiktion war. Sobald sie ihre Bücher hatte, verabschiedete sie sich von dem Bibliothekar, wobei es sie jedes Mal einige Mühe kostete, sich loszueisen und seine letzten flehentlichen Bitten abzuwehren. Anschließend eilte sie noch eine sonnendurchflutete Nebenstraße entlang zu einer alten, verwitterten Baptistenkirche. Im Vorgarten des weißen Schindelbaus stand eine einsame, hohe Palme. Zu hoch, um viel Schatten zu spenden, dafür aber mit einer angesplitterten Holzbank über den Wurzeln. Diana wusste, dass der Chor gerade proben würde und dass die Stimmen aus dem dunklen Kirchenraum wie eine Brise nach draußen zu ihrer Bank herüberwehten, wo sie dann saß, sich ausruhte und lauschte. Neben der Bank befand sich ein Schild. Baptistenkirche der Neuen Kavallerie Gottesdienste Sonntag 10 Uhr und 12 Uhr Bibelstunde 9 Uhr Kommende Predigt Wie wir Jesus zu unserem besten Freund machen können. Reverend Daniel Jefferson, Prediger. In den letzten Monaten war der Prediger mehrfach herausgekommen, um Diana davon zu überzeugen, dass es in der Kirche viel sicherer, bequemer und kühler sei und dass niemand etwas dagegen hätte, wenn sie dort den Proben beiwohnte. Jedes Mal hatte sie dankend abgelehnt. Sie liebte es, den Stimmen zu lauschen, wenn sie sich draußen zur sengenden Sonne erhoben. Sie genoss es, wenn sie sich anstrengen musste, um die Worte zu verstehen. Sie wollte nicht, dass ihr jemand von Gott erzählte, was der Prediger, offenbar ein freundlicher Mensch, unweigerlich versuchen würde. Vor allem wollte sie ihn nicht verletzen, indem sie sich weigerte, ihn anzuhören, wie ehrlich er es auch meinte. Sie wollte einfach nur der Musik zuhören, da sie festgestellt hatte, dass sie ihre Schmerzen vergaß, solange sie sich auf die freudigen Klänge des Chors konzentrierte. Für sie war das ein kleines Wunder. Pünktlich um drei Uhr nachmittags waren die Proben zu Ende. Diana erhob sich dann von ihrer Bank und ging langsam nach Hause. Die Regelmäßigkeit, mit der sie diesen Ausflug unternahm, die immer gleiche Route und ihr Schneckentempo machten sie, wie sie sehr wohl wusste, zu einer offensichtlichen und halbwegs lohnenswerten Zielscheibe. Dass sie bisher noch kein Dieb, der auf ihr bescheidenes Geld und kein Junkie, der auf ihre Schmerzmittel aus war, entdeckt und ermordet hatte, war eigentlich erstaunlich und wahrscheinlich das zweite Wunder in Verbindung mit ihrem wöchentlichen Ausgang. Zuweilen ließ sie sich ein wenig gehen und hing der Vorstellung nach, dass es weniger beängstigend wäre, von einem Herumtreiber mit gierigem Blick oder einem Drogensüchtigen niedergemetzelt zu werden, als am Leben zu bleiben und sich in teuflischer Grausamkeit von ihrer Krankheit langsam zu Tode foltern zu lassen. Sie fragte sich, ob ein kurzer, schrecklicher Moment nicht besser sei, als die sich endlos hinziehenden Qualen ihrer Krankheit. Sie entdeckte in ihrer Haltung eine geradezu berauschende Freiheit. Sie blieb am Leben, bestand darauf, ihre Medikamente zu nehmen und sich jeden wachen Augenblick innerlich gegen die Krankheit aufzulehnen. Sie vermutete, dass dieser Kampfgeist von einem Pflichtgefühl herrührte und dem unbeirrbaren Wunsch, ihre beiden Kinder, auch wenn sie schon erwachsen waren, nicht in einer Welt allein zu lassen, der niemand mehr zu trauen schien. Sie wünschte sich, eins von beiden hätte ihr ein Enkelkind geschenkt. Ein Enkelkind, dachte sie, wäre die reine Wonne gewesen. Doch sie verstand, dass ihr das nicht mehr vergönnt sein würde und malte es sich stattdessen in ihrer Fantasie aus. Sie erfand Namen und stellte sich Gesichter vor und erdachte sich künftige Erinnerungen als Ersatz für die Realen, die sie sich wünschte. Sie stellte sich Urlaubsreisen und Ferien, Heiligabende und Schulaufführungen vor. Es war fast mit Händen zu greifen, wie sie ein Enkelkind in ihren Armen hielt und ihm nach einem kleinen Kratzer oder Schnitt die Tränen abtupfte. Oder wie sie seinem gleichmäßigen, betörenden Atem lauschte, während sie ihm ein Buch vorlas. Sie sah in diesen Tagträumereien eine Schwäche, aber eine harmlose. Und das fiktionale Enkelkind half ihr dabei, ihre Sorgen über die Kinder zu vergessen, die sie hatte. Für Diana war beider seltsame Entfremdung und selbstgewählte Einsamkeit oft so schmerzhaft wie ihre Krankheit. Aber welche Pille konnte sie nehmen, um die Distanz zu verringern, die zwischen sie getreten war? Als sie an diesem Nachmittag, die Klänge von Onward Christian Soldier noch im Ohr, dazu, wem die Stunde schlägt, sowie große Erwartungen unter dem Arm, die letzten Meter zu ihrer Einfahrt ging und sich mit Sorgen wegen ihrer Kinder plagte, sah sie, wie sich im Westen eine riesige Gewitterwolke bedrohlich zusammenbraute. Sie fragte sich, ob das Unwetter auf die Kies zusteuerte, wo es dann mit einem Feuerwerk an Blitzen und Platzregen niedergehen würde, dass man die Hand nicht mehr vor Augen sah. Sie hoffte, dass ihre Tochter bis dahin wohlbehalten zu Hause war. Susan Clayton verließ an diesem Abend ihr Büro in einer Verlangs von Redaktionskollegen unter den wachsamen Augen und den Automatikwaffen des Gebäudesicherheitsdienstes. Sie wurde ohne besondere Vorkommnisse zu ihrem Wagen geleitet. Normalerweise brauchte sie für die Fahrt vom Zentrum Miamis zu den Upper Keys etwas mehr als eine Stunde, selbst wenn sie auf der Überholspur ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fuhr. Das Problem war natürlich, dass fast jeder diese Spur bevorzugte, was bei einem Tempo von 100 Meilen und einem Abstand von einer Fahrzeuglänge eine gewisse Kaltblütigkeit verlangte. Die Stoßzeit, dachte sie, hat mehr Ähnlichkeit mit einem Stockcarrennen als mit harmlosem abendlichem Pendlerverkehr. Es fehlte nur die Tribüne voller kerniger Voyeure, die auf einen Unfall hofften. Auf den Schnellstraßen außerhalb der Innenstadt wären sie meistens auf ihre Kosten gekommen. Sie genoss den Adrenalinstoß, den die Fahrt ihr bescherte, vor allem aber die reinigende Wirkung auf ihre Fantasie. Die Konzentration auf die Straße, auf die Autos vor und hinter ihr ließ keinen anderen Gedanken zu. Das machte den Kopf frei und vertrieb sämtliche Tagträumereien, Bürosorgen und Ängste um ihre kranke Mutter. Sie hatte sich dazu erzogen, von der Schnellspur in den weniger riskanten, langsameren Verkehr hinüber zu wechseln, falls sie nicht in der Lage war, sich ganz aufs Fahren zu konzentrieren. Dies war ein solcher Tag und es ärgerte sie. Neidisch blickte sie auf die links vorüber brausenden Fahrzeuge, die im Licht der Geschäftsviertel glitzerten. Doch fast im selben Moment, in dem sie den Neid auf das unbegrenzte Tempo der anderen spürte, wurde ihr bewusst, dass sie sich über die noch nicht gelösten Rätselworte des anonymen Briefschreibers den Kopf zerbrach. Previous Always Coffee Emerald Thand Vorherig Immer Kaffeesmaragd Thand Sie vermutete, dass der Stil des Rätsels mehr oder weniger dem des Ersten entsprach. Ein einfaches Wortspiel, bei dem jedes Wort in einer logischen Verbindung zu einem anderen stand. Die Antwort auf das Rätsel, die ihrerseits zur Antwort des Schreibers führen musste. Es ging nun darum, beides auszutüfteln. Herauszufinden, ob sie voneinander unabhängig oder miteinander verbunden waren, ob darin noch ein verstecktes Zitat oder ein anderer Dreh enthalten war, der die Botschaft des Mannes in einer weiteren Schicht verbarg. Sie bezweifelte es. Er wollte, dass sie herausfand, was er ihr zu sagen hatte. Er wollte nur, dass es clever, einigermaßen schwierig und so kryptisch wirkte, dass sie ihrerseits wieder antworten würde. Manipulativ, dachte sie. Ein Mann, der Kontrolle ausüben will. Was noch? Ein Mann, der etwas Bestimmtes bezweckt? Auf jeden Fall. Aber was? Sie war nicht sicher, aber es gab nur zwei Möglichkeiten. Sexuell oder emotional? Ein Wagen vor ihr bremste scharf und sie trat mit aller Kraft auf die Bremse. Während das ABS pulsierte, saß ihr die Panik wie ein Kloß um Hals und ohne, dass sie das Wort Unfall auch nur dachte, kribbelte ihr ganzer Körper und ihr wurde heiß. Ringsum hörte sie Reifen quietschen und rechnete jeden Moment mit dem Kreischen von Metall. Doch es blieb aus. Ein Moment herrschte Stille. Dann rollte der Verkehr weiter und legte an Tempo zu. Am Himmel donnerte ein Helikopter. Sie sah, wie sich der Scharfschütze über den Lauf seiner Waffe beugte und den Verkehrsstrom im Auge behielt. Sie stellte sich hinter dem dunkel getönten Plexiglas seines Helms eine gelangweilte Miene vor. Was weiß ich? fragte sie sich. Immer noch sehr wenig. Aber so ist das Spiel nicht gedacht, hielt sie dagegen. Er will, dass ich es am Ende entwirrt habe. Es wäre kein Rätsel, wenn er nicht erkannt werden wollte. Er will nur bestimmen, wann. Die Sache ist gefährlich, wurde ihr klar. Es gab eine Bar, das Last Stop In, etwa auf halber Strecke zwischen Miami und Isla Morada, an der Peripherie eines exklusiven Einkaufszentrums, das die Bewohner der feineren, mit Mauern geschützten Vorstädter aufnahmen. Sie gingen gerne in diese Bar, nicht jeden Tag, aber doch oft genug, um mit einigen Barkeepern flüchtig bekannt zu sein und gelegentlich auch einen anderen Stammkunden wiederzuerkennen. Mit denen verband sie allerdings nichts, nicht einmal das eine oder andere belanglose Gespräch. Sie mochte einfach die oberflächliche Vertrautheit der namenlosen Gesichter, der beliebigen Stimmen, deren Klang sie kannte, der Kameraderie ohne Vorgeschichte. Sie scherte auf die Fahrbahn zur entsprechenden Ausfahrt aus. Der Parkplatz war zu drei Vierteln voll. Der schwarze Teer schimmerte in einem seltsamen Chiaroscuro von unterschiedlichen Lichtern. Das erste Abendrot vermischte sich mit gelegentlichen Scheinwafferpaaren vom angrenzenden Highway. Die nahegelegene Shopping-Mall bot überdachte Gehwege aus Holz und sorgfältig angelegte Pflanzungen. Im Wesentlichen Palmen und Farne, die wie ein Dschungel wirken sollten, sodass der Einkaufstrip zur Safari in einem gefälligen Regenwald wurde, in dem teure Boutiquen die wilden Tiere ersetzten. Susan lief zügig an einer struppigen Palme vorbei, die am Eingang der Bar Wache stand. Der Hauptraum war schummrig beleuchtet. Es gab ein paar Tische, an denen Geschäftsleute in Gruppen saßen und mit gelockerten Krawatten an ihren Martinis nippten, während zwei Kellnerinnen sie zuvorkommend bedienten. Hinter der langen, dunklen Mahagoni-Bar hatte ein einzelner Keeper, den sie nicht kannte, alle Hände voll zu tun. Er war jung, mit zottigem Haar und Koteletten wie ein Rockstar der Sechziger und fiel mit seinem Erscheinungsbild ein wenig aus dem Rahmen. Eindeutig jemand, der sich einen anderen Job wünschte, vielleicht auch hatte, aber nebenbei Cocktails mixte, um über die Runden zu kommen. Die Hocker vor dem Tresen waren mit etwa zwei Dutzend Gästen besetzt, womit es recht voll, aber nicht eng war. Als Single-Bar war das Inn nicht wirklich geeignet, auch wenn wohl etwa ein Drittel der Kundschaft aus Frauen bestand. Dies war ein Ort zum Trinken, was ein gelegentliches Rendezvous nicht ausschloss. Es war weniger Energie geladen als die Bars, in denen man Beziehungen anknüpfte. Man unterhielt sich nicht laut und die Hintergrundmusik war nicht aufdringlich, sondern verhalten. Es war ein Ort, der für alles geschaffen war, was sich mit einem Glas in der Hand bewerkstelligen ließ. Susan setzte sich auf einen Hocker, fast am Ende des Tresens, in einiger Entfernung zu den anderen Gästen. Der Barkeeper kam auf ihre Seite, wischte die Holzfläche mit einem Tuch ab und quittierte ihre Bestellung eines Scotch on the Rocks mit einem Nicken. Er kehrte fast unverzüglich mit ihrem Drink zurück, stellte ihn ihr hin, nahm ihre Bezahlung entgegen und kehrte ans andere Ende der Bar zurück. Sie zog ihr Notizbuch und einen Stift heraus, legte beides neben ihr Glas und beugte sich darüber, um mit der Arbeit zu beginnen. Previous, vorherig, fing sie an. Was meinte er damit? Etwas, das vorher kam. Sie nickte innerlich. Etwas in der ersten Botschaft. Ich habe dich gefunden. Sie schrieb den Satz in die erste Zeile und darunter Coffee Amerald Sand, Café Smaragd Sand. Das sind wieder simple Wortspiele. Möchte er zeigen, wie clever er ist? Wie komplex sind sie? Oder fängt er an, ungeduldig zu werden und hat sie leicht gemacht, damit ich mit der Antwort nicht zu viel Zeit vergeude? Kennt er meine Deadlines bei der Zeitschrift? Überlegte sie. Denn wenn ja, dann wüsste er, dass ich nur bis morgen Zeit habe, um das hier rauszubekommen und mir eine angemessene Antwort einfallen zu lassen, die ich in der regulären Kolumne bringen kann. Susan nahm einen langen Schluck Scotch und leckte dann am Glasrand. Der Alkohol durchdrang sie wie der Verlockungszauber in der Sirene. Sie mahnte sich, langsam zu trinken. Als sie ihren Bruder zuletzt gesehen hatte, hatte sie beobachtet, wie er ein Glas Wodka kippte, als wäre es Wasser, ohne Genuss, nur um durch den Alkohol zu entspannen. Er joggt, dachte sie. Er joggt, treibt leichtsinnige Sportarten und trinkt sich dann die Muskeln, die er sich antrainiert hat, wieder weg. Sie nippte erneut an ihrem Drink und kam zu dem Schluss, ja, previous, vorherig, bedeutet etwas aus der ersten Botschaft. Und always, immer, weiß ich schon. Sie betrachtete die Worte, wog sie gegeneinander ab und sagte laut vor sich hin, »Ich habe immer.« Ich habe immer. »Ich auch«, sagte eine Stimme hinter ihr. Erschrocken fuhr sie auf ihrem Drehstuhl herum. Der Mann, der hinter ihr stand, hielt einen Drink in der Hand und lächelte teils lässig, teils mit einer aggressiv aufgespannten Erwartung, die sie augenblicklich abstieß. Er war groß und wuchtig, wahrscheinlich 15 Jahre älter als sie, mit beginnender Glatze und einem Ehering am Finger. Der klassische, untergeordnete Typ, wie sie mit einem Blick erkannte. Der kleine Mann in der Managementetage, der bei Beförderung übergangen wird, die Möchtegern Führungskraft. Auf eine schnelle Nummer aus. Anonymer Sex, bevor er zum Mikrowellen-Dinner nach Hause fährt. Zu einer Frau, der es völlig egal ist, wenn er nach Hause kommt. Und zwei missmutigen Kindern im jugendlichen Alter. Wahrscheinlich hatte nicht mal der Hund Lust, mit dem Schwanz zu wedeln, wenn er zur Tür hereinkam. Ihr lief ein Schauder über den Rücken. Er nahm einen Schluck aus seinem Glas und fügte hinzu, »Ich wollte schon immer dasselbe.« »Was meinen Sie damit?« fragte sie. »Egal, was Sie schon immer, das habe ich auch schon immer,« antwortete er hastig. »Kann ich Ihnen einen Drink spendieren?« »Ich habe schon einen.« »Wie wäre es mit einem zweiten?« »Nein, danke.« »Woran arbeiten Sie denn so hart?« »Meine Sache.« »Ich könnte es ja auch zu meiner machen, wie?« »Das glaube ich kaum.« Sie ließ den Mann stehen und drehte ihm auf ihrem Hocker den Rücken zu, während er näher kam. »Nicht besonders freundlich,« bemerkte der Mann. »Ist das als Frage gemeint?« »Nein«, gab er zurück. »Eher eine Feststellung.« »Wollen Sie nicht reden?« »Nein«, antwortete sie. Sie glaubte, dass sie zumindest versuchte, höflich, aber bestimmt zu sein. »Ich möchte in Ruhe gelassen werden, mein Glas austrinken und dann verschwinden.« »Kommen Sie schon, haben Sie sich nicht so. Erlauben Sie mir, Ihnen einen Drink zu spendieren. Dann plaudern wir ein bisschen und sehen wir, was passiert. Man kann nie wissen. Ich wette, wir haben eine Menge gemein.« »Nein, danke«, lehnte sie ab. »Und ich glaube nicht, dass wir auch nur das geringste gemein haben. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich war gerade mit etwas beschäftigt.« Der Mann lächelte, nahm noch einen Schluck aus seinem Glas und nickte. Er beugte sich zu ihr vor. Nicht betrunken, denn das war er nicht. Und auch nicht allzu bedrohlich, denn bis zu diesem Moment hatte er nur zu optimistisch gewirkt. Vielleicht ein wenig zu hoffnungsvoll, doch mit einer plötzlichen Intensität, die sie zurückzucken ließ. »Schlampe«, zischte er. »Fick dich, du Schlampe!« Ihr blieb die Luft weg. Der Mann kam noch näher heran und sie roch das aufdringliche Aftershave und seine Fahne. »Weißt du, was ich am liebsten mit dir machen würde?« fragte er im Flüsterton, allerdings ohne eine Antwort abzuwarten. »Ich würde dir gerne ein beschissenes Herz rausschneiden und darauf rumtrampeln, während du zusiehst.« Bevor sie die Gelegenheit hatte, etwas zu erwidern, machte der Mann plötzlich kehrt und verschwand mit zügigen Schritten entlang der Bar, bis sich sein breiter Rücken in der anonymen Masse der anderen Geschäftsanzüge verlor. Sie brauchte eine Weile, um sich zu fassen. Der Ausbruch von Obszönitäten hatte sie wie Ohrfeigen getroffen. Sie atmete hastig tief ein und sagte sich, »Jeder ist gefährlich. Niemand ist sicher.« Sie merkte, wie verkrampft sie innerlich war, wie es ihr den Magen zur Größe einer Faust zusammengezogen hatte. »Vergiss nicht«, erinnerte sie sich, sei er immer auf der Hut, jeden Augenblick. Sie drückte sich ihr Glas an die Stirn, auch wenn ihr nicht heiß war, und nahm dann einen großen Schluck, während sie aufsah und feststellte, dass der Barkeeper mit dem Rücken zu ihr arbeitete. Er schüttete Kaffeepulver in eine Espressomaschine. Sie bezweifelte, dass er den Mann hatte kommen sehen. Sie drehte sich einmal ganz auf ihrem Hocker herum, doch niemand schien auf irgendetwas zu achten, das außerhalb eines Radius von 20 Zentimetern lag. Schatten und Geräusche schienen unterschiedliche Botschaften auszusenden und wirkten verstörend. Sie lehnte sich ein Stück zurück und blickte vorsichtig die Bar entlang, um zu sehen, ob der Mann noch da war. Doch sie konnte ihn nirgends entdecken. Sie versuchte, sich sein Gesicht vorzustellen, doch sie konnte sich nur noch an den Ton und die plötzliche Wut in seinem Flüstern erinnern. Sie wandte sich wieder der Botschaft auf dem Schreibblock vor ihr zu, starrte auf die Worte, dann wieder zum Barkeeper, der eine Kanne unter die Öffnung der Maschine hielt und einen Schritt zurück trat, um den steten schwarzen Tropfen zuzusehen. »Coffee«, dachte sie plötzlich. »Kaffee wird aus Bohnen gemacht.« »I have always been«. »Been«. »Ich war die ganze Zeit.« Sie schrieb es auf und hob den Kopf. Es kam ihr vor, als würde sie beobachtet und wirbelte auf der Suche nach dem Mann noch einmal im Kreis. Doch auch diesmal ließ er sich nicht blicken. Für einen Moment versuchte sie, das Gefühl abzuschütteln, doch vergeblich. Bedächtig nahm sie Stift und Block und steckte beides in ihre Handtasche, neben die kleine Automatikpistole, die zuunterst lag. Als sie das beruhigende, kühle Metall der Waffe spürte, witzelte sie. »Zumindest bin ich nicht allein.« Susan taxierte die Situation. Ein überfüllter Raum, Dutzende unzuverlässige Zeugen, wahrscheinlich niemand dabei, der sich auch nur an ihre Anwesenheit erinnern würde. Im Geist schritt sie den Weg zum Parkplatz ab, schätzte die Entfernung zu ihrem Auto und versuchte, sich an jeden dunklen Winkel zu erinnern, in dem der Mann, der ihr das Herz herausschneiden wollte, lauern könnte. Sie dachte daran, den Barkeeper zu bitten, sie hinaus zu begleiten, bezweifelte jedoch, dass er dazu bereit war. Er stand allein hinter dem Tresen und würde seinen Job riskieren, wenn er seinen Posten aufgab. Sie nahm noch einen Schluck von ihrem Drink. »Du bist verrückt«, dachte sie. »Halt dich ins Licht, vermeide die Schatten und dir wird nichts passieren.« Sie schob das Glas mit dem Rest Scotch von sich, nahm ihre Tasche, legte sich den langen Riemen über die rechte Schulter, sodass sie unauffällig die rechte Hand hineinstecken, die Pistole packen und den Finger am Abzugsbügel halten konnte. Jemand musste einen Witz gerissen haben, denn an der Bar brach lautes Gelächter aus. Sie rutschte von ihrem Sitz und lief mit gesenktem Kopf zügig durch das Menschengewühl. Am Ende der Bar befand sich links von ihr eine Doppeltür mit einem Zeichen für die Damentoilette. Darüber stand in Rotschrift »Ausgang«. Das leuchtete unmittelbar ein. »Mache einen Umweg über die Damentoilette und gib dem Karl Zeit, auf dem Parkplatz vor der Bar herumzulungern, da er vermuten muss, dass du durch die Eingangstür kommst. Verschwinde stattdessen durch eine Hintertür, laufe so schnell wie möglich zum Auto, wähle eine andere Route und fahre aus einer anderen Richtung nach Hause.« Falls er auf sie wartete, hätte sie einen Vorsprung. Vielleicht konnte sie ihn sogar ganz austricksen. Im selben Moment drückte sie die Schwingtür auf und befand sich in einem schmalen Flur. Eine einzige nackte Glühbirne warf ihr Licht auf fleckige, vergilbte Wände, an denen mehrere Kästen Alkoholiker gestapelt waren. An einer anderen Wand führte sie ein handgemaltes Schild mit einem grob gezeichneten Pfeil Richtung Toiletten. Sie vermutete, dass der Ausgang direkt dahinter lag. Sobald sich die schallgedämmten Türen in ihrem Rücken geschlossen hatten und den Lärm von der Bar dämpften, war es bedeutend leiser. Sie marschierte den Flur entlang und bog nach links ab. Der schmale Korridor setzte sich noch drei Meter fort und endete vor zwei Türen an gegenüberliegenden Wänden, für Herren und für Damen. Der Ausgang befand sich dazwischen. Zu ihrem Schrecken sah sie noch zwei weitere Dinge, ein rotes Schild an der Tür nach draußen mit der Aufschrift Notausgang, Achtung, Alarm und eine schwere, in der angrenzenden Wand verankerte Metallkette mit Vorhängeschloss, die um die Klinke gewunden war. Toller Notausgang, flüsterte sie. Sie zögerte einen Moment, machte einen Schritt zurück Richtung Bar und drehte sich in alle Richtungen, um sicher zu gehen, dass sie alleine war. Dann entschied sie sich für die Damentoilette. Der Raum war knapp bemessen und reichte nur für zwei Kabinen mit zwei Becken an der gegenüberliegenden Wand. Wenig passend befand sich nur ein einziger Spiegel zwischen den Waschgelegenheiten. Die Örtlichkeit war weder sauber noch gut ausgestattet. In dem grellen Neonlicht hätte jede kränklich gewirkt, egal wie viel Make-up sie auflegte. In einer Ecke befand sich ein roter Metallautomat für Kondome und Tampons. Hier stieg der scharfe Geruch von zu viel Desinfektionsmitteln in die Nase. Sie seufzte, betrat eine der Kabinen und setzte sich resigniert auf die Toilette. Sie war gerade fertig und griff nach dem Spülhebel, als sie hörte, wie sich die Haupttür öffnete. Sie hielt inne und horchte gespannt auf das Klicken von Stöckelschuhen auf dem verfleckten Linoleum, hörte jedoch stattdessen ein schlurfendes Geräusch und dann das Zuschlagen der Tür und dann die Stimme des Mannes. Schlampe, knurrte er. Komm raus! Sie drückte sich an die hintere Wand der Kabine. An der Tür befand sich ein kleiner Riegel, doch sie bezweifelte, dass er auch nur einem einzigen Tritt standhielt. Ohne zu antworten griff sie in ihre Tasche und zog die Automatik heraus. Sie entsicherte, brachte die Waffe in Anschlag und wartete. Komm raus! wiederholte der Mann. Zwing mich nicht, dich zu holen! Sie wollte schon mit einer Drohung antworten, so etwas wie Hau ab oder ich schieße! besann sich jedoch. Sie musste alle Willenskraft zusammenreißen, um ihren rasenden Puls in den Griff zu bekommen und sie sagte sich ruhig Er weiß nicht, dass du bewaffnet bist. Wenn er klug wäre, wüsste er es, aber das ist er nicht. Er ist zwar nicht stockbetrunken, sondern nur so, dass er seine Aggressionen rauslässt und ein bisschen verblödet ist, aber wahrscheinlich verdient er es nicht einmal zu sterben. Allerdings war sie sich bei näherer Betrachtung dessen nicht so sicher. Lassen Sie mich in Ruhe! sagte sie und ihre Stimme zitterte nur ein wenig. Komm schon raus, Schlampe, ich habe eine Überraschung für dich. Sie hörte, wie er seinen Reißverschluss hoch- und runterzog. Eine große Überraschung, meinte er lachend. Sie änderte ihre Meinung und legte den Finger fester um den Abzug. Ich bringe ihn um, dachte sie. Ich bleibe hier drin, wenn Sie nicht sofort verschwinden, schreie ich, rief sie. Dabei hatte sie die Pistole unverwandt auf die Kabinentür gerichtet, genau geradeaus. Sie überlegte, ob eine Ladung das Metall durchschlagen und den Mann dahinter verwunden würde. Möglich, aber unwahrscheinlich. Sie stellte sich. Wenn er die Tür eintritt, sieh zu, dass du trotz Schock und Krach nicht daneben triffst. Halte die Arme ruhig und ziele tief. Schieß dreimal. Heb dir vorsichtshalber ein paar Schuss auf. Schieß nicht daneben. Komm schon, lockte der Mann. Lass uns ein bisschen Spaß miteinander haben. Hau ab, erwiderte sie. Schlampe, knurrte der Mann erneut und diesmal wieder im Flüsterton. Die Kabinentür verbeulte sich, als er kräftig dagegen trat. Du glaubst, du bist sicher? fragte er. Er klopfte an die Tür wie ein Handelsvertreter. Das Ding hält mich nicht ab. Sie antwortete nicht und er klopfte wieder. Er lachte. Ich werde husten und pusten und dir dein Haus zusammenpusten, du kleines Schwein. Die Tür dröhnte unter dem zweiten Tritt. Sie zielte den Lauf entlang und hielt den Atem an. Sie staunte, dass die Tür gehalten hatte. Was meinst du, Schlampe? Aller guten Dinge sind drei. Sie zog mit dem Daumen den Hammer zurück und straffte die Schultern, um jeden Moment zu schießen. Doch der dritte Tritt ließ auf sich warten. Stattdessen hörte sie, wie plötzlich die Haupttür aufging und mit einem Knall wieder zufiel. Es trat kurze Stille ein, bevor sie den Mann sagen hörte, wer zum Teufel sind sie denn? Es kam keine Antwort. Stattdessen erklang ein langgezogenes Ächzen, gefolgt von einem Gurgeln und dann einem Zischen. Danach ein Krachen und Tritte, wie ein kurzer Stepptanz, der nach Sekunden vorbei war. Ein Moment herrschte Stille. Dann hörte sie ein langgezogenes Blubbern, als ob aus einem Ballon die Luft entwiche. Sie konnte nicht sehen und war nicht bereit, ihre Schießstellung aufzugeben, um sich zu bücken und durch den Türspalt zu spähen. Sie hörte ein paar kurze, angestrengte Atemzüge. Dann lief Wasser und ein wenig später wurde der Hahn mit einem Quietschen zugedreht. Dann hörte sie Schritte und zuletzt, wie jemand ohne Hast die Tür aufmachte und hinter sich schloss. Die Pistole im Anschlag wartete sie weiter und versuchte sich auszumalen, was geschehen war. Sie hatte das Gefühl dafür verloren, ob Sekunden oder Minuten vergangen waren, seit die dritte Person die Damentoilette betreten und wieder verlassen hatte. Sie wusste nur, dass Stille eingetreten war und dass sie kein Laut mehr hörte, außer ihrem eigenen beschleunigten Atem. Vom Adrenalin dröhnte ihr der Kopf, als sie schließlich die Waffe sinken ließ und nach dem Riegel griff. Sie schob ihn langsam beiseite und zog behutsam die Tür auf. Zuerst sah sie die Füße des Mannes. Sie waren nach oben gerichtet, als hätte er sich auf den Boden gesetzt. Er trug teure, braune Lederschuhe und sie fragte sich, wieso ihr das nicht früher aufgefallen war. Susan trat aus der Kabine und drehte sich zu dem Mann um. Sie biss sich fest auf die Lippe, um den Schrei zu unterdrücken, der sich in ihrer Kehle staute. Der Mann war in dem kleinen Zwischenraum zwischen den beiden Becken in sitzender Stellung zusammengesackt. Er hatte die Augen geöffnet und starrte sie mit einem ungläubigen Staunen an. Sein Mund klaffte weit offen. Seine Kehle war zu einem breiten, rot-schwarzen Hautspalt aufgeschlitzt, wie ein besonders sarkastisches zweites Grinsen. Etwas Blut hatte sich auf dem weißen Hemd gesammelt, die Brust verschmiert und dann unter ihm eine Lache gebildet. Sein Hosenlatz war offen und seine Genitalien entblößt. Susan taumelte von der Leiche zurück. Schock, Angst und Panik durchzuckten sie wie Stromschläge. Sie begriff kaum, was geschehen war und noch weniger, was sie machen sollte. Eine Sekunde lang starrte sie auf die Automatik in ihrer Hand, als hätte sie vergessen, dass sie davon Gebrauch gemacht hatte, als hätte irgendwie ihr Schuss den Mann umgebracht, der vom Tod überrascht mit leerem Blick am Boden saß. Als sie eine Woge der Übelkeit überschwemmte, stieß sie die Pistole in ihrer Handtasche. Sie schnappte nach Luft und kämpfte den Brechreiz herunter. Susan war sich nicht bewusst, dass sie wie vom Schlag getroffen zurückgezuckt war, bis sie die Wand im Rücken spürte. Sie befahl sich, die Leiche anzusehen und merkte es da zu ihrem eigenen Staunen, dass sie die ganze Zeit darauf starrte und ihren Blick nicht abwenden konnte. Sie versuchte, sich zusammenzureißen, sich Details einzuprägen und hatte plötzlich den Gedanken, ihr Bruder wüsste jetzt ganz genau, was zu tun war. Er hätte richtig gedeutet, was passiert war und warum und wie dieser Mord sich in die entsprechende Statistik und einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang einordnete. Von solchen Gedanken wurde ihr nur noch schwindeliger und sie presste den Rücken an die Wand, als hoffte sie, die Mauer zu durchstoßen und nach hinten zu entkommen, statt an der Leiche vorbeizumessen. Sie starrte weiter auf die Stelle. Die Brieftasche des Mannes lag offen neben ihm und in ihren Augen sah es so aus, als hätte sie jemand geplündert. Ein Raubüberfall? fragte sie sich. Unwillkürlich streckte sie die Hand danach aus, zog sie aber wieder zurück, als hätte sie eine Giftschlange vor sich. Sie mahnte sich, nichts anzufassen. Du bist nicht da gewesen, flüsterte sie. Sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen, die sich am Rande der Panik überschlugen. Nach wenigen Sekunden merkte sie, dass sie ihre Emotionen wieder ein wenig unter Kontrolle hatte. Du bist kein kleines Kind. Das ist nicht der erste Tote, den du siehst, auch wenn du noch keinen so hautnah erlebt hast. Die Toilette, erinnerte sie sich laut. Sie hatte nicht gespült. DNA, Fingerabdrücke. Sie kehrte in die Kabine zurück, schnappte sich die Rolle Papier und wischte das Türschloss ab. Dann drückte sie den Hebel. Während das Wasser gurgelte, trat sie heraus und betrachtete die Leiche. Plötzlich war sie eiskalt und gefasst. Du hast es verdient, sagte sie. Auch wenn sie nicht sicher war, ob sie es glaubte, schien es doch ein ebenso passendes Epitaph zu sein wie jedes andere. Sie zeigte auf die freiliegenden Weichteile des Mannes. Was hattest du damit vor? Susan zwang sich noch einmal die Wunde im Hals des Mannes anzuschauen. Was war passiert? Ein Rasiermesser, vermutete sie. Oder ein Jagdmesser vielleicht, das die Halsschlagader quer durchtrennt hatte. Aber wieso? Und wer? Bei diesen Fragen beschleunigte sich erneut ihr Puls. Behutsam, als gelte es, keine schlafenden Hunde zu wecken, öffnete sie die Toilettentür und trat in den Flur. Sie sah einen einzelnen Teilabdruck einer Sohle in rotbraunem Blut am Boden. Als sich die Tür hinter ihr schloss, machte sie einen großen Schritt darüber und vergewisserte sich, dass sie nicht dieselben verräterischen Spuren hinterließ. Ihre Schuhe waren sauber. Susan stolperte den Flur entlang und bog nach rechts zu der Doppeltür ab, die in die Bar zurückführte. Sie lief schneller, zwang sich dann aber nicht zu hetzen. Für einen Moment überlegte sie, ob sie zum Barkeeper gehen sollte, damit er die Polizei rief, doch so schnell der Gedanke kam, so zügig war er wieder verschwunden. Es war etwas geschehen, an dem sie einen Anteil hatte, auch wenn sie nicht sagen konnte, wie und warum. Sie legte eine Eisschicht über ihre Emotionen und betrat die Bar. Dort schlug ihr lautes Stimmgewirr entgegen. In den wenigen Minuten, die sie weg gewesen war, hatte sich der Raum gefüllt. Sie warf einen Blick auf ein paar Frauen und dachte, dass es wohl nicht lange dauern würde, bis eine von ihnen ebenfalls nach hinten verschwand. Sie ging die Reihe der Männer durch. Welcher von euch ist ein Mörder? fragte sie sich. Und warum? Nicht einmal ansatzweise wollte sie über eine Antwort nachdenken. Sie wollte fliehen. Ruhig und stetig, fast auf zehn Spitzen, um möglichst keine Aufmerksamkeit zu erregen, strebte sie dem Ausgang zu. Sie schloss sich einer Gruppe Geschäftsleute an, die das Lokal gerade verließ, und tat so, als gehörte sie dazu, bis sie in die Nacht hinaustrat. Susan schnappte nach der schwarzen Luft, als wäre sie Wasser an einem heißen Tag. Sie hob den Kopf und warf prüfende Blicke die Seiten des Gebäudes entlang, in dem sich die Bar befand. Langsam ließ sie den Blick von einer Latane zur nächsten wandern, die ihr schwaches, gelbes Licht auf den Parkplatz warfen. Sie suchte nach Überwachungskameras. Die besseren Lokale hatten sie innen wie außen installiert. Doch Susan konnte keine entdecken und murmelte ein leises Dankeschön an die knausrigen Eigentümer des Last Stop Inn, wo immer sie gerade waren. Sie überlegte, ob vielleicht eine Kamera ihre Begegnung mit dem Mann an der Bar aufgezeichnet hatte. Bezweifelte es dann aber. Wie dem auch sei, falls es ein solches Video gab, dann würde die Polizei sie früher oder später ausfindig machen und sie konnte ihnen das Wenige sagen, das sie wusste. Oder auch lügen und nichts verraten. Ohne es zu merken, hatte sie ihre Schritte auf dem Parkplatz beschleunigt, bis sie ihren Wagen erreichte. Sie schloss die Tür auf, warf sich hinters Lenkrad und stieß den Schlüssel in die Zündung. Sie wollte den Gang einlegen und so schnell wie möglich davonbrausen, doch erneut brachte sie ihre Emotionen unter Kontrolle und verlangte von ihnen, sich dem praktischen Menschenverstand und dem Bedürfnis nach Sicherheit zu beugen. Bewusst langsam ließ sie den Motor an und legte den Rückwärtsgang ein. Sie sah in die Spiegel und fuhr aus ihrer Lücke. Immer noch unter Aufbietung aller Selbstbeherrschung trat sie in gemächlich im Tempo die Flucht an. Dabei war sie sich nicht bewusst, dass ein professioneller Verbrecher ihre ruhige Hand am Steuer und die Coolness ihres Rückzugs bewundert hätte. Erst Stunden später kam ihr dieser Gedanke. Susan fuhr eine Viertelstunde. Erst dann hatte sie das Gefühl, sich von dem Mann mit der aufgeschlitzten Kehle weit genug entfernt zu haben. Im selben Moment übermannte sie eine bleierne Erschöpfung, die ihr in jede Pore drang und sie hatte das Gefühl, sie müsste das Lenkrad loslassen, damit ihre Hände endlich zittern konnten. Schlingernd bog sie auf den nächsten Parkplatz ein und suchte sich eine gut beleuchtete Lücke direkt gegenüber dem soliden, quadratischen Bau einer großen, nationalen Elektronikkette. An der Ladenfront prangte eine wuchtige Leuchtschrift in Neonrot, die einen Farbklecks in den dunklen Himmel warf. Sie wollte sich darüber klar werden, was in der Bar geschehen war, doch es blieb schwer zu fassen. Ich saß in der Damentoilette in der Falle, versuchte sie, die Ereignisse zusammenzufassen, und der Mann kam rein, und er wollte mich vergewaltigen, das heißt, vielleicht, vielleicht wollte er sich auch nur entblößen, aber so oder so hatte er mich in die Enge getrieben. Und dann kam ein anderer Mann herein, der den ersten, ohne ein Wort zu sagen, er hat kein einziges Wort gesagt, der den Mann einfach getötet, sein Geld gestohlen und mich zurückgelassen hat. Wusste er eigentlich, dass ich da war? Sicher. Aber wieso hat er nicht geredet? Besonders, nachdem er mich gerettet hat. Der Gedanke machte ihr zu schaffen, und sie wälzte ihn eine Weile umher, bis sie es nicht mehr leugnen konnte. Der Mörder hat mich gerettet. Sie merkte, dass sie das große rote Schild an der Vorderseite des Computergeschäfts anstarrte. Das Schild sagte ihr etwas, aber es schien nebulös, als hörte sie jemanden weit weg immer wieder ein und denselben Ton auf einem Musikinstrument spielen. Ihr Blick ruhte auf dem Schild und sie war froh, einen Moment nicht an die Ereignisse in der Bar zu denken. Irgendwann sprach sie den Namen aus, wenn auch leise. The Whiz. Dann fragte sie sich, was ist das? Sie bekam augenblicklich eine trockene Kehle. Emerald. Smaragd. The Wizard of Oz, der Zauberer von Oz, lebte in der Smaragdstadt. Sie sang vor sich hin. The Whiz. The Whiz. The Whiz. The Whiz. What a wonderful Wizard he is. He is. Sie griff nach dem Notizblock in ihrer Tasche und schob die Pistole beiseite, um dran zu kommen. Previous Always Coffee Emerald Sand. Vorherig Immer Kaffee Smaragd Sand. Susan merkte, wie die unterschiedlichsten Gefühle in einer einzigen Kaskade in ihr aufwalten. Angst, Neugier, eine bizarre Befriedigung. Das letzte Wort, dachte sie. Das hätte ich früher sehen sollen. Viel früher, weil es das leichteste ist. Mitte der 60er Jahre, derselben Zeit, aus der ihre Botschaft an den Briefschreiber stammte, kam der Generalsekretär der Vereinten Nationen aus Birma. Er war nicht so bekannt wie ein paar von den Männern, die ihm im Amt vorausgegangen oder auch gefolgt waren, aber er war ihr geläufig. Nachname Sand. Vorname entsprechend der Landeshitte. der Buchstabe U. Sie sagte es laut vor sich hin. Previous always coffee emerald sand. I have always been with you. I been immer by you gewesen. Ihre Hände fingen plötzlich an zu zittern und sie ließ den Bleistift auf den Wagenboden fallen, weil sie sich am Lenkrad festhalten musste. Sie schnappte nach Luft und in dieser Sekunde hätte sie nicht sagen können, ob das noch die Restangst von den Ereignissen des Abends war oder eine neue Panik, die aus den eben zu Papier gebrachten Worten hochbrodelte oder sogar eine noch dunklere Kombination aus beiden. Eine Spezialeinheit aus zwei Personen. Agent Martin hatte ein kleines Büro besorgt, dass abseits vom Hauptsitz der Staatssicherheit einen Stock über der Kindertagesstätte im Verwaltungsgebäude des Bundesstaates lag. Von hier aus sollten die beiden Männer ihre Ermittlungen durchführen. Der Agent hatte sich mit Computern und Akten schränken ausrüsten lassen, sowie einer sicheren Telefonleitung und einem Lesegerät mit Handabdruck Erkennung, das den Zutritt auf sie beide beschränkte. An eine Wand hatte er eine große topografische Karte des 51. Bundesstaates geheftet und daneben eine Kreidetafel. Jeder von ihnen erhielt einen orangefarbenen Schreibtisch aus Stahl. Dazu kam ein Konferenztisch aus Holz, ein Kühlschrank, ein Kaffeeautomat sowie in einem zweiten Raum zwei Klappbetten und ein angrenzendes Badezimmer mit Dusche und Toilette. Die ganze Räumlichkeit war spartanisch streng auf Funktionalität eingerichtet. Dieses Fehlen von überflüssigem Tant gefiel Jeffrey Clayton und wenn er morgens an seinem Computermonitor saß, stellte er fest, dass er durch die Trittschalldämmung zu seinen Füßen gelegentlich leise Kinderstimmen von unten hörte. Das hatte etwas Beruhigendes. Aus seiner Sicht hatten sie es mit zweierlei Problemen zu tun. Als erstes stellte sich natürlich die Frage, ob der Mann, der in 25 Jahren drei Leichen mit ausgebreiteten Armen an abgeschiedenen Orten hinterlassen hatte, sein Vater war. Jedes Mal, wenn Clayton sich stumm diese Frage stellte, wurde ihm von einer Art emotionaler Trunkenheit fast schwindelig im über die Verbrechen. Seine Antwort kam prompt. Lediglich, dass drei Leichen auf so ausgefallene und übereinstimmende Art und Weise zurückgelassen worden waren, dass man mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit von ein und dem selben Täter ausgehen musste. Außerdem wusste er, dass sein Ermittlungspartner von dem ersten Mord wie besessen war, nachdem er bei ihm vor 25 Jahren irgendetwas Unausgesprochenes angerichtet hatte. Jeffrey gab einen langen Seufzer von sich. Es klang als ob einem erschlaffenden Ballon die Luft entweicht. Er hatte das Gefühl, bis zur Halskrause in Fragen zu stecken. Er wusste nur wenig über jenen ersten Mord, wenig darüber, in welcher Beziehung Agent Martin dazu stand und ebenso wenig darüber, wie sein Vater vielleicht darin verwickelt war. Er hatte Angst davor, auf eine dieser Fragen Antworten zu suchen und war von der dumpfen Befürchtung, was er zutage fördern mochte, wie gelähmt. Jeffrey merkte, dass er innerlich mit sich im Zwiespalt war und dass die widerstreitenden Bereiche seiner Vorstellungskraft lange Debatten in seinem Innern auslösten und versuchten, zwischen den wildesten Horrorvisionen einen Mittelweg zu finden. Er konzentrierte sich auf das Treffen mit den drei Beamten Manstons Darkweather und Bundy. Wenigstens werde ich dafür, dass ich meine Familiengeschichte offenlege, gut bezahlt. Die Ironie seiner Situation war schon fast wieder komisch und gleichzeitig auch fast unmöglich. Finde einen Mörder, finde deinen Vater oder finde einen Mörder und beweise die Unschuld deines Vaters. Er bekam ein flaues Gefühl im Magen. Tolles Erbe, das er mir dahinter lassen hat, sagte er sich und fügte laut hinzu und nun schreiten wir zur Verlesung des letzten Willens. Ich vermache meinem verlorenen Sohn mein Gesamtes. Mitten im Satz hielt er inne. Was? Was hat er mir vermacht? Ohne den Gedanken zu Ende zu führen, starrte er auf die Dokumente, die sich auf seinem Schreibtisch stapelten. Drei Verbrechen, drei Akten. Ihm schwarnte, wie ernst sein Dilemma war. Das nächste Problem, mit dem er sich auseinandersetzen musste, war genauso komplex. Unabhängig davon, wer die Verbrechen begingen. Wie sollte er es anstellen, den Mann zu finden? Der Wissenschaftler in ihm schrie nach einer systematischen Vorgehensweise. Eine Aufgabenliste, eine Prioritätenliste. Das kann ich machen, redete er sich gut zu. Wir müssen einen logischen Plan erstellen, wie der Killer zu fassen ist. Dann kommt es nur noch darauf an, festzustellen, was funktioniert. Dann wurde ihm klar, zwei solcher Pläne. Denn seinen Vater zu finden, seinen verstorbenen Vater, der nach Jeffreys bevorzugter Lesar vor einem Vierteljahrhundert schlagartig aus seinem Leben verschwunden und der ohne ihr Wissen und von ihnen getrennt gestorben war, stellte eine andere Nachforschung dar als die Suche nach einem noch unbestimmten Mörder. Noch so eine Ironie, dachte er. Für Agent Martin und die Staatssicherheit wäre es bedeutend leichter, wenn tatsächlich mein Vater diese Verbrechen begangen hätte. Er machte sich klar, dass die Staatsvertreter bei jeder Gelegenheit in diese Richtung drängen würden. Schließlich war dies der offensichtliche Grund, ihn dafür einzuspannen. Die andere Möglichkeit, dass es sich ganz einfach um einen neuen, unbekannten und furchteinflößenden Mann handeln könnte, war für sie der Schlimmere von zwei Albträumen. Denn der große Unbekannte wäre viel, viel schwerer zu fassen und unschädlich zu machen. Natürlich wusste er bei beiden, wie man sie stellen konnte. Er musste sich nur so intensiv wie möglich mit jedem der Verbrechen vertraut machen, um am Ende den Kriminellen zu verstehen. Konnte er erst den Mörder verstehen, dann konnte er dieses Wissen mit dem erlangten Beweismaterial verknüpfen durchaus in der Tradition eines verrückten, doch leidenschaftlichen Wissenschaftlers, der sich im Eigenversuch einen tropischen Krankheitserreger spritzt, um die Wirkung zu studieren und das Wesen der Krankheit ganz zu verstehen. Infiziere dich mit diesen Mördern und dann verstehe sie. Mit dem Enthusiasmus eines Studenten beim Lernen für die Abschlussprüfung zu einem Seminar, zu dem er bestenfalls sporadisch erschienen war, machte sich Agent Martens Verhör seines Vaters für zuletzt aufhob. Als er irgendwann zu diesen Seiten kam, erfasste ihn eine innere Leere. Über zweieinhalb Jahrzehnte hinweg hörte er die Stimme seines Vaters mühelos heraus. Gewand, sarkastisch, unerschrocken, stets mit einem Anflug von Verärgerung. Er hielt inne, um sein eigenes Gedächtnis kritisch zu prüfen. Woran erinnere ich mich entsinne mich, dass sie immer irgendwie Funken sprühte, das unterschwellige Wut darin mitschwang. Hat er geschrien? Nein, ein Ärger, der sich Luft gemacht hätte, wäre besser gewesen. Sein Schweigen war viel schlimmer. Die Worte des Mannes sprangen ihm entgegen. Wie kommen Sie darauf, Detective, dass ich Ihnen weiterhelfen kann? Was bringt Sie auf den Gedanken, ich könnte bei dieser Sache die Hand im Spiel gehabt haben? Ist Mord nicht ein Mittel, die Wahrheit herauszufinden? Die Wahrheit über einen Selbst, die Wahrheit über die Gesellschaft, die Wahrheit über das Leben? Sind Sie nicht auch Philosoph, Detective? Ich dachte eigentlich, alle Polizisten seien Philosophen des Bösen. Müssen sie schließlich sein. Das ist ein unerlässlicher Bestandteil ihres Fachgebiets. Und schließlich, da bin ich doch einigermaßen überrascht, Detective, dass sie kaum etwas über Geschichte wissen. Mein Fachgebiet, Geschichte, moderne europäische, genauer gesagt, das Vermächtnis kluger weißer Männer, großer Männer, Männer mit Weitblick. Und was hat uns die Geschichte dieser Männer gelehrt, Detective? Sie hat uns gelehrt, dass der Wunsch zu zerstören genauso kreativ ist, wie der Wunsch etwas zu schaffen. Und jeder halbwegs fähige Historiker kann ihnen sagen, dass am Ende wahrscheinlich mehr Dinge aus Asche und Trümmern neu erstanden sind als aus Frieden und Reichtum. Agent Martens Antworten, wie auch seine Fragen, waren kurz und unverbindlich gewesen. Er hatte einfach nur auf Auskünfte gedrängt und sich auf keine Diskussion eingelassen. Es war eine gute Technik, fand Clayton, wie aus dem Lehrbuch, genau wie Martin es ihm erzählt hatte. Eine Technik, die hätte funktionieren müssen, die in 99 von 100 Fällen funktioniert hätte. In diesem Fall verfing sie nicht. Je mehr sein Vater gefragt wurde, desto vager und undurchsichtiger wurden seine Antworten. Je mehr der Agent in ihn drang, desto ausweichender die Reaktionen. Er schnappte nach keinem Köder, den der Mann von der Kripo auslegte. Noch sagte er irgendetwas, das ihn belastet hätte. Es sei denn, man wertete alles, was er sagte, als belastend. Mit einem Mal nervös ruckte Jeffrey auf seinem Stuhl vor und zurück. Er merkte, wie ihm schweiß die Achseln herunter ran. Er griff nach einem Kugelschreiber auf seinem Schreibtisch. Er ließ ihn zu Boden fallen und zertrat ihn mit dem Schuh. Ihn überrollte blanke Wut. Du hast es vor der Nase, dachte er. Im Grunde lief das, was er sagte, auf etwas ganz Einfaches hinaus. Ja, ich bin der, für den du mich hältst, aber du kriegst mich nicht. Jeffrey ließ die Mitschrift auf den Schreibtisch fallen. Er war nicht mehr in der Lage weiter zu lesen. Ich kenne dich, dachte er, um es ebenso schnell in Frage zu stellen. Wirklich? Hinter ihm ging mit einem leisen Rauschen die Tür zu seinem Büro auf. Er fuhr auf seinem Drehstuhl herum und sah, wie Agent Martin energisch eintrat und die Tür hinter sich zuschlug. Das elektronische Schloss machte ein titschendes Geräusch. Irgendwelche Fortschritte, Prof? erkundigte er sich. Auf dem Weg zu ihrer ersten Million schon ein gutes Stück vorangekommen? Clayton zuckte nur die Achseln, um sich die Emotionen, die ihn gerade überflutet hatten, nicht anmerken zu ob das Verschwinden unseres zweiten jungen Mädchens überprüft. Das, von dem ich Ihnen schon in Massachusetts erzählt habe. 17 Jahre alt, hübsch wie ein Schierlider, blond, blaue Augen, mit einer Haut so glatt und zart wie ein Babypopo und verschwunden. Donnerstag sind es zwei Wochen. Die Kollegen, die in dem Fall ermitteln, haben nicht einmal ansatzweise etwas in der Hand. Das beweist, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Keine Zeugen, die gerade vor Ort waren. Keine Anzeichen für einen Kampf. Keine hilfreichen Reifenspuren, keine unbekannten Fingerabdrücke oder eine blutverschmierte Jacke. Keine Büchertasche am Straßenrand. Keine Lösegeldforderung von einem Kidnapper. Eben noch war sie auf dem Heimweg und im nächsten Moment ist sie weg. Die Familie hofft immer noch auf den verheulten Anruf eines eigensinnigen Kindes. Aber ich denke, wir beide wissen, dass es dazu nicht kommen wird. Man hat Pfadfinder und freiwillige Helfer ein paar Tage lang die angrenzenden Wälder durchkämmen lassen. Doch sie konnten nichts finden. Und wissen sie, was wirklich traurig ist? Nachdem die Suche abgeblasen worden war, hat die Familie einen privaten Hubschrauber Dienst engagiert. Mit einem Infrarot Detektor, der in der Gegend, in der sie Tiere aufzeichnen. Verwesende Leichen, alles. Sie haben ein Maultier, Koyoten und ein paar streuende Hunde ausgemacht, seit sie für fünf Riesen am Tag da rumfliegen. Gute Arbeit, wenn man sie kriegt. Wirklich deprimierend. Jeffrey machte sich ein paar Notizen. Vielleicht sollte ich mich mit der Familie unterhalten. Wie ist das Mädchen verschwunden? Auf dem Heimweg von der Schule. Die Schule liegt in einer Gegend, die nur wenig bebaut ist. Eins der neuen Erweiterungsgebiete, von denen ich erzählt habe. Ziemlich ländlich. In zwei Jahren wird sich ein typisches Vorstadtmilieu entwickelt haben. Mit einem Baseballplatz für die Jugendliga, einem Gemeindezentrum und ein paar Pizzerien. Aber das ist noch alles im Aufbau begriffen. Haben einen Haufen Planer drangesetzt, die das Ganze in verschiedenen Realisierungsphasen zeichnen. Im Moment wirkt es noch ziemlich unausgereift. Nicht viel Verkehr auf den Straßen. Besonders seit man die Bautrupps in ihre Baracken zurückgeschickt hat. Das Mädchen war länger geblieben, um noch an der Dekoration für irgendeinen Schultanz zu arbeiten. Dann schlug sie eine Mitvergelegenheit bei Freunden aus. Ein bisschen Bewegung in der frischen Luft würde nicht schaden, hat sie gesagt. Um an der Dekoration zu basteln, hatte sie das Volleyball Training sausen lassen. Frische Luft, die hat sie umgebracht. Martin spuckte die letzten Worte aus und drehte sich frustriert auf seinem Stuhl. Natürlich weiß das noch niemand mit Sicherheit. Die Tatsache, dass diese verfluchte Helikoptersuche noch nicht ihre Leiche zu Tage gefördert hat, ermutigt alle zu glauben, dass sie noch lebt und sich irgendwo versteckt. Ihre Familie sitzt um den Küchentisch und versucht herauszufinden, ob sie ein Teenager-Doppelleben geführt hat. Sie hoffen, dass sie mit einem Jungen durchgebrannt ist, vielleicht nach Vegas oder L.A. Und dass hier nichts Schlimmeres passiert ist, als so ein lila Drachentattoo oder eine Rose auf dem Schenkel. Sie haben das Zimmer der Kleinen auf den Kopf gestellt, um unsterbliche Liebesspüre an jemanden zu finden, von dem sie keine Ahnung hatten. Sie wollten daran glauben, dass sie durchgebrannt ist. Sie beten, dass sie durchgebrannt ist. Sie bestehen darauf. Bis jetzt wurden ihre Gebete nicht erhört. Ist sie früher schon mal von zu Hause weggelaufen? Nein. Aber es wäre immerhin möglich, oder? Der Detektiv zuckte die Achseln. Ja, und vielleicht können eines Tages auch Schweine fliegen. Aber woher wollen wir wissen, dass sie von unserem Erzögerte, unserer Zielperson entführt worden ist? Es sind Bautrupps in der Gegend. Hat die schon mal jemand befragt? Sie sind keine Idioten, ja, und auch Personenüberprüfung. Und zu den kleinen besonderen Sicherheitsvorkehrungen hier bei uns gehört auch, dass Arbeiter von Auswärts sich dem Electronic Bonding unterwerfen. Wenn sie zum Arbeiten herkommen, dann wird ihnen eine von diesen praktischen elektronischen Fußfesseln verpasst, sodass wir jederzeit wissen, wo sie sind. Die Staatssicherheit überwacht sie während ihres ganzen Aufenthalts. Natürlich zahlen wir den Bauarbeitern den doppelten Lohn von dem, was sie in den anderen 50 Staaten erhalten. Das entschädigt sie für die kleine Unannehmlichkeit. Trotzdem haben wir da zuerst nachgeguckt. Bis jetzt negativ, negativ, negativ. Agent Martin legte eine Was haben wir? Ein junges Mädchen, eines Tages spurlos und unerklärlicherweise verschwindet. Simsalabim. Ladies und Gentlemen, tada, die erstaunliche Zauberkunst, einen Menschen in Luft aufzulösen. Machen wir uns nichts vor, Professor. Sie ist tot. Sie ist unter entsetzlichen Qualen gestorben. Und im Moment liegt sie irgendwo wie gekreuzigt, ein geschnitten und einer von der Scham. Und da es mir vorerst an anderen plausiblen Erklärungen mangelt, bin ich der festen Überzeugung, dass ihr Vater, Verzeihung, ihr verstorbener Vater, der Kerl, den sie vermutlich immer noch für tot halten, derjenige ist, nach dem wir suchen. Beweise? fragte Jeffrey. Er wusste, dass er die Frage nicht zum ersten Mal stellte, doch sie rutschte ihm einfach heraus, und zwar mit demselben zweifelnden Sarkasmus, wie ihn sein Vater gehabt haben musste, als man ihn zu einem vermissten Teenager befragte. Ich habe immer noch nichts gehört, was meinen alten Herrn definitiv mit diesem oder einem der anderen Fälle verbindet. Professor, nun machen Sie mal einen Punkt. Ich weiß nur, dass das Mädchen genau den Typ junger Frau trifft und ohne irgendeine andere plausible Erklärung verschwunden ist. Genauso blöde ist nur, das hier hat mit Science Fiction herzlich wenig zu tun. Jedenfalls mit der Art von Science Fiction, die diesen Schreiberling von damals vorschwebte. Jeffrey nickte. Der Detective war noch nicht fertig. Sie müssen begreifen, wo Sie sich befinden, Professor. Als all diesen Firmenbonzen vor über zehn Jahren zum ersten Mal die Idee zu einem Staat als Schutzraum vor Kriminalität gekommen ist, da ging es schlicht und ergreifend genau darum. Sicherheit. Hier muss es für alle außergewöhnlichen Vorkommnisse eine Erklärung geben, denn das ist die Grundlage für das ganze Gemeinwesen. Verflucht, wir haben das Gewöhnliche in Gesetze gegossen. Normalität ist das Landesgesetz. Sie atmen es mit der Luft ein. Das macht diesen Staat so gottverdammt attraktiv. Eigentlich wär's das Vernünftigste, wenn ich zu den Eltern dieses Mädchens gehen würde, um ihnen zu sagen, ja, ma'am, und ja, Sir, ihr kleiner Schatz wurde tatsächlich von Aliens entführt. Sie lief gerade draußen rum und mit einem Mal wurde sie in so eine riesige fliegende Untertasse aufgesogen und peng. Das würde letztlich mehr Sinn ergeben, da wir nur existieren, um das Gegenteil von der übrigen Nation zu sein. Diese Eltern würden das verstehen. Er schwieg, holte Luft und fügte hinzu, ich gehe jede Wette ein, dass sie, als in ihrer kleinen College-Stadt dieses Mädchen verschwand, auch wenn es eine üble Geschichte war. Ich wette 3 zu 1, dass ihn die Sache keine schlaflosen Nächte bereitet hat. Habe ich recht, Professor? Weil es schlicht und ergreifend nicht allzu hatte einfach schlechte Karten, die Kleider. Eine hausgemachte Spielart einer brutalen Tragödie, die ihre Uni daheim gesucht hat. Ganz normaler Alltag. So oder so keine große Sache. Das Leben geht weiter. Gib nicht mal eine Schlagzeile her. Habe ich recht? Sie haben recht. Aber hier, Professor, hier versprechen wir Ihnen Sicherheit. Wir versprechen Ihnen, dass nichts passiert, wenn Sie im Dunkeln allein können die Fenster offen lassen. Wenn dieser Staat nicht in der Lage ist, sein Versprechen zu halten, also das wäre dann schon ein Aufmacher wert, nicht wahr? Meinen Sie nicht auch, dass irgendein Schmierfing von der New Washington Post genüsslich darüber herziehen würde? Ich kann Ihre Bedenken nachvollziehen. Tatsächlich? Naja, selbst wenn nicht, werden sie nicht lange brauchen. Sie begreifen schon noch. Hier Nun ja, erwiderte Geoffrey, dieses Kind schon und das sagt uns etwas Wichtiges, nicht wahr? Und das wäre Prof. Geoffrey senkte die Stimme, sodass sie wie ein Krächzen tief aus seiner Kehle kam. Jemand hält sich nicht an die Spielregeln. Agent Martin sah finster drein. Geoffrey holte Tiefluft. Wenn sich natürlich herausstellen sollte, dass die kleine tatsächlich mit einem Freund in Lederjacke auf einem heißen Hobel von zu Hause durchgebrannt ist, naja, dann wäre wieder alles offen. Bei dem anderen Fall, der jungen Dame, deren Leiche sie gefunden haben, wie viel Zeit liegt er zwischen ihrem Verschwinden und ihrer Entdeckung? Ein Monat. Und im zweiten Fall? Eine Woche. Und vor 25 Jahren? Drei Tage. Geoffrey nickte. Einmal angenommen, Detective, es wäre derselbe Kerl, der diese Verbrechen begeht, eine Annahme, die sich auf äußerst dürftige Fakten stützt. Aber nehmen wir es trotzdem mal an. Dann müssten wir davon ausgehen, dass er dazugelernt hat, nicht wahr? Agent Martin nickte. Sieht ganz so aus. Er hüstelte einmal heiser, bevor er ein einziges furchterregendes Wort hinzufügte. Geduld. Geoffrey rieb sich die Stirn. Seine Haut fühlte sich kalt und klamm an. Ich frage mich, wo er das gelernt hat. Martin erwiderte nichts. Der Professor stand ohne ein Wort auf und ging in das kleine Badezimmer an der Rückseite des Büros. Er schloss die Tür hinter sich und beugte sich über das Becken. Er fürchtete sich zu übergeben, doch es kam nur übel schmeckende bittere Galle. Er spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht, schaute sich in dem kleinen Spiegel in die Augen und stellte fest, ich stecke in Schwierigkeiten. Geoffrey brauchte einen Moment, um seine Fassung wieder zu gewinnen. Er starrte sein Ebenbild an, um sich davon zu überzeugen, dass er diesen furchtsamen Blick unter Kontrolle hatte und kehrte ins Büro zurück, wo Agent Martin auf seinem Drehstuhl kreiste und Geffrey setzte sich an seinen Schreibtisch und dachte einen Moment angestrengt nach. Ich rechne nicht, damit es wir enorm viel Glück haben könnten, aber etwas ist mir aufgefallen. Dieses letzte Mädchen kam von der Schule und das erste Opfer damals vor 25 Jahren war an einer Privatschule und das Mädchen aus meinem Seminar war ebenfalls Schülerin bzw. Studentin. Also, Detective Martin, statt grinsend rumzusitzen und die Situationen, die sie mich gebracht haben, so furchtbar komisch zu finden, wird es langsam Zeit, dass sie wie ein Ermittler vorgehen. Martin saß augenblicklich aufrecht. Geoffrey deutete auf den Computer. Ihr Apparater, sagen Sie mir, auf welche Weise der zaubern kann. Das ist ein Computer der Staatssicherheit. Er hat Zugriff auf jede Datenbank im Bundesstaat. Dann werfen wir doch mal einen Können Sie die nach Altersgruppen sortieren? Immerhin suchen wir nach einem Menschen über 60, vielleicht auch Mitte bis Ende 50, weiß, männlich. Martin drehte sich zu seinem Monitor und tippte auf der Tastatur. Ich bekomme auch einen Abgleich mit der Passkontrolle und der Einwanderungsbehörde, sagte er. Während der Agent daran arbeitete, fragte Geoffrey, an welche Informationen kommt die Einwanderungsbehörde denn im Einzelnen? Foto, Fingerabdrücke, DNA, auch wenn Sie damit erst vor etwa einem Jahr angefangen haben. Steuererklärungen für die letzten fünf Jahre, persönliche Daten wie verifizierbare Familiengeschichte, Fahrzeug, Wohnverhältnisse, Krankenblatt. Wenn Sie hier leben wollen, müssen Sie dem Staat weitreichenden Zugriff auf Ihr persönliches Leben gewähren. Das ist der Haken, der einige Reiche davon abhält, hierher zu ziehen. Manche von denen wohnen lieber, sagen wir, in San Francisco, engagieren einen Bodyguard, verschanzen sich hinter hohen Mauern mit NATO-Draht und lassen ihr Leben und die Art, wie sie an ihr Geld gekommen sind, im Dunkeln. Agent Martin sah von seinem Monitor auf. Der sagt mir, es gibt 22 Namen, die mehr oder weniger auf unser Profil passen. Weiß, männlich, über 55 und in Verbindung mit dieser Schule. Vielleicht wird das ja leicht. Rufen Sie die Fotos der Männer nacheinander auf. Sie meinen, Nein, tue ich nicht. Aber stellen Sie sich mal vor, wie dämlich wir dastehen würden, wenn wir das nächstliegende versäumt hätten. Die Antwort auf Ihre Frage, die Sie noch nicht gestellt haben, lautet Nein, ich glaube nicht, dass ich meinen Vater nach 25 Jahren wiedererkennen würde. Aber es wäre immerhin möglich. Ich weiß es nicht. Eins zu einer Million? Zumindest ist es den Versuch wert. Der Detektiv brummte etwas und drückte ein paar Tasten. Ein Bild nach dem anderen erschien auf dem Monitor. Die dazugehörigen Informationen kamen gleich mit. Ein Moment lang war Jeffrey fasziniert. Das war der ultimative Voyeurismus, dachte er. Einzelheiten über das Leben anderer Menschen, die in elektronischer Farbe auf dem Computerbildschirm aufleuchteten. Ein stellvertretender Schuldirektor hatte sich vor über zehn Jahren scheiden lassen. Dabei war viel seine Ex-Frau hatte ihn wegen Missbrauchs verklagt, was jedoch als unbegründet zurückgewiesen worden war. Der Football-Trainer der Uni hatte versäumt, bei der Steuer den Erlös aus einem Aktientransfer anzugeben und war beim Finanzamt aufgeflogen. Ein Sozialwissenschaftler hatte ein Alkoholproblem, das heißt, seine drei Verurteilungen wegen Trunkenheit am Steuer etwa ein halbes Dutzend Jahre zuvor ließen darauf schließen und er hatte eine Entziehungskur gemacht. Doch die der Englischlehrer, dessen Schwester wegen Schizophrenie eingewiesen worden war, der Leiter der Hausmeisterei, dessen Bruder an Aids gestorben war. Detail um Detail leuchtete auf dem Bildschirm auf. Jede Biografie wurde durch ein Portraitfoto von vorne und im Profil ergänzt. Dazu kam der vollständige Krankenstatus. Herz, Nieren, Leberprobleme, in knappem Medizinerjargon zusammengefasst, doch Jeffreys Interesse galt den Fotos der Zielperson. Er sah sie sich aufmerksam an, begutachtete die Länge der Nase, den Winkel des Kinns und den ganzen Aufbau jedes einzelnen Gesichts, um es mit dem Bild zu vergleichen, das er seit seiner Kindheit in einem hintersten Bewusstseinswinkel abgespeichert hatte. Jeffreys ertappte sich dabei, dass er flach und langsam atmete. Er mahnte sich zur Ruhe und atmete durch leicht geschürzte Lippen aus. Er staunte über seine Erleichterung. Nein, nichts, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Er rieb sich die Augenbrauen. Niemand, der auch nur die geringste Ähnlichkeit mit ihm hätte. Der Detektiv nickte. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Bin mir eh nicht sicher, ob ich ihn erkennen würde. Wetten das? Meinen Sie? Ich glaube nicht. Fünf und 20 Jahre sind eine lange Zeit. Der Mensch ändert sich. Er kann verändert werden. Martin ließ sich mit der Antwort Zeit. Er starrte das letzte Bild auf dem Monitor an. Es handelte sich dabei um einen weißhaarigen Mann aus einer Schulverwaltung, dessen Eltern als Teenager bei einer Antikriegsdemonstration verhaftet worden waren. Nein, Sie werden sich erinnern, meinte der Agent. Sie werden es vielleicht nicht wollen, aber Sie können nichts daran ändern. Ich ebenfalls. Er weiß es noch nicht, stimmt's? Aber es gibt jetzt zwei Menschen in diesem Bundesstaat, die sein Gesicht gesehen haben und denen er nichts vormachen kann. Wir müssen es nur schaffen, dieses Bild auf diesem Monitor zu bekommen und die Sache läuft. Der Detektiv drehte sich von seinem Computer weg. Also, was kommt als nächstes Professor an? Er lehnte sich die Bilder jedes weißen Mannes in diesem Territorium ansehen, der über 55 ist? Wäre nicht mehr als ein paar Millionen, wäre machbar. Jeffrey schüttelte den Kopf. Dachte ich mir, erwiderte Martin. Also, was dann? Jeffrey überlegte. Dann sagte er in leisem, aber klirrend hartem Ton, auch wenn es dämlich klingen mag, Detective, möchte ich Sie etwas fragen. Wenn Sie sind, dass mein Vater all diese Verbrechen begangen hat, was haben Sie dann bisher getan, um ihn ausfindig zu machen? Ich meine, welche Schritte haben Sie unternommen? Er muss bei Ihrer Einwanderungsbehörde gemeldet sein, richtig? Sie haben sich so verdammt schlau angestellt, mich zu finden. Was ist dann mit ihm? Der Agent verzog langsam das Gesicht zu einem Grinsen. Ich hätte mich nicht auf die Suche nach Ihnen gemacht, Professor, wenn ich diese Möglichkeiten nicht vorher ausgeschöpft hätte. Ich bin kein Vollidiot. Wenn Sie also kein Vollidiot sind, Schlussfolgerte Jeffrey in einem befriedigten Ton, dann haben Sie irgendwo eine Akte, die Sie mir noch nicht ausgehändigt haben und aus der in allen Einzelheiten hervorgeht, was Sie bis jetzt unternommen haben, um ihn zu finden und haben, insistierte Jeffrey, und zwar jetzt. Agent Martin zögerte. Ich weiß, dass er es ist. Ich weiß es, seit ich die erste Leiche gesehen habe. Er bückte sich und schloss bedächtig die unterste Schublade seines Schreibtisches auf. Dort zog er einen versiegelten braunen Umschlag heraus und reichte ihn Clayton. Die Geschichte meiner Frustration, erklärte der Detective mit einem trockenen Lachen. Lesen sie in Ruhe durch. Sie werden feststellen, dass ihr alter Herr eine Kunst beherrscht, gegen die ich nicht ankomme. Jedenfalls bis jetzt. Und die wäre? Zu verschwinden, antwortete der Detective. Sie werden sehen. Nun denn, kümmern wir uns lieber um die Gegenwart. Was gedenken Sie als erstes zu tun, Professor? Ich stehe zu Ihren Diensten. Jeffrey überlegte einen Moment, während er an dem Klebeband zog, mit dem der Umschlag versiegelt war. Ich würde mir gern die Stelle ansehen, an der Sie die letzte Leiche gefunden haben. Die Nummer drei auf unserer Liste. Dann arbeiten wir einen Plan aus, wie wir vorgehen wollen und wie gesagt, vielleicht können wir ja mit der Familie dieser letzten Vermissten reden. Um was herauszufinden? Die Mädchen haben alle was gemein, Detective. Irgendetwas verbindet sie miteinander. Aber was? Das Alter, das Aussehen, der Ort oder auch etwas Subtileres? Vielleicht sind sie alle blonde Linkshänderin. Egal was, dieses besondere Merkmal macht sie zu Opfern. Es ist unsere Aufgabe, das herauszufinden. Wenn wir das verstanden haben, dann begreifen wir vielleicht auch die Regeln, nach denen unser Killer spielt. Der Detective nickte. Okay, stimmte er zu. wieder Anfang von einem Plan. Außerdem bekommen sie dann ein bisschen was vom Territorium zu Gesicht. Also, fahren wir los. Jeffrey nahm sich die entsprechende Fallakte. Er sah, der Name des Mordopfers, Janet Cross, mit schwarzem Filzstift außen auf die Mappe geschrieben war, in der sich die Leichen Fundort Analyse, der Autopsie sowie die Ermittlungsberichte befanden. Ich will gar nicht deinen Namen Träume und Überzeugungen hattest, dass du die geliebte Tochter von jemandem warst oder auch jemandes Zukunftshoffnung. Ich will nicht, dass du ein Gesicht hast. Für mich bist du Nummer drei, sonst nichts. Er steckte die Akte und den geschlossenen Umschlag in seine Tasche. Der Professor stand auf und ging zu der Schreibtafel. Er zog mit einem stumpfen gelben Kreidestück eine senkrechte die elektronische Geschwindigkeit von Computern baute, war eine altmodische Kreidetafel wahrscheinlich immer noch am besten geeignet, Theorien zu skizzieren, dann zurückzutreten, sie anzustarren und schließlich diejenigen, die nicht weiterführten, wegzuwischen. Er hatte um die Tafel gebeten. Bei der gerwesten Ermittlung hatte er eine benutzt und in Springfield auch. Ihm gefiel dieses Hilfsmittel, das es fast schon so lange gab wie das Phänomen Mord. Er spielte einen Moment mit dem Kreidestück in der Hand und war sich durchaus bewusst, dass der Detektiv ihn beobachtete. Dann schrieb er rechts oben Verdächtiger A, falls uns der Mörder bekannt ist. Dann in der linken Spalte gegenüber Verdächtiger B, falls uns der Mörder nicht bekannt ist. Er unterstrich das Wort Falls. Agent Martin nickte, als er das geschrieben erlas. In Ordnung, sagte er und trat näher. Klingt logisch. Früher oder später erreichen wir einen Punkt, an dem wir die eine oder die andere Seite auswischen können. Sorgen wir also dafür, dass wir da möglichst schnell hinkommen. Er tippte mit dem Finger auf die linke Seite, sodass von dem Wort nicht ein Kreidewirkchen aufflog. Wenn sie mich fragen, kommt die hier weg. Das gefundene Mädchen Die beiden Männer machten sich auf den Weg zu dem felsigen Vorgebirge, in dem vor einigen Monaten die Leiche der jungen Frau Nummer drei gefunden worden war, Richtung Norden durch den 51. Bundesstaat. Jeffrey Clayton lauschte auf das rhythmische Klopfen der Reifen, wenn sie über die Sensoren in der geteerten Straße rollten. Sie fuhren schnell, obwohl ihre Geschwindigkeit ebenso wie ihre Route auf einer fernen computergesteuerten Karte des gesamten bundesstaatlichen Straßennetzes registriert war. Doch niemand griff ein. Agent Martin hatte bei ihrer Abfahrt dem Hauptquartier einen speziellen Code durchgegeben und so schwebte kein Hubschrauber der Staatssicherheit auf sie herab, um sie zur Einhaltung der strengstens kontrollierten Geschwindigkeitsbegrenzung aufzufordern. In regelmäßigen Abständen rasten sie an den Ausfahrten zu bewohnten Gebieten vorbei. Diese neuen Ortschaften beschworen mit Namen wie Victory Success und Happy Valley eine aggressive Aufbruchstimmung oder aber mit Wind River und Deer Run die Vorstellung von einem sauberen Leben an der frischen Luft entworfen von einem Planer am Reißbrett. Die jeweilige Abzweigung zu diesen Wohngegenden wurde mit einem eigenen Schild in unterschiedlichen Farben angekündigt. Irgendwann fragte Clayton nach dem Grund. Ganz einfach, erwiderte Agent Marken. Andere Farbe steht für eine andere Häuserkategorie. Der Staat verfügt über vier Kategorien. Gelb für Stadthäuser und Eigentumswohnungen, Braun für Eigenheime mit drei oder vier Zimmern, grün für fünf bis sechs Zimmer und blau für größere Anwesen. Geht alles auf ein Siedlungskonzept zurück, das Disney für eine ihrer ersten privaten Städte außerhalb von Orlando ausgeheckt hat. Nur Rot? fragte er. Das bedeutet freier Zutritt zu allen Bereichen. Sie kamen an einem grünen Schild vorbei, das auf eine Ortschaft namens Fox Glen verwies. Clayton deutete in die Richtung und sagte, zeigen Sie es mir. Der Detektiv brummte etwas und schwenkte scharf in die Ausfahrt ein. Gute Wahl, meinte er geheimnisvoll. Fast augenblicklich waren sie mitten in einer Trabantensiedlung mit großzügigen, von Fichten aufgelockerten Rasenflächen. Durch die Zweige sickerte die Sonne und funkelte hier und da auf der Kühlerhaube eines hochglanzpolierten Autos auf, das in der Einfahrt stand. Eine Parade neuster Modelle. In dem Sprühfilm über den Sprinkleranlagen der Garten bildeten sich kleine Regenbögen. Die geräumigen Häuser verfügten je über vier bis achttausend Quadratmeter Land und waren von der unscheinbaren Anwohner Straße ein gutes Stück zurückgesetzt. Mehr als eines war man in einem abgeschirmten Swimmingpool versehen. Clayton stellte fest, dass bei den Eigenheimen mehrere Architekturrichtungen vertreten waren. Er sah Häuser im Kolonialstil, Ranchs und Finkas. Die Häuser waren alle weiß, grau oder beige gestrichen oder mit einer farblosen Lasur versehen, welche die Maserung des Holzes an den Schindelwänden akzentuierte. Dabei gab es innerhalb eines Designs kleinere Variationen. Ein Veranda oder Rundbogenfenster, so dass ein Wohnkomplex einheitlich aber nicht monotoner schien. Ähnlich, aber nicht gleich. Oder, dachte er, einmalig, aber nicht sehr, was natürlich ein Widerspruch in sich war, aber die Sache traf. Die Gestaltung dieser Siedlung hielt eine subtile Balance zwischen individuellen Details und dem gleichförmigen Ganzen. Er fragte sich, ob das selber auf die Bewohner zutraf. Es herrschten milde Temperaturen. Es war Mittagszeit und es würde noch ein wenig wärmer werden. Die Wohngegend war ruhig. Zwar beaufsichtigte hier und da eine Frau geduldig kleine Kinder beim Spielen auf den Klettergerüsten und Schaukeln an der Seite der Häuser, doch die Straßen waren menschenleer. Clayton suchte nach Anzeichen von Verfall oder Gerümpel, doch alles schien zu neu. Wenige Häuserblöcke entfernt entdeckte er zwei Frauen in leuchtend bunten Jogging Outfits, die langsam hinter glitzernden Stahlrohr-Buggies liefen, in denen ihre Babys saßen. Sie waren beide jung, vielleicht in seinem Alter, auch wenn er sich augenblicklich älter fühlte. Die Frauen winkten, als sich ihre Wege kreuzten. Noch etwas fiel ihm auf. Keine Sicherheitszäune. Nicht schlecht, wie? fragte der Agent. Kann man wohl sagen, räumte Clayton ein. Sieht schön aus. Gibt's Vorschriften zu den Häusertypen? Selbstverständlich. Bestimmungen zur Farbe, zum Stil, Festlegungen, was man jeweils bauen kann und was nicht. Alle möglichen Vorschriften, nur, dass man sie anders nennt. Sie heißen Vertragsklauseln und jeder unterzeichnet ein entsprechendes Abkommen, bevor er hierher zieht. Und niemand hat was dagegen? Der Detektiv schüttelte den Kopf. Niemand hat etwas dagegen. Nehmen wir mal an, Sie besäßen eine wertvolle Kunstsammlung, für die Sie Luftdrucksensoren und Alarmanlagen brauchen. Können Sie sowas installieren lassen? Ja, vielleicht. Allerdings müsste jedes System staatlich registriert, inspiziert und genehmigt werden. Jeder vereidigte Sachverständige könnte den Papierkram erledigen. Das gehört dazu. Martin drosselte das Tempo und hielt vor einem großen Haus in modernem Stil. Allerdings stand es offensichtlich leer. Neben der Einfahrt hing ein Schild mit der Aufschrift For Sale. Der Rasen stand ein wenig höher als bei den angrenzenden Häusern am Block und die Randbepflanzungen waren nicht gestutzt. Das Ganze erinnerte den Professor an einen schlagsigen Jungen, der insgesamt präsentabel wirkte, aber ungekämpft und unrasiert war, als sei er in der Nacht davor noch ein paar nicht erlaubten Bierchen zu spät ins Bett gekommen. Hier hat Janet Cross gewohnt, berichtete der Detektiv ruhig und deutete auf die Akten, die Clayton im Schoß hielt. Sie war ein Einzelkind. Die Familie ist schließlich ausgezogen vor vielleicht zwei, drei Wochen. Und wohin? Minneapolis habe ich gehört. Dahin zurück, wo sie herkamen. Sie hatten dort Verwandte. Und die Nachbarn? Was dachten die über den Fall? Agent Martin fuhr wieder auf die Straße. Wer weiß, erwiderte er nach einer Weile. Clayton hatte die nächste Frage auf der Zunge, doch er beherrschte sich. Er warf einen Seitenblick auf den Polizisten, der geradeaus auf die Straße starrte. Eine seltsame Antwort, dachte der Professor. Die Nachbarn hätten gründlich befragt werden müssen. Hatten sie etwas gesehen, etwas gehört? War ihnen in den Tagen umtrieb? Und danach hatten sie sich nicht bei der Polizei beschwert? Hatten sie keine Nachbarschaftsverbände zur Verbrechensbekämpfung gebildet, Versammlungen abgehalten und Schutzpatrouillen eingesetzt? Hatten sie nicht auf zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen bestanden und Überwachungskameras vorgeschlagen? In einer Sekunde fielen ihm mindestens ein halbes Dutzend Reaktionen ein, die für dieses Mittelstandsmilieu nach einem Verbrechen typisch gewesen atmete langsam aus und fragte stattdessen Wie genau ist sie verschwunden? Auf dem Heimweg nach dem Babysitten bei Leuten keine drei Häuserblocks von hier entfernt. Gerade noch nah genug, um sich nicht abholen zu lassen. Und auch noch früh genug. Das Paar, das sie engagiert hatte, hatte für ein frühes Abendessen einen Tisch reserviert und war anschließend in die 8-Uhr-Vorstellung irgendeines Films gegangen. Sie kamen nach Hause, zahlten ein paar Dollars, schon war sie zur Tür hinaus und wurde nach elf nicht mehr gesehen. Fahren Sie zu dem Haus rüber, wo sie gearbeitet hat, bat Jeffrey. Martin nickte und brummte etwas. Clayton lehnte sich zurück und ließ seiner Einbildungskraft freien Lauf. Er starrte die stille Vorstadtstraße hinunter und es fiel ihm nicht schwer, sich vorzustellen, Er nahm sich vor, es herauszufinden. Die Baumgruppen würden Schatten werfen und kein Licht vom Himmel durchlassen. Es gab nur wenige Straßenlaternen und die waren vollkommen anders als die starken Natriumdampflampen, die fast im ganzen übrigen Land dunkle Winkel ausleuchteten. Dafür bestand hier keine Notwendigkeit und die Hausbesitzer würden sich wohl eher beschweren, wenn solche Helligkeit durch ihre Fenster drehen. Clayton begriff. Wer an diesen Mythos von Sicherheit glaubte, dem würde es nicht gefallen, dass ihn jede Nacht grelle Lampen daran erinnerten, dass er sich irren könnte. Er versuchte weiter, sich den entscheidenden Moment vorzustellen. Sie ging also, lange nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause, vielleicht ein bisschen schneller als sonst, da sogar hier die Nacht ein wenig beängstigend sein mochte, und sie, selbst wenn sie glaubte, keinen Grund zur Sorge zu haben, immerhin Klatschen ihrer Turnschuhe auf dem Bürgersteig lauschte, ihre Schulbücher fest an die Brust, wie ein Porträt von der Hand Norman Rockwolds. Und was dann? Ein Wagen, der sich ohne Licht langsam von hinten näherte? Eine Stimme aus einem der schattigen Winkel? Lauerte er ihr wie ein nachtaktives Raubtier auf? Diese Frage konnte er beantworten. Ja. Clayton notierte im Kopf, der Überfall musste schnell vor sich gegangen sein, unerwartet und geräuschlos, vollkommen überraschend, denn ein Schrei hätte alles verdorben. Wie also konnte er das angestellt haben? War die Nacht einfach perfekt zum Jagen gewesen? War Nummer drei zufällig oder durch die Macht des Schicksals zur falschen Zeit am falschen Ort? Oder war sie das Opfer, das er sich schon vorher ausgesucht und ausgekundschaftet hatte? Dann hätte er nur noch geduldig auf diese Nacht die ideale Gelegenheit warten müssen. Clayton nickte. Ein interessanter Unterschied. Der eine Typus eines Jägers schleicht heimlich durch den Wald und sucht. Der andere geht in Deckung und lauert seinem Opfer auf, von dem er weiß, dass es vorbeikommen muss. Finde die Antwort. Bei gewaltsamen Todesfällen gibt es immer eine Verkettung von Ursache und Wirkung. Eine Agenda. Bestimmte Regeln, die bestimmte Reaktionen auslösen, die sich alle zusammen wie in einer teuflischen mathematischen Gleichung zu Mord addieren. Was war es diesmal? Jeffrey Clayton schwirrte der Kopf vor Fragen und nicht auf alle wollte er wirklich eine Antwort wissen. Sie hatten das Ende des Blocks erreicht und waren in eine zweite Wohnstraße eingebogen, die nach etwa einer halben Meile als Sackgasse endete. Während der Detektiv um die Bepflanzung des kleinen Kreisels fuhr, deutete er auf ein Haus, das ein wenig weiter zurückgesetzt war als die meisten anderen. Das nächste Haus in dieser Sackgasse stand auch ein Stück weiter entfernt und seine Einfahrt war vom Wendekreis durch eine dicht gewachsene Hecke getrennt. Ein drittes Haus hinter der Grenzlinie lag ebenfalls Richtung Straße statt Kreisel, am oberen Ende einer kleinen Böschung hinter zwei großen Fichten. Halten Sie an, verlangte Clayton abrupt. Martin sah ihn verwundert an, dann trat er auf die Bremse. Clayton stieg aus und lief ein paar Schritte, um sich jedes Haus anzusehen und die Entfernung abzuschätzen. Der Detektiv kurbelte sein Fenster herunter. Was ist? fragte er. Genau hier, erklärte Clayton. Er spürte, wie es ihm feucht kalt den Rücken hinunterlief. Hier? Hier hat er gewartet. Woher wissen Sie das? wollte Martin wissen. Clayton deutete kurz auf die drei Häuser. Es ist nicht einsehbar von keinem der drei Häuser. Es ist wie ein blinder Fleck. Keine Straßenlaterne. Wagen ohne Licht nach Einbruch der Dunkelheit. Einfach nur parken und warten. Der Detektiv stieg ebenfalls aus und sah sich um. Er lief ein paar Schritte, machte Keine, starrte wieder auf die Stelle, an der Clayton wartete und kam zurück. Er runzelte die Stirn, sah sich noch einmal die Winkel an, welche die Häuser zueinander bildeten und verlängerte im Kopf die Linie ihrer Seitenwände. Wenig später nickte er und pfiff durch die Zähne. Stimmt wahrscheinlich, Professor. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Diese Häuser sind von hier aus alle verdeckt. Gerade mal dreißig Meter weiter die Straße entlang und das Mädchen wäre auf dem Bürgersteig von beiden Seiten aus zu sehen gewesen. Und außerdem näher an den Häusern, so dass Schreie leichter zu hören gewesen wären, falls sie geschrien hat, falls sie schreien konnte. Der Detektiv schwieg und ließ den Blick erneut über die Umgebung schweifen. Weiß auch nicht, wieso ich das nicht selbst gesehen habe. Kompliment. Hat es nach ihrem Verschwinden eine Durchsuchung gegeben? Ich meine hier in der näheren Umgebung? Natürlich! Aber sie müssen wissen, erst als ich ihre Leiche sah, habe ich begriffen, womit wir es zu tun haben. Und bis es so weit war... Er sprach den Satz nicht zu Ende. Clayton nickte und stieg wieder ein. Er spähte noch einmal in alle Richtungen und versuchte den Ansturm von Fragen in den Griff zu bekommen. Der Auftraggeber der Babysitterin musste mit dem Auto nach Hause gekommen sein. Wie hatte er es vermeiden können, von deren Scheinwerfern erfasst zu werden? Ganz einfach. Er kam erst nach ihnen. Woher wusste er, dass sie zu Fuß nach Hause laufen würde, statt sich abholen auch Nachbarn kommen oder gehen würden, weil er auch deren Tagesablauf kannte. Clayton holte tief Luft und bescheinigte sich, es sei nicht weiter besorgniserregend, wenn er eine ruhige Wohnstraße in einer Vorstadt entlang fuhr und mit einem Schlag die beste Stelle fand, an der ein Mörder seinem Opfer auflauern konnte. Er sagte sich, es sei schließlich nötig, das Viertel mit den Augen des Mörders zu sehen, da sie sonst keine Chance hätten, den Mann zu finden. Mithin sei diese Fähigkeit etwas Lobenswertes und nicht furchterregendes. Natürlich wusste er, dass das gelogen war. Dennoch klammerte er sich an diese Vision, da er über andere Erklärungen nicht nachdenken wollte. Sie fuhren ein paar Minuten, bis sie das gehobene Baugebiet hinter sich hatten. Er stellte fest, dass rund um den Wohnkomplex eine schwarze Schlackenbahn zum Joggen führte, die durch andere Sportanlagen wie Tennisplätze, ein Basketballfeld sowie einen gut besuchten Kinderspielplatz vervollständigt wurde. Nicht weit von den Kindern saßen ein paar Frauen auf Bänken und plauderten, während sie ihre Kleinen nur so weit im Blick behielten, wie es die Sicherung umgebung verlangte. Auf der Fahrt am Park vorbei sahen sie, dass die schmaleren Häuser auf der anderen Seite dichter und in einer Reihe sowie näher am Bürgersteig standen. Die Straßenschilder waren plötzlich braun. Jetzt sind wir in Echo Woods, erklärte Martin. Ein braunes Baugebiet, Mittelschicht, aber das andere Ende des Spektrums, unmittelbar am Stadtrand. Aus dem kleinen Vorstadtviertel kamen sie auf einen breiten Boulevard mit niedrigen Einkaufszentren zu beiden Seiten. Ihr Design war dem hellbeige verputzten Wänden, was selbst für den großen Lebensmittelladen galt, der sich in der Mitte der Mall über fast einen ganzen Häuserblock erstreckte. Clayton fing an, die Namen der Läden zu lesen und stellte fest, dass auch sie in Gruppen angeordnet waren. Gehobene Modeboutiquen sowie Geschäfte für technische Geräte am einen Ende der Einkaufsstraße und Discounts sowie Haushaltswaren Läden am anderen Ende. Restaurants, Pizzerien und Fastfoodketten verteilten sich über das ganze Zentrum. So viel zu den Einkaufsgelegenheiten, meinte der Detektiv. Willkommen in Evergreen, Vorstadt von New Washington. Das Zentrum der Kleinstadt verströmte beinahe sowas wie ein New England Flair. Beherrscht wurde es von einem weitläufigen Platz mit saftig grüner Rasenfläche. Vom blauen westlichen Himmel zeichnete sich der weiße Turm einer episkopalen Kirche ab und rechts daneben ein zweiter mit einem Kreuz an der Spitze. Eine Methodistenkirche. Am anderen Ende des Rasens stand die Synagoge den Kirchen gegenüber und der Davidstahn funkelte selbstbewusst auf ihrem Dach. Alle diese Gotteshäuser waren modern und kaum der traditionellen Formsprache verpflichtet. Nicht weit davon entfernt sei ein Gebäudetrio, jedes mit weißen Schindelwänden. Eins davon war als Stadtverwaltung kenntlich gemacht. Auf dem nächsten stand Staatssicherheit neben Stelle 6 und auf dem dritten Computer Center. Ein kleineres Schild deutete auf eine Nebenstraße, in der die Bezirksschule Evergreen und das Gesundheitszentrum lagen. Agent Martin nickte und fuhr am Rand des begrünten Platzes rechts heran. An einem Ende entdeckte Clayton sogar eine Statue. Ein Soldaten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in heroischer Pose, der sich über zwei alte, schwarz gestrichene Kanonen erhob. Er fragte sich, ob die Stadt vielleicht einen fiktionalen Helden eingeführt hatte, den sie feiern konnte. Sehen Sie, Professor, alles, was das Herz begehrt, gut durchorganisiert und da, wo man es braucht. Haben Sie sich einen Eindruck verschafft? Ich denke schon. In jeder Gemeinde mindestens drei Gotteshäuser. Die Goodmormonen seien Katholiken, meinetwegen auch Muslime. Ha, Gott, nochmal, aber immer drei. Eine Kirche ist zu ausschließlich, zwei Brechten Rivalität, drei, das ist Vielfalt. Und gerade so viel, dass die Gemeinden intakt bleiben und nicht zersplittern. Sie verstehen, was ich meine. Eine ethnische Minderheit, die Stärke verleiht und nicht spaltet. Genauso wie die Städte geplant werden. Jede ökonomische Gruppe ist vertreten. Und in der Innenstadt oder der Shopping Mall kommen Sie in Tuchfühlung miteinander. Wir können auf dem Weg aus der Stadt an den größeren Anwesen vorbeifahren, wenn Sie mögen. Rechnen Sie außerdem einen Gebäudekomplex dazu, der vom Kindergarten bis zur Highschool alles unter einem Dach vereint. Außerdem eine Kombination aus Fitnessclub und Minikrankenhaus. Ha, was will man mehr? Computer Center? Ha, jedes Haus ist an ein Netz aus Glasfaserkabeln angeschlossen. Wenn Sie wollen, können Sie Ihre Einkäufe, Ihre Stimme für die Stadtratswahl, Ihre Steuererklärung von zu Hause aus abgeben und Rezepte austauschen, Aktien verkaufen, was weiß ich, elektronische Post verschicken, Ihre Musikstunden vereinbaren, alles ist irgendwo auf einer städtischen Anzeigetafel vermerkt. Mann, Lehrer können ihre Hausaufgaben über Computer stellen und die Kids können sie auf dem selben Weg einreichen. Heutzutage ist alles verbunden. Die Bücherei, der Lebensmittelladen, der Trainingsplan, der Basketballmannschaft der Highschool und die Ballettvorführung. Eben alles. Und die Staatssicherheit kann den gesamten elektronischen Verkehr überwachen? Martin zögerte mit seiner Antwort. Selbstverständlich. Aber wir posaunen das nicht heraus. Die Leute sind sich dessen bewusst, aber nach ein, zwei Jahren vergessen sie es. Oder es ist ihnen egal. Wahrscheinlich ist es Mr. und Mrs. Smith oder Jones Schnurzpiep egal, dass die Staatssicherheit sämtliche Einladungen zu ihren Dinnerpartys mitlesen kann und ihre Bestellung beim Catering Service überwacht. Es macht ihnen nicht mal was aus, dass wir wissen, wann sie ihren Scheck für die alkoholischen Getränke oder ihre Blumen Arrangements ausgestellt haben. Außerdem können wir sagen, ob der Scheck gedeckt ist oder nicht? Ich weiß nicht, zweifelte Clayton. Ihm fehlten die Worte. Seine eigene Welt schien davon zu driften wie der letzte Traum vor dem Erwachen. Auf einmal fiel es ihm schwer, sich daran zu erinnern, wie die Universität aussah oder wie seine Wohnung roch. Das Einzige, was ihm lebhaft vor Augen stand, war diese diffuse Angst, Kälte, Angst und Dreck. Aber selbst das schien so weit weg. Der Detektiv wendete und für einen Moment fühlte sich Clayton von einem gleißenden Sonnenstrahl geblendet. Er hob die Hand, um die Augen zu schützen und blinzelte gerade aus. Er brauchte eine Weile, bevor er wieder sehen konnte. Wollten sie nun an ein paar von den Anwesen vorbeifahren? Sie liegen am äußeren Rand der Stadt, aber sie sind ein bisschen abseits. Normalerweise mit ungefähr vier Hektar oder noch mehr Land versehen. Mehr Privatsphäre. Das ist so ziemlich der einzige Vorteil der obersten Einkommensklasse. Man ist mehr für sich. Andererseits haben wir festgestellt, dass ein paar von den reichsten Leuten die grünen Wohngegenden lieber mögen, die eher der oberen Mittelschicht entsprechen. Sie richten sich gar am Rand eines Golfplatzes ein. Oder in der Nähe des anschauen? Sie sind von der Straße aus schwerer zu erkennen, aber man bekommt trotzdem eine ungefähre Vorstellung. Greift man da auch auf dieselben Grundmuster wie bei den anderen Siedlungen zurück? Nein, die sind alle nach den Vorstellungen der Bauherren entworfen. Aber da die Zahl der Architekten und der Bauunternehmer durch staatliche Lizenzvergabe beschränkt ist, gibt es ein paar Ähnlichkeiten. Jeffrey hatte eine Idee, sagte er. Martin brummte etwas und steuerte die Einfahrt an. Und Sie Detective? Sind Sie braun, gelb, grün oder blau? Wo hat ein Korb seinen Platz in diesem Schema? Gelb, erwiderte der Agent zögerlich. Ein Stadthaus direkt außerhalb des Zentrums von New Washington, damit ich keine endlosen Anfahrtswege habe. Schon lange keine Frau mehr. Sie haben uns vor einem Dutzend ist. In der Zeit, bevor ich hierher kam. Sie lebt jetzt in Seattle und kennt es am College. Das andere arbeitet schon. Beide erwachsen. Brauchen ihren alten Haaren nur noch selten. Bekommen sie beide nicht oft zu Gesicht. Naja, ich lebe also allein. Clayton nickte, was dem Gebot der Höflichkeit zu entsprechen schien. Ist hier natürlich ungewöhnlich. Wie meinen sie das? Der Staat hat's nicht Ideal. Alleinstehende Männer machen meist mal Ärger. Mit ein paar wenigen müssen wir uns abfinden. Mit Leuten in meiner Situation zum Beispiel und egal wie viele Erhebungen wir im Vorfeld der Immigration anstellen, gibt es immer noch ein paar Scheidungen. Auch wenn wir bei einem Zehntel des nationalen Durchschnitts liegen. Trotzdem grundsätzlich nein. Um reinzukommen und drinnen zu bleiben, brauchen sie eine Familie. Einzelgänger haben keine Chance. Single Bars können sie mit der Lupe suchen. Praktisch gleich null. Jeffrey nickte wieder. Diesmal allerdings, weil ihm etwas eingefallen war. Er machte schon den Mund auf, biss sich dann aber auf die Lippen und beschloss, den Gedanken für sich zu behalten. . Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ......